Ihr wollt es, ihr kriegt es. Das Duo Schröckmon macht sich an Signalis. Zur Sonne, zur Freiheit. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, Simon. Schön, dass das geklappt hat. Ich muss erst mal sagen, auch danke für die ganze Orga im Hintergrund, die das jetzt irgendwie möglich gemacht hat. Schön, dass das geklappt hat. Die Community wollte es unbedingt haben. Du hast eigentlich gefragt. Also, eigentlich war es ja meine ... Nein, nein, das ist schon klar. Das war meine Idee. Ihr seid zum Teil daran verantwortlich, dass wir jetzt hier sitzen. Das Ding war ja ... Nee, ich muss es wirklich dann so korrigieren. Nein, nein, nein. Okay, jetzt sag einfach. Jemand aus der Community, ich weiß leider den Namen nicht mehr, es tut mir sehr leid, hat mir den Trailer zu Signalis geschickt. Und über Twitter. Ja. Und hat gesagt ... Ich guck mal, ich guck mal vor, wie mir eine Halskrause hier. Und hat gesagt, ey, hier, wäre das nicht was für euch? Ich glaub, ich weiß nicht, ob er ... Also, er hat, glaub ich, mich angesprochen. Ich weiß nicht, ob er dich mit erwähnt hat. Das war ich einfach mit den Spiegelbraten. Aber er hat gemeint, guck mal hier, Schröck, zu Schocktober oder zu Halloween und so was hier, das sieht doch echt ganz gut aus. Und dann hab ich mir den Trailer angeguckt und hab gedacht, das sieht wirklich gut aus so. Da hab ich Bock drauf. Und da hab ich mir gedacht, warte mal, das wirkt doch wie, keine Ahnung, wie so The Thing in Comic-Grafik oder irgendwie so was. Ich hab ja nicht mal den Trailer gesehen. Ja, okay. Also, wenn du jetzt das Ding sagst, bin ich schon direkt noch mal ein bisschen gehypter. Ja, also, es hatte so eine Anmutung. Also, ich will jetzt nicht sagen eins zu eins. Ja, das ist ja klar. Aber so ein bisschen das Feeling. So, ich hatte irgendwie anhand des Trailers irgendwie das Feeling. Und dann hab ich halt gedacht, okay, das retweete ich, beziehungsweise ich bring jetzt mal dich mit ins Spiel. Von wegen, ey, wär das nicht mal wieder ein Titel, den wir für After Dark zocken können so. Also, ich glaube, das wäre eine prädestinierte Vorlage. Und dann hör ich überall, Alter, das ist echt gut, das ist echt gut. Ja. Und, ja, und zack, ich glaub, Anton hat's dann mitbekommen. Ja. Und du, ich hab's dann dir noch, du hast mich angeschrieben, du hast ja auch noch mal mit Anton dann direkt gesprochen. Ja, und jetzt, zack, schwupps, sitzen wir hier. Das ging in einer wirklich ... Ja, so muss es sein. Ja, es hat wirklich jetzt echt ein paar Tage gedauert so. Und wir sitzen hier und können jetzt dieses Spiel spielen. Was auch noch nicht so alt ist, ne? Also, ist noch relativ neu. Ist relativ neu. Ist, glaub ich, im Oktober rausgekommen. Zumindest wurde es mir im Oktober die ganze Zeit empfohlen, als ich meinen Schocktober hatte auf meinem Kanal. Insofern, ähm, hätt ich's eh gespielt. Und mit dir zusammen gerne noch mehr. Du wirst sicher noch die ein oder andere Film-Knowledge reinbringen können. Weiß ich ja. Vielleicht auch nicht, hängt so ein bisschen ab. Also, äh, was wir jetzt sehen. Ich weiß, wie gesagt, gar nix. Wollen wir denn einfach mal, du startest, ne? Du hast den Controller. Ich hab den Controller. Wollen wir da einfach mal loslegen? Ja, komm. Okay. Komm, komm, komm. Willi, Willi, Tastor, zack. Du musst ihn noch anmachen, glaub ich. Ah, jetzt hören wir es auch. Der Controller wurde angeschlossen. Also, da. Ha, okay. Anfang in Einstellung, mit Wirkende verlassen. Soll ich noch mal auf Einstellung gehen? Ich find immer so, mach ruhig, wenn du willst. Ich find so ein Menü auch immer wichtig. Und ich liebe diesen VHS-Computer-Look. Irgendwie, irgendwie, der erinnert mich immer an Alien und Co. An diese Retro-Sci-Fi-Nummer. Oh, ich könnt das den ganzen Tag angucken. Alles, was ich angucke, könnte so sein. Automatisches Nachladen. Ich würd sagen, ein, oder? Ich mein, kannst du natürlich anmachen, klar. Aber, mach ich mal an. Ich nimmst dir natürlich auch die Spannung des Nachladens. Okay. Nein, ich wollte dich einfach nur unsicher machen. Glaub ich mir, mir ist völlig egal. Ach so. Du kannst vielleicht noch mal gucken, Ton, ob man da irgendwie die... Genau. Ah, nee, okay, da kann man nichts einstellen, was die Stimmen angeht. Aber warte mal, Anzeige, vielleicht, nee, also... Sprache ist auf Deutsch, wenn ich das richtig höre, anhand der Stimme, also anhand der Frau, die da spricht. Die betet nämlich immer irgendwelche Zahlen drunter. Das konnte ich schon eben, als ich auf dich gewartet habe, ein bisschen verfolgen. Ja, im Hintergrund hört man auch die ganze Zeit irgendwas reden. Ja, genau. Das mein ich ja. Ach, das ist das schon? Ja, ja, die redet irgendwelche Zahlen zurück. Ja. Ich bin so gespannt jetzt, wo ich wirklich... Du hast ja wenigst den Trailer gesehen, aber ich hab ja wirklich keine Ahnung. Aber warum geht er denn jetzt nicht zurück? Nochmal auf Spiel klicken, genau. So, an Anfang, ja, oder? Okay. Geil. Bisschen Retro-Feeling. Total. Wach auf, Neo. Oh, jetzt muss ich wohl gehen, oder? Okay, 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 jetzt sehe ich zum ersten Mal auch die Perspektive und alles, interessant. Ne, ich glaube, das wechselt immer. Ja, auch. Ich habe, ich habe verschiedene, äh, im, 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 im Trailer waren halt mehrere Sachen. Ach so, okay. Was, was bedeutet das? Okay, ah. Okay, gut, wir wachen also auf, wir wissen nicht, was wir sind, wer wir sind, nehme ich an. Wir sehen aber schon relativ weiblich aus, würde ich sagen. Ja, das, das wissen wir, aber sind wir ein Klon, sind wir irgendeine Arbeitsdrohne, sind wir eingefrorene Crewmitglieder? Ja, wir befinden uns auf jeden Fall in einer Welt, in der mehrere Sprachen existieren, oder? Ja, es ist so Sci-Fi, in der Zukunft ist alles mit Kenji-Symbolen irgendwie, es hat so diesen Style und QR-Codes. Trotzdem Lacks in den Ohren, das ist nicht gut gewartet. Sieht vielleicht cool aus, aber es sollte nicht so sein. Was ist das? Aufklärungsraumfahrzeug Typ Penrose. Ah, soll ich vorlesen, oder willst du? Penrose-Typ Raumfahrzeuge der Volksmarine Eusanz sind ökonomische Aufklärungsfahrzeuge, die jenseits des Randes des Sonnensystems auf der Suche nach bewohnbaren oder rohstoffreichen Planeten und Monden eingesetzt werden, um das kontinuierliche Wachstum unserer großartigen Nation zu unterstützen. Alle Penrose-Fahrzeuge werden von einem Gestalt-Aufklärungsoffizier gelenkt, unterstützt von einem Landvermessungsschiff-Techniker-Replica. Dieses Partnersystem der Gestalt-Replica-Kooperation hat sich in zahllosen Aufklärungsmissionen bewährt. Gegenseitige Kontrolle und Unterstützung erlauben es sowohl dem Gestalt-Offizier, wie auch der Techniker-Replica optimale Leistung zu erbringen. Also eine von den beiden scheinen wir zu sein. Schätze ich auch. Sobald das Raumfahrzeug von einem orbitalen Massebeschleuniger zum Rand des Sonnensystems katapultiert wurde, kann der Pilot den Kurs vom Cockpit aus anpassen, während sich die Replica um die mechanische Instandhaltung des Schiffes kümmert. Also die Rohre, das ist unsere Schuld, würde ich sagen. Ja? Dass der Dampf rauskommt. Zum Beispiel kann der Pilot den Kurs vom Cockpit aus anpassen. Frage ist, sind wir der Pilot? Ja, oder die Replica von dem... Aber ist der Pilot nicht auch nur eine Replica eigentlich? Oder ist der so eingefroren worden? Habe ich jetzt nicht genau drauf geachtet, aber es wirkt, als wäre es ein Klon und ein Mensch. Guck mal, wir haben jetzt zwei Optionen. Das ist mir jetzt viel. Kann ich nicht mit. Ich bin nur Call of Duty gewöhnt. Ja, die Schmach. So. Gehen wir erstmal hier rein, ne? Also bei sowas ist für mich eigentlich obligatorisch, dass... Du hast die Wahl geradeaus zu gehen, oder links oder rechts. Da muss eigentlich links oder rechts eigentlich nur Nebenraum sein. Du willst immer in den Nebenraum zuerst. Aus welchem Grund auch immer. Aber hier ist nix. Hey, so eine Schlafkohle. Da könnte ja theoretisch dann der Pilot sein. Ah, guck mal, hier ist doch was. Ah, blutiger Zettel ist nie gut. Verschmierte Tagebuchseite, natürlich. Ah, aus Kryo gewacht in unserer Kantine. Ich frage mich, Elster aus dem Kompit sah aus wie in Gedanken versunken. Manchmal habe ich das Gefühl, da zu Hause. Man kann es trotzdem erkennen, glaube ich, ne? Bin auf der Kryo ausgewacht in der Kantine, frag mich irgendwas mit Elster aus dem Cockpit. Sah aus wie in Gedanken versunken. Manchmal habe ich das Gefühl... Manchmal habe ich das Gefühl, dass das zu Hause ist. Vielleicht. Ja, aber die zensierten Bereiche reichen nicht. Aber gut, irgendwo ungefähr wissen wir, glaube ich, Bescheid. Ich mag ja auch in diesen Spielen immer dieses... Ja, das Brummen der Schiffsmotoren. In Sci-Fi ist das ja immer nur so ein Rauschen. Oh, da ist die zweite Kammer. Dann wecken wir doch mal den Käpt'n auf. Äh. Was ist das, wenn ich jetzt hier drücke? Ne, okay, ich muss hier. Ah, okay, irgendein Muster. Ja, das... Wir kennen es ja noch nicht. Da oben, Moment. Da oben war gerade was. Geh nochmal dran. Wo? Ja, mach nochmal genau das von eben. Siehst du oben rechts? Notfallfreigab. Ah, warte mal. Ich nehme an, dass wir das machen müssen. Das ist aber echt winzig. Ist ja kaum zu sehen. Ihr seht das gar nicht da zu Hause, glaube ich. Zumindest nicht gut. So, oder? Das muss es... Also zumindest deckt es sich. Ne, okay, das war vielleicht auch ein bisschen... Aber ich weiß gar nicht, ob ich das... Ob du es bestätigt hast? Ja, genau. Nö, das scheint schon richtig zu sein, oder? Was muss ich denn machen? Ja, vielleicht ist es einfach doch nicht richtig. Also nicht... Vielleicht ist es nicht der Code, den man braucht. Du hast ihn schon richtig übertragen. Vielleicht musst du noch was anderes aktivieren. Ah. Oh, das erinnert mich so sehr an Alien Isolation, ey. Das ist auch so ein schöner Titel. Aber ich kann nicht scrollen. Ja. Aber, also... Ich kann nicht mehr machen, ne? Ich kann jetzt nur zurückgehen. Vielleicht musst du hier noch irgendwas an den Geräten aktivieren, oder so. Vielleicht... Da ist zum Beispiel noch so ein anderer Button oben links. Neben der Kapsel. Vielleicht kannst du da was drücken. Ah, ich denke mal, das ist eine Wand. Und ich kann nicht hochgehen. Hm, naja, viel ist da auch nicht. Es sieht aber auch gar nicht so aus, als ob da einer drin ist. Wobei irgendwas scheint drin zu sein. Aber es sieht nicht aus wie ein Mensch. Aber ich komme hier zum Beispiel auch gar nicht weiter. Weird. Okay, warte mal. Also es kann doch eigentlich nur dieser Code sein. Man könnte den Code noch einmal andersrum ausprobieren. Aber... Ah. Okay, diagnostische Systeme für die cryogene Kapsel. Ich... Was? Was? Ich drück doch nach unten, also... Ich denke, du musst nur drücken. Einfach A oder so. Ja. Du machst immer, was man dir sagt, ne? Ja, du könntest halt noch einmal invertieren. Ja, ich versuch's mal, natürlich. Schade, ich war mir jetzt eigentlich ziemlich sicher, dass das funktioniert. Das wirkt wie ein sehr simples, einfaches Rätsel, um einem zu zeigen, wie die Rätsel funktionieren. Ja. Mann! Aber hier kann ich auch nichts machen. Ja gut, wir werden schon noch drauf kommen, indem wir ein bisschen rumlaufen. Äh... Hm. Vielleicht ist hier noch irgendwo was zu sehen, aber das sieht auch nicht so aus. Naja, dann gehen wir nochmal. Also hier komm ich einfach nicht weiter. Sind da nicht noch mehr Räume? Oder ist das... Da war, glaube ich, auf der Karte zumindest ein Raum im Westen noch. Oder ist das hier irgendwas? Also hier könnte ich auch nichts machen, also... Ich denke, du musst das immer mit A einfach wegdrücken, oder? Ja. Ja, aber ich kann's ja nur wegdrücken. Willst du noch was, ja... Willst du noch was manipulieren? Nee. Okay. Na, links kannst du auch noch lang. Stimmt. Ach. No entry. Man könnte noch mal bei unserer Kapsel gucken, ob da vielleicht noch Codes sind, die wir übernehmen können. Dass die Schlafkurie es Gestaltoffizier ist. Komisch, weil der scheint ja dann normal zu... Also der scheint ja nicht eingefroren zu sein. Deswegen würde ich fast sagen, der Gestaltoffizier ist kein Mensch. Weil sonst müsstest du ihn ja auch kryo, oder? Nein. Das ist ein Zimmer und drüben ist eine Kryokammer. Okay. Ey, lag da was gerade? Ja. Ach, das ist der Zettel. Der Zettel. Ja, ja, okay. Zyklus 57. Direkt schon so ein Rätsel hier. Ja, ich denke, die wollen einem einfach erklären, wie das Spiel funktioniert. Kannst du aber runtergehen zu unserer Schlafkurie. Ich will nur gucken, ob da vielleicht ein anderer Code steht. Oder vielleicht hier sind auch nochmal Wege. Links, rechts. Ja? Das sah gerade so aus, weil hier links und rechts sind auch diese... Ja, das ist auch tatsächlich. Guck mal, da haben wir viel zu wenig. Ah, okay. Das wird interessant. Äh, Elster-Funktion. Reparaturlogik-Modul. Um unsere großartige Nation als Schiffstechniker auf einem Aufklärungsschiff des Penrose-Programms zu dienen, sind Elster-Typ-Replikas wie du mit einem speziellen Reparaturlogik-Modul ausgestattet. Was dir erlaubt, schnell und einfach Reparaturen an dir selbst und an wichtigen Missionsausrüstungen vorzunehmen. Auf RLM-Funktion zugreifen, öffne den Inventarbildschirm mit X, wähle den Gegenstand und zum Reparieren ausdrücke A und so weiter. Und dann kombinieren. Okay. Kombinationsmodus wählen den zweiten Gegenstand für die Reparatur ausdrücke A erneut, um die beiden Gegenstände zu kombinieren. Um Schaden am Replikakörper zu reparieren, wähle einen geeigneten Gegenstand aus und drücke Benutzen. Okay. Manchmal kann es helfen, einen Gegenstand von allen Seiten gründlich anzusehen. Wähle Ansehen im Aktionsmenü. Okay, das ist so auch typisch, ne? In Inspektion des Gegenstandes. Kenne ich von Resident Evil. Ducktape hält die Welt zusammen. Also wenn man damit was reparieren kann, das will ich auf jeden Fall mal sehen. Kritisches Systemversagen erkannt, uh, unbekannte Planetenoberfläche, Bericht. Also sind wir auf einer Planetenoberfläche oder was? Hier der Gestaltpilot, kein Signal und wir sind aktiv. Harte Oberflächenlandung hat kritische Systeme beschädigt. Achtung, Oberflächentemperatur extrem niedrig. Bei aber außen? Ja, beim Außeneinsatz, ne? Irgendwie so. Ach, guck mal hier, okay. Ne, warte mal, jetzt? Ja, okay. Und jetzt, wenn ich jetzt hier drücke? Er wiederholt den Computer. Okay. Also, wir wissen, wir sind am Arsch. Irgendwas ist schief gegangen. Und draußen ist es bitter kalt. Eigentlich sollten wir sowas ja reparieren können. Vielleicht mit Klebeband? Okay, wir können wohl noch nach unten. Ja, nach unten. Aber da müssen wir eigentlich her, oder? Da kommen wir her. Da wolltest du bei uns jetzt zurück in die Kryo kommen. Ach, du bist jetzt so ein Stockwerk runtergegangen. Ja. Wir hätten oben aber auch noch mal runtergehen können, glaube ich. Also, nicht nur die Leiter. So, du wolltest ja hier noch was gucken. Nee, sieht nicht so aus, ne? Mich irritiert, dass die keine Füße hat. Ja, sie versinkt immer so ein bisschen im Boden. Nee, hier ist nix mehr, was ich machen. Okay. Also, hier... Ich weiß nicht. Hier ist auch irgendwie kein Symbol zu entdecken. Ah, doch. Guck mal hier. Guck mal hier an der Tür. Ja, das sieht so aus, ne? Als wäre es wieder dasselbe Symbol irgendwie. Ah, scheiße. Sorry, also... Ja, aber es war ja auch wieder so ein... Das, was du schon sogar ausprobiert hattest. Oh, hier nochmal runter. Wo runter? Da unten, da ist ja noch so ein... Das da? Nein, 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 nein. Also, hier nicht da. Unten im Bild, meine ich. Aha. Ah. Immer, wenn du diese gelben Linien siehst. Ja, okay. Die da Transomark. Diese Not-gelb-schwarz-Linien. Okay, völlig überraschend jetzt. Ich mag das aber jetzt schon. Ich mag die Stimmung. Ich mag diesen Wechsel der Optik. Kriegen wir das... Kriegen wir das... Wollen wir das machen? Oder wollen wir erst nochmal in den anderen Raum? Oder meinst du, das ist auch ein Aufzug? Ey, du meinst mal... Ja, ja, ich würde auch lieber noch in den anderen Raum. Und damit wir das Stockwerk einmal angeguckt haben. Und dann gehen wir runter. Ah, okay. Mag ich sogar. In dem Fall. Wenn die Tür nicht aufgeht. Was war hier unten? Ah, guck mal, da unten ist auch noch was. Ah. Ah, das Cockpit. Das ist gar nicht so groß, das Schiff, ne? Aber hier ist vielleicht der Code. Vielleicht ist das Gerät auch kaputt. Deswegen geht der Code nicht. Die Instrumententafel des Schiffs. Okay. Basierend auf dieser Anzeige würde es wohl nie wieder fliegen. Oh. Okay, wenn sie das sagt, als Replika. Wir plus jemand anders. Oh Mann, im Hintergrund siehst du diese riesigen Türme und so. Das ist schon geil. Weil das ist schon eindeutig nicht natürlichen Ursprungs. So was mag ich. Aber vielleicht sind das schon. Ja, aber wohl. Meinst du nicht, das könnten irgendwelche? Ja doch. Das sind aus wie Artefakte oder irgendwie so. Ja, ne? Es sieht schon so aus wie so typische Monolithen oder irgendwelche Hochhäuser von Aliens. Auf jeden Fall nicht natürlich. Also aufgrund der harten Landung. Ja, wir sind wahrscheinlich abgestürzt. Kann ich hier noch was machen? Aber dann hat ja, wer hat denn dann das Ding gesteuert? Ich glaube, das gilt es auch rauszunehmen. So. Jetzt können wir links. Hier? Du wolltest auch runter, ne? Das können wir jetzt hier machen. Ah, jetzt kommen wir hier wahrscheinlich raus, ne? Ach, du meinst, das ist dieser Ava. Dann brauchen wir einen Schutzanzug. Rechts war, glaube ich, einer. Eben. Da, ne? Da sieht es so aus, als wäre da einer. Krass. Und keiner fragt, ob wir den nicht einfach nehmen wollen. Aber ich nehme an, sie zieht den automatisch an, wenn wir rausgehen. Hier. Das ist komisch. Klick mal. Oha. Das ist auch interessant. So, warte mal. Also, sie wacht auf. Der Pilot ist potenziell noch erkennbar. Man weiß nicht, wer es gelandet ist. Einer von den Anzügen fehlt. Also, aber wo war das denn? Auf der Rückseite? Auf der Rückseite von dem Foto. Kryo. Alles klar. Deswegen so wichtig, die Sachen anzugucken, ne? Gehen wir erst mal zurück. Ja, ich hab ja die Befürchtung, dass da ne Leiche drin ist oder ein Monster. Ich hab ... Ich bin mir nicht sicher. Das sah nicht aus wie ein Mensch. Wasser. Na, weil man sieht nur irgendwie, man sieht ja nix, aber das sieht jetzt auch nicht aus wie das Relief von einem Gesicht oder so. Das war eher wie so was Mutiertes. Okay. So. Ein Ypsilon mit nem schiefen Fuß. Mit nem Klumpffuß. Unser erstes Rätsel schröckert. Ja. Yes. Die smarten Boys sind wieder am Start. Siehst du? I told you. Da ist nix drin. Nix drin, ja. Aber besser als ... Aber warte mal, da kommt was. So ein Pilz drin, wer? Oh, da scannt der da was. Hä? Noch n Deckel. Okay, das ... Ach, da geht ne Flüssigkeit weg. Nee, da ist einfach keiner drin. Da geht ne Flüssigkeit. Das ist übrigens lustig, weil das erinnert mich an Klassiker bei Resident Evil. Bei Resident Evil gibt's in jedem Teil Badewannen und du musst immer das Wasser ablassen und da ist immer was drin. Zwei Stück anders, aber wir brauchen ne Schlüsselkarte. Alter, wir haben doch Klebeband. So. Sollen wir das mal checken? Ich würd mich in die Badewanne erstmal legen. Das wär erstmal mein, dann wenn ich jetzt da wär. He, sei so dumm. Na, sauber. Ich find's schön, dass er hier sogar den Magnetstreifen quasi freigelassen hat. Das bedeutet, wir können jetzt ein paar mehr Türen öffnen. Oder sollte ich jetzt mal irgendwas in der Kryo-Kammer gucken? Ich wüsste nicht was. Hier war doch die Tür kaputt, ne? Ja. Ja, okay, wenn das Schloss defekt ist, dann geht's wahrscheinlich nicht. Okay, dann waren die anderen Dinge aber auch defekt. Weiß nicht genau. Also ein X war auf jeden Fall da, aber vielleicht waren da auch welche dabei, wo wir keinen Zugriff hatten. Vielleicht kommen wir auch nur raus, wenn wir die Karte haben. Ja, du hast wahrscheinlich recht. Lass uns trotzdem mal alle Türen abchecken. Kannst du eigentlich die Karte öffnen hier? Irgendwie? Die Karte öffnen? Nein, ob es eine gibt, die du... Achso, warte mal, das war, glaube ich... Ah, genau. Da siehst du die roten Türen. Okay, dann müssen wir jetzt noch... Aber wie kann ich mich denn auf der Karte bewegen? Oh. Naja, ich... Also die Teil... So wie ich's verstanden hab, zeigt sie dir halt nur an, wo wir sind. Messhall. Ach, du willst quasi rumgucken. Karte scrollen, aus irgendeinem Grund steht hier der Button A. Drück mal. Nee. Ja, aber du hast gesehen, ne? Ja, deswegen, frage ich. Ganz komisch. Da ist noch eine. Ja, also auf jeden Fall noch mal mit der Treppe runter und in die Forward Hole auch noch. Also die Treppe jetzt wieder runter, ne? Ja, oder halt hier drunter, kannst beides machen. Hier rechts ist noch eine. Rechts? Rechts, genau. Stimmt, links war der Aufzug. Ja, okay. Reson Evil hätte einem gesagt, ob die unbenutzbar sind oder nur den falschen Schlüssel haben. Aber hier kann ich jetzt auch nix benutzen. Man müsste eigentlich erwarten, dass man hier jetzt auch noch was mit der Karte machen kann. Genau. Irgendwie so Motoren anwerfen oder irgendwas. Aber das Ding fliegt ja eh nicht mehr. Naja, aber ich kann hier auch nix benutzen. Vielleicht brauch ich das Ding, um, wenn ich jetzt mit dem Aufzug fahre. Ja. Ja? Du meinst, um rauszukommen, ne? Genau, also, ja, um rauszukommen, um irgendwie eine Schleuse zu öffnen oder sonst irgendwas. Checken wir, probieren wir es? Ja, auf jeden Fall. Also klar, ich will auf jeden Fall raus. Aber hier rechts, das sieht ja auch schon aus wie so ein Lesepult für eine Karte. Das finde ich ein sehr interessanter Alter. Echt, du konntest da noch hochgucken. Irgendwie geil, weil das ja eher dazu führt, dass man sich manchmal noch in Räumen mal was vergisst. Nicht anzugucken. Nein, nein, was machst du denn jetzt wieder? Da ist der Körper. Da ist das Ding. Das erinnert mich auch an so alte... Guck mal, dafür brauch ich doch so ein Teil. Ja, Stuttestehts hier sogar, ne? Ich erinnere mich an diese alten Spiele. Ich will nicht sagen Müsst, aber es gab ja einige von denen, wo du dich umgeguckt hast. Und dann konntest du immer nur links, rechts, hoch, runter gucken und hat es auch solche Rätsel. Oh man. Ich bin richtig gespannt, was jetzt abgeht. Cool. Wie die Außenwelt aussieht. Dumm, dumm. Dumm, dumm. Ach. Okay. Also ich muss sagen, ich bin jetzt schon so richtig begeistert. Das gefällt mir total gut bisher. Ich mag sowas. Ja, vor allem auch den Mut zu haben, grafisch nicht full on zu gehen, sondern es einfach komplett andersrum zu machen. So zu reduzieren und halt eben mit der Fantasie des Kopfkinos nochmal zu arbeiten. So gesehen. Je weniger man sieht, desto mehr muss man selbst einbauen. Jetzt hier auch wieder der Schnee und die Schnee wehen. Man sieht nichts. Das ändert mich sehr an. Aber guck mal, das hat jemand auf jeden Fall gebaut, Simon. Ja, das sind... Wir haben Zeichen intelligenten Lebens. Oder? Also das Tor auf jeden Fall. Diese Blöcke könnte man noch irgendwie erklären. Aber das hier... Eine Guillotine. Oh. Ach, das ist... Oh, okay, das ist ein Loch. Geiles Bild. Ja, alles hier ist voll gut inszeniert, so die Kameras. Okay. Ganz komisches Loch. Das sah auch so aus, als wäre das jetzt frisch gebohrt. Ja, ja. Aber guck mal, da hat jemand Stufen reingehalten. Genau, aber trotzdem sind die Stufen da. Ein seltsames Loch führt tief in die Erde. Ein schwaches Licht leuchtet in der Tiefe. In das Loch kriechen. Niemals. Aber sie wollen es wohl. Naja, wir müssen es. Ja. Aber würde ich niemals machen. Never ever. Aber sie ist ja eine Replika. Also wer weiß, zu welchen Empfindungen sie... Also ich denke mal, sie ist äußerst rational. Was sollte sie da unten erwarten, außer die Abschaltung? Da hast du absolut recht, ne? Aber... Also meine Roboter kommen mit einem gewissen Selbsterhaltungstrieb. Aber vielleicht werden die auch immer wieder wirklich repliziert. Vielleicht ist es ja wirklich, wenn wir sterben oder so... Oh, was? Guck mal, ey, du bist... Guck mal, wo... Ja. Was ist denn das für ein Raum? Also das ist ja wohl... Da will der Käpt'n in Ruhe seine Pornos gucken. Der hat sich das alles gebohrt, dass denen keiner sterben kann. Auf einem fremden Planeten. Alter, sogar mit... Mit so einem Boden. Mit so einem Kachelboden. Okay, wir sind, glaube ich, in irgendeiner anderen Welt jetzt gelandet oder so. Okay, typisch... Typisches, sehr schwer verschlossenes Ding. Mit diesem Solaris-Logo auch hier. Scheint wichtig zu sein. Da wollte jemand sicher gehen, dass das nicht geklaut wird. Schau mal, das ist so... Ne, die deutsche... Ist das die deutsche Flagge oder ist das... Drück mal. Ach ja, stimmt, das sagt man. Die Nationalfahne. Aber das hier wird doch eher so... Aber ich wette, die Farben sind angepasst, weil wir Deutsch sprechen. Ah, das könnte natürlich sein. Es ist am Ende eh irgendeine übergeordnete internationale Geschichte, aber es ist schon... Guck mal, die Bilder. Eine seltsame Flagge. Die Bilder. Die Bilder, die hier. Dunkle Bilder einer Küste und einer Insel. Sind das Fotos? Wahrscheinlich auch von hier aus der Gegend. Dunkle Bilder einer Küste. Ach so. Aber man kann sich wirklich alles angucken. Alte Fortsetzungsromane aus der Kaiserzeit. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die verboten sind. Aha, auch das... Da kommen wir den Pornos näher. Das ist eine Lustgrotte. Lehrbücher über Funk. Kennst du die? Gibt so eine Family Guy-Folge, wo irgendwie Peter seine Pornos angucken will und dann siehst du, er hat so irgendwie so einen Geheimraum hinter der Wand mit 20 Augenscan-Lasern, geht so durch 10 verschiedene Türen, ist noch so eine Wache, die ihn noch so grüßen. Und dann sitzt er in so einem Raum mit so einem Pornoheft und blättert so oben. Irgendwie muss ich da immer wieder dran denken. Es ist einfach so, hätten wir alle gerne unsere Pornos abgesichert. Lehrbücher über Funktechnik. Ja, okay. Alt und abgenutzt. Was, das nochmal? Ja. Das ist ja mit dem Kaiserreich schon sehr interessant. So, dann hau mal die Maschine da an. Auch hier sind so komische Sachen drauf gemalt. Man kann es aber gar nicht wirklich erkennen. Augen. Augen, ne. Alles hier ist sehr weird. Das ist bestimmt so ein Funk. Nee, Alter, guck mal. Das ist der Kaiser. Kaiserreich, ne. Ein antik anmutendes Buch liegt auf dem Tisch. Es ist, als ob es mich ruft. König in Gelb nehmen, ja. Dumm. Schönes Sounddesign. Die Zahlen, ne. Neun, vier, acht, fünf, sechs, null. Eins, sieben, neun, sechs, null. Eins, sieben, fünf, fünf, vier, fünf, zwei, sechs, zwei, vier, drei, zwei, sechs, null. Eins, sieben, neun, sechs, vier, sechs, null. Der braucht ja ein heimlich gegrabenes Bohren. Alter, ist das hier Neon Genesis, oder was? Alter, was? Da? Oh, die Mucke. Die hab ich mal für einen Trailer genutzt. Oh, ich krieg so richtig ein bisschen Gänsehaut gerade. Das war eine geile Szene. Ich raffe gar nichts. Ich hab die Nummer fotografiert. Ja, das ist schon mal wichtig. Aber die werden wir sicher noch häufiger hören. Da lag was irgendwo. Oh, was ein geiles Intro, Alter. Sag ich ... Also, was haben wir denn gerade gesehen? Diese Figur, diese Replika ist dann irgendwie ... Hat sich verändert optisch? Wird sie jetzt noch mal neu aufgeweckt? Und was war diese komischen Nachrichten, ne? Etwas zu laufen gelernt, dem es zu kriechen gebührt. Wo ist sie mit jetzt? Den ganzen Weg hergekommen, um sie zu finden. Es gibt kein Zurück mehr. Jetzt weiß man schon nicht mehr. Spielt man dieselbe? Oder spielt man eine andere Replika? Ja, was hat sie ... Hm? Was hat sie ... Ich bin den ganzen Weg hergekommen, um sie zu finden. Aber ... Wen meint sie? Naja, wir gehen mal hier hin. Also, ich würde ... Also, ja. Denk ich mir jetzt mal. Da liegt eine Zeitschrift ja links oder irgendwie so. Links, die muss ... Ach, da. Ja, ja, ich seh's. Kann man eigentlich auch rennen? Nee. Doch. Ups. Hier, man kann auch rennen. Wie? Mit B. Ein Prospekt. Willkommen in S23 Sierpinski. Sie wurden auserwählt oder haben gewählt, von E.ON nach S23 Sierpinski verlegt, zu werden. Auf Längen am Rande des Sonnensystems situiert, ist S23 Sierpinski der perfekte Ort für einen Neuanfang. In unserer renommierten Berufsschulanlage werden sie neue Fähigkeiten lernen, mit denen sie ihre Zukunft als produktiver Bürger unserer wundervollen Nation gestalten können. Hier werden sie alles über die kriegswichtigen Felder, Mineraliengewinnung, Erzraffination und Munitionsproduktion lernen und somit zur Zerschlagung der Überreste des Kaiserreichs beitragen. Zerschlagung der Überreste des Kaiserreichs. Also kämpfen die immer noch gegen das Kaiserreich, wenn ich das richtig verstehe. Offensichtlich. Jetzt ist die Frage, von wo kamen wir? Ja genau, wer kämpft da gegen wen? Auf wessen Seite stehen vor allem wir? Stehen wir auf... Also die sind offensichtlich gegen das Kaiserreich? Gehören wir zum Kaiserreich? Ja, bei dem Kaiserreich denke ich automatisch an diese alten asiatischen Kaiserreiche und so. Und das würde ja zu den Schriftarten passen. Und halt auch zu dem Buch, was wir... Genau, nur dann wären wir ja irgendwie in einem... Stimmt, das Buch müssen wir uns noch angucken. Ja, oh ja, stimmt. Machen wir erst mal. Sehr interessant. Und natürlich ist Lernen nicht nur Theorie. E.ON ermöglicht es Ihnen, Ihren Anteil zu verdienen und dabei Ihr neues Handwerk direkt am Arbeitsplatz zu üben. Besorgt um Ihre Familie, Freunde, frühere Kollegen, fragen Sie einen Protektor nach unserem Rationsverteilungsplan. Ein Anteil Ihrer Rationsmark kann an einen Empfänger Ihrer Wahl weitergeleitet werden. Also teilweise machen das dann die Leute wahrscheinlich auch, um ihre Familien zu unterstützen. An den Arsch der Heide reisen. Guck mal, ähm, ins Inventar, X. Ah, stimmt, ob wir irgendwie andere Items haben. Wir hatten ja noch dieses Buch. Wo ist das Buch? Tja. Tja. Das Buch war wohl irgendwie der Trigger für die Sequenz, die dann kam. Ach so, okay. Aber verstanden habe ich es auch nicht. Die Schlüsselkarte mit einer Notiz ist an das Fenster in Rezeption geklebt. Aufgrund vom Personalmangel Neuerkünfte in Klassenzimmer 4C anmelden. Siehste? Da passt endlich mal ein Schlüssel. Und es wurde auch entsprechend angezeigt. Okay, ja. Also dann ist kaputt, kaputt. Das interessiert mich. Guck mal, das ist eine Kamera, die bewegt sich. Oh ja, wir werden beobachten. Geh mal zurück, die bewegt sich sogar. Mach mal, mach mal so ein... Ja, ja, okay. Guck mal, da ist auch deine... Denk an die Regel der 6. Trag nie mehr als 6 Gegenstände bei dir. Privateigentum ist ein Privileg. Halt deine Taschen leer und deine... Seele irgendwas. Keiner. Dein Rucksack leicht. Deine Taschen leer und dein Rucksack leicht. Ha. Hast du einen Wunsch? Also geh mal noch in die Mitte hier. Ja, ich bin noch einmal kurz... Ich bin nur einer, ich muss immer alle... Oh, ne, Entschuldigung. Dann... Geh nochmal zurück. Ja. Nach unten. Das Recht. Oh, auch zu. Auch der Finger, okay. Warte mal, die haben wir nur nicht angeguckt. Okay. Gut, dann müssen wir zur Leiche. Ha. Ist da links und rechts? Ja. Auch wieder Räume, genau. Eine tote Euleneinheit siehst in schrecklichem Zustand. Entzündet aussehende Biokomponenten wölben sich aus ihrer beschädigten Schale. Was könnte das bloß verursacht haben? Hm. Ja, ist schon wieder in die Kamera. Aufzeichnungen führen. Alles protokollieren. Denk daran, was nicht aufgesch... Ja, aufgeschrieben wurde. Aufgeschrieben wurde, ist nie passiert. Hol dir die richtigen Formulare aus der Verwaltung und... Es ist wirklich nicht so einfach. Aber vielleicht müssen wir es auch nicht verstehen. Und dazu diesen schönen 5,25 Zoll Disketten. Da gehen wir gleich hin. Hier ist ein Zettel. Oh, Wand-Tresor-Kombinationen. Mir ist erkenntnis gelangt, dass mindestens ein Arbeiter die Ausstrahlungsfrequenzen der Tresor-Kombinationen für die Protektor-Wand-Tresore erfahren hat. Alle Arbeiter, die mit diesem Sicherheitsloch in Verbindung gebracht werden können, sind zu verhören, bis der Schuldige gefunden ist. Sämtliche Radioprivilegien für Arbeiter bis auf weiteres suspendiert. Adler. Klingt schon wieder deutsch, ne? Klingt sehr deutsch. Außerdem auch eine Zweiklassengesellschaft offensichtlich. Vielleicht haben sich diese Replikas irgendwie gegen die Menschen gewandt oder so. Der Klassiker. Ah, das war's. Endlich. F-29. Das kann nur deutsch sein, Alter. Deutsch-Europa irgendwie kämpft gegen das Keilerei. Ah, dann brauchen wir die Anleitung von dem Wand-Tresor. Genau. Und dann wissen wir ja den Code. Ich liebe übrigens diesen Computer, der da steht. Ich find den so geil. Der ist ja in so vielen Medien. Sieht ein bisschen aus wie der PET 2000. Speichern. Oh. Ah. Sehr gut. Aber bedeutet halt auch, jetzt könnt's haarig werden, ne? Ja, aber es war auch Zeit, dass wir den mal speichern. Den ganzen Anfang nochmal neu machen. Möchtest du weitermachen? Nein, mach mal. Ja, gut. Da haben wir noch ein bisschen. Wir haben noch, genau. Wir haben noch Zeit. Oh ja, es wird ganz schön... Guck dir's an, wie viele Türen. Entschuldigung, ich wollte auch nochmal... Das mit der Karte scrollen ist wirklich ganz komisch. Ja. Weil da steht quasi A, ne? Würde man jetzt annehmen. Ja, oder steuert. Oh, doch. Wie? Einfach nur A, aber... Ich hab auch das Gefühl gehabt, eben ging's nicht. Okay, also wir haben ganz viele verschlossene Türen. Eine gelbe. Und noch ein paar unsichere. Okay. Gehen wir erstmal hier durch. Aha, das sind die Klassenräume. Laufen in den Gängen verboten. Hab Rücksicht auf deine Nachbarn. Jeder kann dich laufen hören. Jeder kann sie laufen hören. Ach, guck mal, das hätten wir vielleicht auch mal machen können. Bei diesen Dingen, die wir nicht lesen konnten. Wenn das sie lesen kann. Oh, mein Tresor. Aber ist das Klassenzimmer 4B? Hast du geguckt? Ähm, ne, ne, weiß ich nicht. Aber steht hier was? Nö, ne? Mond und Töchter. Ja. Steht da. Da muss das Handbuch sein, oder? Komm, ist das das Handbuch? Nein. Das wird schon sehr einfach, ne? Wenn die es einfach direkt daneben legen würden. Ja, manchmal darf es auch einfach sein. Aber wie kann es sein, dass da kein Rätsel auf der Tafel steht? Das ist aber eine Verschwendung von einer guten Tafel. Es gab ja auch jemand, der uns den nützlichen Hinweis aufgeschrieben hat, dass der Tresor sich immer wieder auf seine Werkseinstellung zurückstellt. Ja. Also er hat sich die Zeit genommen, hat sich hingesetzt und hat gesagt... Das ist zu beschweren, das ist auch sehr deutsch. Wahrscheinlich die letzte Atemluft verbraucht, um schnell diese Beschwerde abzuschicken. Also wenn ich nur eins in meinem Leben ablasse, dann, dass dieser Scheißdrehzahl sich nicht wieder einstellt. Ich finde, du solltest generell all diese Sachen ja auf Hessisch vertonen. Wie die auch aussieht, ne? Kehr um, bevor es zu spät ist. Ich suche nach dieser Frau. Hast du sie gesehen? Diese kleine Krawatte finde ich süß, wie sie hatte. Ich kenne sie nicht, aber sie könnte eine der Arbeiter sein. Alle Arbeitergestalten wurden in die Mine unter der Anlage geschickt. Das nimmt ja immer geilere, also größere Ausmaße an. Das mag ich. Wie hieß damals dieser... Da gab es diesen Sidescroller mit so einer Basis. Ah, wie hieß es? Ich kann nicht. Es gibt so viele halt so. Ja, ja, ja. Ein Weiver fällt mir ein oder so. Aber da gibt es ganz viele. Ähm, falls sie noch am Leben ist, ist sie vermutlich dort unten. Aber da fand ich es auch so geil, dass ich immer noch ein Raum mehr, immer noch eine Lagerhalle und immer noch mehr irgendwelche Gadgets und so... Ja, es hat so eine epische Größe, auch durch diese langen Schachte und so. Zugangslift zum Nienenschacht eine Ebene tiefer. Weil man braucht einen Administraturschlüssel, um ihn zu benutzen. Hat sie den nicht da irgendwo in der Hand? Der hat da was eindeutig, was in der Hand. Oh, ja klar, auf jeden Fall. Aber das wird wahrscheinlich nicht der gleiche oder nicht... Aber vielleicht kommen wir mit diesem Schlüssel in den Raum mit der Kamera, wo wir zum ersten mal die Kamera gesehen haben. Weißt du? Hier, ne? Ja, da. Da, der, ja, ja. Das kann, das, das denke ich auch. Da hast du wahrscheinlich recht. Kurz nochmal gucken, ob hier vorne geht es wahrscheinlich auch nicht doch. Oh, vielleicht geht es auch da rein. Verschlossen. Okay. Okay, gut. Lassen wir die da jetzt einfach liegen. In ihrem Sud. Gut. Unten ist noch eine ungeprüfte Tür. Ah. Der fängt. Alter. Das wusstest du jetzt einfach so aus dem... Ha! Wusst ich, weil ich normalerweise den Ruf habe, mir nix merken zu können. Okay, fangen wir unten an. Nichts. Absolut. Gar nichts. Oh. Pistole. Natürlich nehmen wir die. Und was ist dann noch? Mikrofilmkarte nehmen. Klar. Mikrofilmkarte. Heißt das, wir können uns da so den Mikrofilm angucken, der da drauf steht, oder? So, an unseren Handbuch. Aber wo? An so einem... An dem Rechner wahrscheinlich. Ein Handgun-Handbuch. Halbautomatische. Bla, bla, bla. Rückstoßladermechanik. Alles gut. Ausrüsten. L1 drücken. Entsichern und dann eher T und A abfeuern. Keine Munitionsverschwendung. Kriegswichtige Ressource. Versuche sie zu erlegen. Trittst. Oh, okay. Interessant, okay. Also nachtreten ist wichtig. Keine Gnade. Absolut. Wir sind im Krieg. Oh. Memorandum. Terminologie. Zur allgemeinen Beobachtung teile ich im Auftrag von E.ON mit. Aufgrund jüngster Ereignisse ist er derzeit in vielen E.ON-Anlagen benutzter Begriff. Nach der neuen E.ON-Gemeinwohl Medienvorschrift AGM 87 mit sofortiger Wirkung nicht mehr zulässlich und darf nicht mehr benutzt werden. Räumlichkeiten und Abteilungen, die diesen Begriff bislang benutzen, sind umgehend umzubenennen. Das Verwaltungspersonal wird angewiesen, den Begriff auf Beschilderungen und Dokumenten vorläufig zu schwärzen, bis neue Terminologie durch E.ON bekannt gegeben wird. Jetzt will ich wissen, was das war. Die Verwendung des Begriffs in Konversationen und im Schriftverkehr ist ab sofort ein Verstoß. Obszönität gegen den Staat, der mit zwei Zyklen doppelter Arbeitsschicht bestraft wird. Es mag nicht leicht sein, aber wir alle müssen hier unseren Teil tun. Denkt daran, unsere Worte, Formen, unsere Welt. Für eine perfekte Welt bedarf es einer perfekten Sprache. Das klingt sehr 1984. Und das Ding hier interessiert mich auch. Aber um welches Wort ging es? Nochmal? Um welches Wort ging es? Das wissen wir nicht. Das haben sie hier einmal geschwärzt. Achso, okay. Das ist natürlich das Dumme, wenn du nicht mal weißt, welches Wort du nicht benutzen darfst. Das ist doch irgendwie unpraktisch. Das ist das Problem mit so Diktaturen. Die passen irgendwie nicht. Wir denken uns eins aus. Okay, da kommen wir nicht mehr weiter. Aber guckt ihr mal den Computer an? Ich kann den leider nicht anklicken. Achso. Ich habe nur die Schublade. Ich kann ein leeres Klassen. Ach, die sitzen hier und kontrollieren den Unterricht. Also wirklich ein komplett abgefahren. Ein komplettes, ähm, oppressive System sozusagen. Wie bei den Simpsons, wo sie die Süßigkeiten, äh, wo die, was ist, oder ist das eine Spielzeugfirma oder eine Süßigkeitenfirma, die halt im Klassenzimmer auch hinter den Spiegeln hockt? Ah, ja, ja, doch irgendwie. Wo sie sich in die Schule einkaufen. Ja, ja, stimmt, genau. Aber ich erinnere mich, aber das ist ja, Simpsons haben ja echt schon alles auch gemacht, ne. Ist ja immer so. So, okay, jetzt sind wir bei dir in den Raum rein. Was, was, was müssen wir noch machen? Ne, wir haben ja jetzt dieses Magnetband, denke ich. Also wir haben eine Knarre. Ja. Ah, hier. Gucken wir uns das mal an. Ne, ich habe was Besseres. Wir gucken uns vorher kurz einen Spot an. Und dann geben wir diesen Controller wieder an den Kollegen Schröckert ab. Ja, ja, ja. Laufen. Und jetzt kommt der Spot. Viel, äh, viel Spaß. Was ist denn los, was ist denn los? Jemand hat die Bohnen eingefroren. Nein. Stein hart. Diese Schweine. Aber Bohnen sind doch zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktivier die Glocke. Danke. Zurück aus der Winterpause. Hahaha. Gut, ja. Wir sind weiter in dieser komischen Untergrund-Basis. Ja. Oder Schule. Schule, genau. Untergrundschule. Oder nicht nur Untergrundschule, sondern auch Untergrundmanipulationszentrum. Ja, ne, wie nennt man das? So Propaganda, nicht? So Indoktrination. Ja. Auf jeden Fall haben die nie Kälte frei. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weil die sind auf dem Eisplaneten. Da können die nicht. Weder hitzefrei noch kältefrei. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wie, der Bus ist eingeschneit. Erzähl mir nichts. Bus ist seit Jahrhunderten eingeschneit. So, ja, wir wissen nicht, wie's weitergeht, sondern wissen nur, dass wir jetzt was eingesammelt haben, was wir uns einmal jetzt angucken wollen. Die Items weisen oft den Weg und in dem Fall ist es dieser Mikro, äh, Mikrofilmkarte. Hm. Und wir nehmen mal an, dass wir irgendwo ein PC, wahrscheinlich den, den wir oben gesehen haben, dass wir einen benutzen können, um uns das anzugucken. Frage ist, was ist das für ne Karte? Vielleicht ist da ja der Standardkram für diesen Safe drauf. Oh, Knarre, Knarre, du kannst Knarre nehmen. Ja, 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 aber wo? L1 und dann, ja, du musst die vielleicht vorher noch wie ein Resident Evil einmal aktivieren. Kann das sein? Mach mal, drück mal, ja. Und dann mit, ähm, ich glaube, R2, da wo dein Zeigefinger eh schon ist. Alter. Keine zwei Minuten. Ja. Keine zwei Minuten drin. Weil man hätte sich's denken können eigentlich, dass der nochmal aufsteht. Das sieht aber auch, die sehen auch alle aus wie Replikas. Was mach ich? Ja, komm, die hat ein Hackebeil dabei. Jetzt musst du treten. Hin und treten. Kick, kick. Ja, Mann. Alte Silent Hill Schule. Oh, das vibriert auch so ein bisschen, ne? Komisch. Hm, ich glaube... Warte mal, waren wir überhaupt schon mal weiter oben? In diesem Raum? Äh, also zumindest lag da schon immer ein Körper. Ich hab den zweiten Körper nicht wirklich erinnert. Nee, ich auch nicht. Da drüber ich mich gerade. Ob wir da oben schon mal weiter... Oh, ganz oben die Tür. Kannst du die mal nochmal checken? Hm. Oh. Oh. Ist das die, die wir suchen? Weiß ich nicht, Mann. Gestalt. So, ich verlesen. Möchtest du nicht? Achso, soll man... Nein, mir ist egal. Ich weiß offengesagt auch nicht jetzt, ob die Leute das überhaupt wollen, aber ich mach's einfach mittlerweile schon aus Gewohnung. Gewöhnung. Ich bin Isar. Isar Itou. Sie sollten vorsichtig sein. Etwas stimmt mit diesem Ort nicht. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber es ist wahrscheinlich gefährlich, weiterzugehen. Ich verstehe schon. Ich habe auch etwas, was ich tun muss. Passen Sie auf sich auf. Ich hoffe, Sie finden, wen Sie suchen. Ah, okay. Immer wieder dasselbe. Die Leute reden so mysteriös miteinander, dass man gar nicht so richtig weiß, warum redet die nicht wie echte Menschen? Was ist hier los? Wie kann ich Ihnen helfen? Was genau ist der Plan? Wie kommen wir hier wieder weg? All diese Fragen. Aber genau das ist es doch. Da ist ein Mikrofilmleser. Genau. Sag's dir. Äh, genau. Ich meine, wenn man sie beantworten würde, wären es keine spannenden Fragen mehr, aber die Leute reden so komisch miteinander. Das erhöht ja die Spannung. Erika, wenn du dies liest, bin ich trotz allem, was passiert ist, gekommen, um dich zu suchen. ESA. Ah, okay. Das war jetzt die ESA gerade, oder? Ja. Dann... Da ist, glaube ich, noch der rote Zettel oben rechts. Vielleicht kannst du den auch noch nehmen. Wo? Nee, da auf dem Schreibtisch. Ah ja, warte. Nee, okay. Die Musik. Klingt, als würde Bruce Banner gleich durch den Wald laufen. Mikrofilmkarten. Ja. Ja, klar. Show us. Äh. Ah, wie ich's gesagt hab. Dieser Wanddresor erfüllt die eusanische öffentliche Sicherheitseinrichtungsvorschrift 41 und 43 besitzt eine Sicherheitskraftstahltür mit einem Ziffernblock. Stolzes Produkt des volkseigenen Betriebes Mond- und Öchter-Tresortechnik. Hergestellt auf Heimat. 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 Also, die nennen ihren Planeten Heimat. Ja. Bedeutung sozusagen. Gehört alles wahrscheinlich einem, gehört alles nur noch einer Entität zu einem Land. Ja. Euasien, ne? Denk mal, kennt man ja von Europa und Asien und Asien normalerweise, aber... Die Kombination auf dem Ziffernblock eingeben. Den bestätigen Knopf im rechten unteren Eck drücken. Wenn richtig, leuchtet ein grünes Licht auf. Wow. Das Rad auf der linken Seite drehen, um die Tür zu öffnen. Um zuvor eingegebenen Ziffern zu löschen, die E-Taste links unten drücken. Die Herstellerstandardkombination lautet 20, 45, 12. 20, 45, 12. Also die... Lass mich trotzdem mal ein Bild machen. Ich kann mir das jetzt schon nicht merken. Wenn die Tür offen ist, die gewünschte neue Kombination eingeben. Den bestätigen Knopf für 10 Sekunden gedrückt halten, bis das grüne Licht aufleuchtet. Fantastisch. So, das heißt, next stop Klassenzimmer 4b, oder? Ja. Ja. War das hier? Ich... Da ging es hin, zumindest in die Richtung, ja. Aber vorher war noch dieser Computerraum. So. Weißt du es noch? 20, 45, 6, 7. Ich hätte es gesagt, 1, 2, aber ich weiß es auch nicht mehr. Wir gucken mal. Moment. Wo habe ich es da? Oh, ich bin so geil, Alter. 20, 45, 1, 2. 1, 2. Was ist denn mit mir los heute? Heute ist was Besonderes. Heute muss ich vielleicht mal irgendwie Lotto spielen, oder mich an die Weltformel wagen. An die Weltformel... Mach mal. Ich muss erst mal wissen, was das überhaupt ist. Hat das nicht geklappt? Eingabe. Oder war das hier Eingabe? Ne, du musst das nochmal neu. Also 20, 45, 1, 2. 2, 0, 4, 5, 1, 2. Ja. Dann jetzt das Rad drehen. Uh, Baby. Ach, natürlich. Aber weiteres Catche. Da ist die Karte, von der die andere Elster gesprochen hat. Mhm. Würde ich jetzt auch sagen. Ah, ne. Aha, der ist für... Hm, okay. Wo kamen wir denn nochmal mit dem Klassenzimmerschlüssel rein? Ne, guck mal auf der Karte. Aber es war eine von diesen nördlichen Türen. So. Check, check. Ne, genau. Jetzt einmal nur A drücken. Da. Da, Aula. Ich denke, das ist es schon. Ja? Ich war... Aber das war, glaube ich, der Klassenraum. Ist die Aula nicht immer vor dem... Ne. Aber das wird schon das sein. Mich macht dieser Prolog immer noch fertig. Ja, der war... Kletterst du in das Loch und dann ist da dieses... Versteck. Aha. Also Energie einfach, wenn wir... Ah. War die vorher auch schon da? Ne. Hat man uns liegen lassen. Die Leiche... Ach, das ist dann wahrscheinlich... Die hier, guck mal. Die Leiche, die hier... Oder die Frau, die hier lag. Die hat das andere Vieh dann nach vorne geschleppt. Oder die hat sich nach vorne geschleppt. Stimmt. Das kommt wahrscheinlich einfach gleich wieder als... Als Bossgegner. Benutzt. Oh, die haben's mit Löchern. Warte mal, wie lade ich die Knarre nach? Ich will da nicht rein. Hüpfe hinein. Hüpfe in das Loch. Ich will da nicht rein. Vielleicht macht sie's auch nicht. Warum muss ich sowas immer machen? Ja, du hast jetzt halt gerade ungünstig den Controller bekommen. Aha. Ein Loch im Boden sieht aus, als ob ich gefahrlos runterspringen kann. Ja, ins Loch springen? Ich sag nein. Ich würde auch immer nein, aber hier ist es halt ja. Bringt ja nichts. Guck mal, der Bildschirm verengt sich. Das bedeutet nichts Gutes. Spielt schon wieder jemand anderes, glaub ich. Siehste? Nee, obwohl doch. Da sind wir wahrscheinlich gelandet. Boah, die Mucke ist geil. Alles hier. Das Soundkulisse ist toll. Ich mag auch diese Zwischenschnitte mit diesen grob aufgelösten Polygonfiguren. Boah, den hätte ich mir so ein bisschen anhören können. Ja, Simon. Oh, da ist schon wieder so eine Leiche. Zwei sogar. Oh, stimmt da auch. Die kommen noch. Minenzugang, Kantine, Rationsbüro. Also links ist Mine und Duschen, rechts ist Kantine und Rationsbüro. Hier ist die Dusche? Ja, laut. Karte. Sieht nicht aus wie eine Dusche. Weißt du, was mich fertig macht? Das sind diese Kameras, die uns immer wieder folgen. Nö, du bist einfach sehr ungegern, bist du verfolgt. Du bist ein kamerascheues Pokémon. Ja, oder Paranoid. Ja, aber man weiß halt nicht, ist es automatisiert oder, was ich auch glaube, dass irgendwo jemand halt uns beobachtet. Ja, okay, wir könnten jetzt mit dem Aufzug fahren. Ja, lassen Sie erst nochmal das Stockwerk hier abchecken, oder? Können wir denn theoretisch vielleicht ja hier rechts auch runterspringen eins noch, könnte ich mir vorstellen. Runterspringen? Na, durch den Aufzugsschacht vielleicht ein Stockwerk runterkommen, oder so. So wie wir jetzt hier auch runtergekommen sind. Ja, ich will hier nicht lang gehen. Guck mal, der steht doch gleich auf, der Typ da. Ja, aber du hast eine Waffe. Du hast sogar extra Munition. Nichts kann dir passieren. Das sind schon viele. Aha, okay, Anzüge. Alt und abgetragen. Entschuldigung. Ja. Sie sieht alt und abgetragen aus. Das war's. Oben rechts ist noch ein Zettel. Mehr sehe ich auch nicht. Diese kleinen, vergitterten Kojen. Alles, was eine Arbeitergestalt ihr eigen nennen kann. Ja, sie darf ja auch nichts besitzen. Sehr kommunistisch. Tagebuch. Protatoren sind in letzter Zeit besorgt. Sie verstecken etwas weniger von ihnen sind. Nationsplan ändert sich ständig. Alina sagt, ich bilde es mir. Kann ich ihre Angst spüren, als wäre es meine eigene. Wovor haben sie so viel Angst? Die Protektoren haben Angst, ne? So habe ich das jetzt verstanden. Ja, oder halt alle Erwachsenen. Na, aber das sind ja die Kojen der Arbeiter. Und die Protektoren sind ja quasi die Polizei, Soldaten, was auch immer. Wenn die Angst haben, würde mir das auch Angst machen. Ja, wohl wahr. Die haben halt einfach auf diesem Alien-Planeten einfach zu tief gebohrt und haben irgendwas aufgeweckt, oder? So wird es doch wahrscheinlich sein. Aber warum solltest du so eine Indoktrinierungsschule haben und dann noch nach irgendwas bohren? Geschmierte Notiz. Tritt sie, wenn sie am Boden sind. Was? Ich habe es nicht ganz gehört. Ja, guck mal, diese ganzen Kameras, die folgen mir alle. Das macht dir ja ein bisschen Angst, ne? Interessant. Weil du sitzt ja jetzt auch gerade vor der Kamera. Alinas Tagebuch. Ja, aber die Kamera, wenn ich jetzt hier aus dem Raum gehe, bleibt die Kamera hier stehen. Ja, aber die verfolgt mich ja nicht. So drehst du dich um, steht sie hinter dir, aber bewegt dich. Läuft drei Schritte, sie ist immer noch da. Das wäre geil. Jedes Mal, wenn ich oben bin, ist steht da eine Kamera. Ja, fühle mich etwas schwindelig heute. Ich hoffe, es ist nicht diese neue Grippe, die rumgeht. Oh, die neue. Die neue Grippe, die rumgeht. Ich kann mir nicht leisten, noch mehr Schichten zu verpassen. Als ich das letzte Mal erkältet war, hat mich der Storch in der Fabrik gefühlt Stunden zusammengestaucht, weil ich bei der Arbeit umgekippt bin. Ich habe LZ letzten Tage nicht gesehen. Ich hoffe, sie ist in Ordnung. Mehr und mehr Leute verschwinden in letzter Zeit in der Mine. Sogar Replikas. Nicht mal die Protektoren scheinen sicher zu sein. Ballrock. Ja, aber plus Virus. Also es ist so, wir haben hier eine Menge Klischees oder beziehungsweise eine Menge Tropes. Ja, aber gerade wenn man so Tiefbohrungen macht, kann ich mir total gut vorstellen, dass man da irgendwo ein Virus auch weckt. F29. Überall. Da warte ich schon die ganze Zeit drauf. Aha. Das Schloss an der Personaltür in A6 klemmt schon wieder. Wartungszustand, Schlüssel zum Zurücksetzen der Elektronik ist nicht auffindbar. Ich habe einen Schlossklapper eingerichtet, aber Hausverwaltung sagt, Fahrstuhlmonitoren haben Priorität, also muss die nächste Schicht des Schlosses das Schloss klacken. Ist aber jetzt eh nur noch rumprobieren. Frag mich, falls du einen Schlüssel für die Wartungsklappe brauchst. Oder frag die Verwaltung, wie du willst. Fünf. Die haben sehr einfache Namen. Ich kannte mal jemanden oder ich kenne jemanden, der heißt auch Fünf. Den nennen die als Spitzname. Fand ich immer sehr weird. Okay. Aber scheinbar können wir hier dann, sobald wir diesen Schlüssel haben, easy an das Rätsel kommen. Okay. Kannst du mal auf der Karte gucken, ob wir... Haben wir alles hier abgesucht? Ja. Okay. Aber was haben wir erreicht? Nichts. Nicht wirklich was, nee, aber wir wissen, wir brauchen diesen Wartungsschlüssel. Also dann hier Elevator-Cheft, oder? Ja. Denke auch. Weil für was anderes haben wir ja keine Karte. Waren wir hier schon rechts? Ja, da ist nix. Okay, Entschuldigung. Also. Musst du nicht. Ich wollte nur... Geht nicht auf. Da kam es nicht rein. Da brauchst du eine Karte. Ah, so eine Tür. Okay. Das heißt, da kommen wir irgendwann wahrscheinlich von der rechten Seite wieder nach links. So ist es immer. Bei diesen Türen ist es immer so. Das K ist ein Rad. Ja. Unexpected Dark Tower. So. Gut. Endlich geht mal was. Auch überhaupt nicht klaustrophobisch, der Aufzug. Oh, jetzt haben wir mehrere Stockwerke. Scheiße. Aber wir haben auch keine Protektor-ID. Da liegt ein Schlüssel. Das ist vielleicht der Wartungsschlüssel. Da habe ich große Erwartungen dran, an den. Da hast du recht. Es ist der Wartungsschlüssel. Ja, dann müssen wir hier wahrscheinlich später erst hin wieder. Weil wir die Karte haben. Ich brauche eine Protektor-Identifikationskarte, um die Fahrstuhlsteuerung zu entsperren. Ich sage schon mal jetzt. Ich würde gerne auf die... Zu der 1 würde ich gerne. Da, wo alles abgeklebt ist. Das interessiert mich. Das ist wahrscheinlich das verbotene Wort. Oh. Ja, genau. Diese... Diese langen Dinge, ne? Ja, diese komischen Gebäude, die wir gesehen haben. Die sind tatsächlich... Die Kamine oder was auch immer von hier. Die Oberflächen-Bereiche. Ja, ne. Oder Untergrund, ne? Also... Ja, also sowohl oben als auch... Also es geht die Mine, aber du hast halt auch diese Lenk-Orbital. Also auf der Oberfläche stehende. Wo ist der Punkt mit, sie befinden sich hier? Hä? Ja, aber wo könnten wir sein? Oh. Entschuldigung. Ja. Eigentlich das, was man auch schon sieht, ne? Hm. Also gehen wir wieder raus, ne? Ja, aber wir sind auf Stockwerk 2. Wenn ich jetzt das im Aufzug... Ja, stimmt. Immerhin. Kannst du mal gucken, genau, ob da irgendwas... Ne, und du kannst auch nicht rechts runterhüpfen? Ich soll da jetzt reinhüpfen? Ne, ich will... Also, ich will nur wissen, ob's geht. Wenn du klickst, ob dann irgendwie was kommt. Der war schon außer Betrieb. Also ich würde da runterhüpfen. Mit so einem... Ja, ich hab doch still langsam gesehen. Da machst du so eine Klemme und dann... gehst du da und dann hast du ein bisschen Glück und dann bist du da... Der hat da eine MP5 oder was weiß ich gehabt oder irgendeine andere Hecklauch. Wie dann trotzdem irgendwie... Ach nee, das Ding ist gerissen, ne? Oder aufgelöst. Das ist aufgegangen, glaub ich. Dumm, ne? Ja, na gut. Aber wieso... Wieso... Du hast doch jetzt... Ich sag auf... Ne, 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 ne. Wir müssen... Nein, 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 nein. Wir sind gerade in ein dunkles Loch gesprungen. Nur eine Frage. Wie? Du landest auf einem Planeten. Ja? Weiß nicht, was da ist. Kennst diesen Planeten nicht. Es ist alles neblig, verschneit und keine Ahnung. Und bist plötzlich in so einer Fabrik, wo du merkst, hier läuft nicht alles gerade. Hier liegen auch noch irgendwelche Körper auf dem Boden rum. Und dir fehlt wirklich nichts Besseres ein, als zu sagen, auch in den Fahrstuhlschacht. Da springe ich jetzt mal rein. Was könnte passieren? Gebrochene Beine. Naja, da kommt der Nächste und halt mich. Ne, du hast ja recht. Aber irgendwann haben wir vielleicht gar keine andere Wahl mehr. Wir machen bestimmt noch schlimmere Sachen, als in so einen dunklen Schacht springen. Wo wollten wir jetzt hin? Ach, zu dieser Sicherheitstür, ne? Genau, wo wir eben schon waren. Ganz oben. Boah, jetzt wacht bestimmt einer auf. Jetzt ist da bestimmt einer. Ne? Die heben sich das gut auf. Ja. Okay, aber jetzt ist es nur noch ausprobieren, meinten sie ja. Aber ich verstehe gar nichts. Ah, das ist der Schlüssel, ne? Der muss da irgendwie rein. Ach, das ist quasi... Ah. Ein Diederich. Aber passiert gar nichts, oder? Wenn du es drückst. Sieht nicht so aus. Oder? Ah, warte mal. Warte mal. Ach, du passt... Ach, jetzt sehe ich es oben erst. Du passt ja hier diesen Schlüssel dafür an. Interessant. Das sieht gut aus. Ne, der letzte stimmt irgendwie noch nicht, ne? Okay, jetzt ist alles kaputt. Ach so, ich dachte, ich muss die auf eine Linie bringen. Ne, ich denke, du musst die so anpassen, dass die zu den Bolzen passen, oder? Ja, 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 okay. Aber der erste stimmt schon mal. Der erste stimmt. Der zweite muss vielleicht... Der muss ein Runde. Ja, würde ich auch sagen. Der würde ich sagen jetzt zwei Runde. Und dann der dritte wieder ein Runde, oder? Ja, ich probiere das mal. Das sieht gut aus. Oh, hä? Was? Ging nicht? Hä? Ach du... Okay. Okay. Musst du die alle nach unten drücken, oder wie? Aber die... Also, die Vorhaben ist schon mal richtig. Ja, vielleicht noch ein Runde? Jawohl. Ah, nee, warte mal. Die müssen alle nach unten. Alle. Alle noch einen nach unten. Den einen hast du schon? Mach die anderen auch noch mal einen. Und den hier? Ja, würde ich auch sagen. Alle einen nach unten. Ne, aber der... Erste ist... Also, sollen die denn ganz nach unten, die Bolzen? Wahrscheinlich schon, ne? Da muss der Erste tatsächlich noch mal einen weiter nach unten. Einen oder zwei? Das weiß ich nicht, Mann. Ich probiere es mal so. Ich dachte, ich raffe es, aber jetzt raffe ich es irgendwie doch wieder nicht mehr. Ich würde es einfach noch tiefer machen. Ne, pass auf. Der muss einen hoch. Der muss einen runter. Der muss einen runter. Also, der Erste muss auf jeden Fall auch noch mal runter. Ja. Aha. Der Zweite ist auch noch nicht ganz, ne? Irgendwie. Ja. Muss der hoch wahrscheinlich, ne? Weiß nicht mehr. Ja. Weißt du? Na, siehst du, er hängt so. Und der ist auch noch zu tief, oder? Also, ich weiß nicht genau, was du erzeugen willst. Ich dachte, der... Alle auf einer Ebene. Warte mal. Ach ja, okay. Ja, natürlich. Klar. Die Bolzen unten auf einer Ebene, ne? Ja, da muss der Zweite noch einen runter. Hä? Es sah richtig aus, aber... Ne, siehst du, es ist irgendwie... Warte mal. Warte. Zwei, drei und vier sind irgendwie noch mal ein bisschen anders. Ne, du musst zwei, drei und vier auch noch mal runter machen. Zwei? Mach mal die... Genau, zwei, drei und vier einen runter. Nur, damit ich's mal sehen kann, was da der Unterschied ist. Ja! Oder? Nein. Okay. Sehr gut. Jetzt haben wir das ehrlich gerafft, wie es geht. Aber alle müssen unten... Diesen Strich, also quasi, das muss eine Linie bilden. Boah, Alter. Komm mir vor, wie hieß der Träger? Ne. Ich weiß nicht, hast du eins. Tür eins. Tür Nummer zwei. Ach, ja klar. Und der Zong wartet hinter Tür Nummer drei. Ich geb dir ein 100 Euro. Ah, warte mal, okay. Hier dürft ihr wohl Lazarett sein in der Mitte, oder? Äh, ja. Und das rechts... Ne. Steht auch nichts drauf. Was... Was wollten ihr erreichen? Äh... Ich hab keine Ahnung, um echt zu sein. Wir gucken uns aber einfach erstmal um. Das konnten wir nicht. War auf der anderen Seite auch eine Tür. Ja. Ach komm, ich geh einfach mal jetzt hier rein. So. Da gibt's doch was zum abgreifen. Gut. Was haben wir jetzt hier? Ostflügelschlüssel. Natürlich nehmen wir jetzt alle Schlüssel, die wir jemals finden werden. Kriegen auf jeden Fall einige. Aha. Boah. Fuck. Verhört. Echt. Liebe Leute. Oh. Fünfzeiten. Subjekt Arbeiter S23A6514. Chen Wilhelm. Schlechtloss Schleichhandelware im Schließfach. Ergebnis Geständnis. Strafe. Kein Essen. Drei Zyklen. Das ist mir eben schon mal aufgefallen. Ähm. Ach, guck mal hier. Legal. Wong, Michaela. Legal. Das ist ein Radius. Ergebnis Geständnis. Zwei Zyklen. Was meinst du? Dass sie... Zwei Zyklen... Man sagt nicht zwei Tage, man sagt nicht zwei Wochen, man sagt nicht was, man redet in Zyklen. Nur was ist ein Zyklus? Ja, genau. Und das macht es halt noch viel schlimmer. Wenn man überhaupt nicht weiß, ist es ein Jahr, was heißt das? Elegale Nutzung eines Radios von Wong Wolfgang. Also sie heißen alle Wong mit Nachnamen, oder? Warte mal. Ja, aber allein, dass sie Wolfgang und Michaela Wong heißen, also übrigens beide, wären des Verhörs verschieden. Ui. Strafe, keine. Obszönität gegen den Staat. Also es ist auf jeden Fall ein sehr oppressive Regime hier. Während des Verhörs... Vor allen Dingen die Obszönität gegen den Staat, das kann ja auch einfach nur dieses eine Wort sein, das verboten ist. Ja. Ja. Das reicht schon. Strafe, doppelte Arbeitsstichs, zwei Zyklen. Also wer ist... Unbefugter Zutritt von Juan Emil, Emilie. Während des Verhörs verschieden. Ei, 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 ei. Okay. Diese Verhörräume würde ich gerne mal sehen. Zu wem gehören wir, Simon? Stell dir vor, wir sind auf der Seite. Ja, ne? Ja. Wandresorkombination. Mir ist zur Kenntnis gelangt, dass mindestens ein Arbeiter... Was? Das hatten wir doch schon gehabt, oder? Alle Arbeiter, die diese Sicherheits- und Lochenverhörung machen können. Hm. Aber wahrscheinlich liegt das überall rum. Einweg-Elektro-Schocker. Natürlich. Und da ist das Handbuch. Ja, wahrscheinlich, dass wir immer ne nehmen und rücken. Aufgrund jüngster Ereignisse sind alle Personalmitglieder der Anlage dazu aufgefordert, sich mit dem Einsatz von Elektro-Impulsgeräten vertraut zu machen. Wir haben dafür eine Ladung EIG-2-Elektro-Schocker zu Übungszwecken erhalten. Bitte konsultieren Sie das beigefügte Handbuch für mehr Informationen. Der EIG-2-Elektro-Schocker ist eine nicht-detale Einweg-Nahkampflösung zum Außergefechtssetzen von unkooperativen Individuen. Hast du dich manchmal so gerne. Das ist schon geil ausgedrückt. Er kann im Inventarbildschirm in den Werkzeug-Slot ausgerüstet werden. Ausgerüstet wird er links unten im Inventarbildschirm angezeigt. Der EIG-2-Elektro-Schocker kann unterwegs mit einer Hand benutzt werden, sogar beim Zielen einer Waffe. Um einen ausgerüsteten Elektro-Schocker zu benutzen, drücken Sie einfach LB, während Sie in Richtung eines nahegelegenen Feindes blicken. Vorsicht, Hochspannungsentladungen können auf Individuen in der Nähe des Ziels überspringen. Mit Vorsicht benutzen. Nicht auf Alte, Schwangere oder Individuen mit bekannten Herzkrankheiten anwenden, wenn es vermieden werden kann. Gerät nach der Benutzung fachgerecht entsorgen. Ja, ich schmeiß den dann in die Biotonne. Ja, oder wir lassen ihn einfach im Körper des Feindes stecken. So, soll ich den mal ausrüsten? Ich weiß nicht, wir haben die Pistole, was wollen wir damit? Den kann ich ja trotz Pistole benutzen. Okay. Dann da ja hin. So. Äh. Ah. Aber der hat jetzt wahrscheinlich... Na, mal gucken, ob er dasselbe hat. Äh. Meinst du? Wo hast du das? 24, 5, 1, 2. Du bist der Memory Man. Ah, war klar. Wäre ja auch zu schön gewesen. Wäre ja zu schön gewesen. Aber ich dachte, dass einfach alle Tresore irgendwie... denselben Bug haben. So. Haben wir hier noch... Ach, guck mal, das ist noch eine Akte. Nee. Das ist interessant. Nee, ich glaub hier... Gut, wir hatten ja noch weitere Räume. Ja. Generell, die Räume hier sind schon ertragreich, aber man hat selten mehr als ein, zwei tolle Sachen pro Raum. Oh, da ist wieder ein roter Monitor. Das ist... Spigerino. Und Storage, die alte Resident Evil Kiste. Hm. Wir dürfen nicht mehr als sechs Gegenstände. Das dürfen wir nicht vergessen. Also, vielleicht das Photograph weg. Wenn du mich so fragst, würde ich sogar noch den Repair Patch weg, weil... Naja, wir brauchen die im Moment nicht. Wieso? Ja. Naja, weil wir halt den Platz brauchen, nehme ich an. Also, wir haben jetzt nur noch ein Slot aktuell für Items. Das ist so meine Sorge damit. Ich persönlich würde sogar noch diese Betäubungsdinger weggeben, aber ich bin da auch kein Fan von so Elektroschockern. Simon, Sie haben uns das Ding nicht aus irgendeinem Grund zugeschusst jetzt, sondern ich glaube, um es zu benutzen. Aber, wenn das Gedäubungsdinger da ist, Alter. Ja, aber dann kannst du den direkt wieder auch wieder überlegen. Den habe ich direkt wieder hier an. So. War ich ja, ne? Überschreiben oder soll ich eine neue Datei anlegen? Kannst du überschreiben, oder? Ja. So, Simon. Dann. Bin ich wieder dran. Du bist wieder dran. Haha. Riecht Bock? Ähm. Okay, mehr ist hier nicht. Gut, gut, gut. Da ist ne Kiste. Das ist ja super Resident Evil. Weil er jetzt noch mit so Schmetterlingsgedönsel. Die Schatille ist verschlossen. Sieht aus, als ob sie einen rechteckigen Schlüssel benötigt. Hm. Okay, aber wir haben ja den Ost-Schlüssel, ne? Stimmt. Vielleicht ist der ja entweder hier, wobei, dann hätten wir den benutzt, oder es ist der hier. Das ist es. Aber. Ja, warte mal. Hier steht North Corridor und da steht South Corridor. Also. Ja, aber vielleicht geht's damit in den Osten. Ja. Aber ich würd's trotzdem schon mal bei der Tür probieren. Okay. Also, jetzt hab ich's auf meinem Monitor gezeigt, wenn du weißt, welche. Ja, ja, ich geh. Die gelbe Tür, die links, äh, direkt links. Genau. Ostflügel benutzt. Geil. Ich mag es, wenn man nicht viel laufen muss. Da ist die Müllabfuhr aber auch schon lange nicht mehr da gewesen. Und wer kackt denn bitte hier in die Ecken? Das ist doch ekelig. Ja, vor allem guck mal, wie viel Blut da unten ist. Ja, ähm. Als ob da so ein Putzroboter das Blut überlegt. Kurz vorm Klo in die Hose gekackt. Ja, das ist, äh. Oder in die Ecke gekackt. Auch interessante, äh, guck mal, äh, nur so typische Plumps-Klos, ne? Da liegt, uh. Kulturell, äh, aber direkt vorm Klo. Kulturell deutet das ja alles auch immer auf bestimmte Kulturkreise hin, so. Ist da jemand drinnen? Schieß sie, schieß sie auf, wollte ich sogar sagen. Da ist noch eine Tür, ne? Naja, gleich, gleich. Achso, du würdest ja sagen. Der Simon will doch erstmal zu seiner Kiste. Oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Martin, was hast du denn gemacht? Ja, ich hab einen davon jetzt zurückgegeben, aber das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Also das ist keine gute Tür. Das seh ich jetzt schon mit dem ganzen Blut davor. Oh, oh, noch ne Knarre. Ne, ein Reparaturspray. Werden wir sicher bald brauchen. Munition. Also Munition haben wir einiges bekommen mittlerweile. Wenn man überlegt, dass wir erst einen Gegner hatten. Können wir ja richtig schön ballern heute. Ja, oder? Manchmal sind wir hier, ballern. Weil ich es aber toll finde, dass es hier nicht zu actionorientiert ist. Ja, da kommst du vorbei, geil. Ah, da ist sie aus der Cutscene. Okay, was machen wir denn? Ich muss gerade mal gucken. Kannst du sie vielleicht von hinten mit dem Ding schocken? Ich weiß offengesagt nicht, welchen Button ich da eigentlich drücken muss. LB. Wie bitte? LB. Okay, das war ganz gut. Alter, siehst du den Klub in der Ecke? Ja, ich seh's, ich seh's, Mann. Darf man da... Geh doch nicht hin! Ja, aber wir müssen doch uns das angucken. Und warum hackt die da auf diese armen, auf diesen Brocken herum? Das sieht aus wie bei Possession. Ups, 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 ups. Moment. Nein, ich wollte hier auch gar nicht hin. Machen wir gleich. Komm, ich geh da jetzt mal hin. Es, es atmet. Da haben wir hier schöne Alien. Oder ja, Possession hatte auch so ein fieses Ding in der Kammer. Mensa-Schlüssel, merken wir uns mal. Die Messer können wir nicht benutzen. Da kommt jetzt das... Hast du das andere Ding noch? Ähm, du meinst den anderen Schocker? Ja. Leider nicht. Soll ich den holen, schnell? Komm. Hattest du zwei Schocker? Ich hab zwei, ich hab einen zurückgegeben. Aber jetzt ist vielleicht der Moment. Dafür sind die ja vielleicht auch wirklich da. Komm, kleinen Umweg stört keinen. Okay. Dann noch nach rechts. Ja, noch sind wir halt nicht Rambo, ne? Also... Ja, ich find's aber auch schön, wenn so ein permanentes Bedrohungsszenario aufgebaut wird. Warum nicht? Ich mag das schon. Ich mag's gar nicht so die ganze Zeit nur ballern. Das ist ja irgendwie... Da gibt's andere Spiele für. Ja. Wie wir gestern erfahren haben. Na ja. Da ist zu, okay. Ich dachte am Anfang, es ist vielleicht ein Grafikfehler. Aber dass die so vibrieren, gehört dazu. Wer vibriert, meinst du? Da, hier. Dass diese Leiche so komisch... Ach so. Ja, vibriert. Anders... Ich weiß nicht, wie ich's anders sagen soll. Ja, Gott sei Dank hast du's noch geschafft. Ja, wir haben ja eben schon gedacht, das wird gleich blöd. Ich glaub, das Wichtigste ist wirklich nachtreten, sonst stehen die wahrscheinlich wieder auf. Der Mensa-Schlüssel, genau. Wir haben ja eben die Mensa gesehen schon. Den Raum. Da sind noch ein paar Zettel. Zettel. Wichtigste. Ah. Datum. Holständiger Projektor. ID der anfragenden Einheit. Fliehenpersonal, Arbeitsquartiere. Aha. Raumkarte. Aber, ach, das ist eine Wartungsanfrage. Jetzt verstehe ich. Es geht um ein Raumkartografie-Modul. Anmerkung. Mein Kartenmodul ist immer noch defekt und zeigt keine Kartendaten an. Ich verlaufe mich ständig auf dem Weg zur Arbeit und zurück. Ich musste letzten Zyklus in einem Gang schlafen, weil ich den Weg zurück zum Personalaufzug nicht finden konnte. Bitte, ich komme hier nicht ohne eine Karte zurecht. März. Okay, aber das bedeutet ja, dass ein Zyklus jetzt doch nicht so lang ist, oder? Und auch komisch, ne? Weil, ja, wahrscheinlich schon. Aber diese Dinger, diese Namen sind doch alle weird, ne? Also 5, März. Adler. Und alle anderen, genau. Und alle anderen heißen aber so Chang oder Wang. Aber das kommt deiner Euasien? Hast du das sowieso? Ja, die haben es ja Euasien genannt. Oder ich kenne es als Eurasien. Europa und Asien, die irgendwann zusammenkommen. Was ich für unwahrscheinlich halte. Aber in so Sci-Fi gibt es das ja häufig. Wenn sie einfach ein Gegenprodukt zu Amerika suchen, dann ist es immer Eurasien. Und die bewegen sich. Also die, die, die patrouillieren. Schieß nochmal. Ja, ich, ich. Ah, siehst du, sobald man wartet, auch doch nicht. Warum hält das so viel aus? Scheiße. Also es ist wohl so, ich hab's jetzt ein bisschen verballert, aber wenn dieser, dieses Quadrat immer kleiner wird, ist dann so ein bisschen die Zielgenauigkeit besser. Und dann scheint es auch mehr reinzuhauen. Und war deine Ziel, war das Quadrat sehr klein, als du den ersten abgeballert hast? Ja, da ist es ganz klein geworden, da hab ich getroffen, da ist er direkt umgefallen und danach brauchten sie zwei. Ich fand's jetzt aber auch nicht, also ich hab jetzt nichts verballert, aber es war schon, hätt schon besser gehen können. Nächstes Mal. Naja, guck mal hier. Ist ja egal. Ja, ich seh nur deinen kritischen Blick. Wieso? Ne, normalerweise werd ich für sowas angemeckert, weil ich zu viel Munition verstehe. Nein, 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 nein. Der Fabian ist da zum Beispiel ganz, ganz kritisch. Ja? Ja, wenn die Kiste nicht aufgeräumt ist oder die Munition verballert wird, da kriegt der richtig Pickel. Ja, wirklich, der ist da ganz schlimm. Ja, aber. Und Gregor und ich lieben es, ihn zu triggern. Oh. So schätze ich ihn auch ein. Oh. Storch. Du siehst nicht so aus, als ob du hierher gehörst. Das hören wir öfter. Du bist doch eine Ältereinheit, oder? Diese Anlage ist momentan im Lockdown. Du solltest nicht hier sein. Krass, die ist auch viel größer. Krasse lange Beine. Ich würd mal gerne sie sehen. Und hat sie da einen Kalaschnikow auf der Schulter oder was ist das? Ja, Schrotflinte, würd ich sagen. Aber keine Laserwaffe. Einfach eine Standard-Kommandantin. Sie ist krank und alle anderen werden auch krank. Siehst du? Sie redet also mehrfach. Das ist so ziemlich alles, was ich dir darüber weiß. Ich bin mir sicher, der Administrator weiß mehr. Aber wer weiß, wo der gerade ist. Okay, ein letztes Mal. Ich geh da nicht raus. Ich warte hier auf neue Befehle. Bis dahin geh ich kein Risiko ein. Die macht's eigentlich richtig. Westflügel. Oh, geil, Alter. Ein Schlüssel. Ich liebe es, wenn du so von Schlüssel zu Schlüssel kommst. Soll ich den eigentlich benutzen oder noch warten? Aber musst du den? Ja, benutzt den nochmal, oder? Ich mein, wir haben ja eh noch zwei in der... Ich hab jetzt aber... Ah, doch blau. Ich dachte schon grad, es hat nichts gebracht. Also, wir haben ja noch zwei in der Kiste. Und wurden ja eben auch ein bisschen... Bevor wir in die Kiste kommen. Genau. Äh, so. Aufgrund der jüngsten Ereignisse werden manche Sicherheitstechniker sowohl Arbeits- wie auch Nachtschichten übernehmen müssen. Hey. Bis eine funktionierende Behandlung gefunden wird oder Verstärkung aus Heimat geschickt wird, müssen wir alle stark sein und unser Bestes tun, die Anlage sicher zu halten. Scheitern ist keine Option. Storch 7. Ja. Storch auf so ein gutes Wort irgendwie. Behalte die Administratoren-Einheit im Auge. Seit dem Vorfall verhält er sich seltsamer als sonst ohne. Die Kommandantin, die ihm sonst im Zaum hält, sind wir auf Kolibri angewiesen. Wieder neue Bezeichnungen. Es wird immer verwirrender und komplexer und... Okay, also es gibt eine Krankheit. Diese Krankheit macht wahrscheinlich diese Matschwesen. Oder erzeugt diese Matschwesen. Ja, vielleicht werden die auch irgendwann einfach wahnsinnig... Und da ist schon wieder eine. Ja, okay. So, jetzt probieren wir das mal mit dem Anvisieren. Hm, okay. Aber das hat schon eine Zusammenhang. Aber hier hat es jetzt nicht so funktioniert. Was ist das? Oh, wieder Toiletten. Zerteilten Schlüssel. Zerteilten Schlüssel, ja. Und jetzt würde ich mal... Nehmen wir... Gehen wir ins Menü. Und genau das. Was denn? Das... Ach so, den Gepärespray mit dem... Ja, kombinieren mit dem Schlüssel, ne? Dann brauchen wir wahrscheinlich nur einen zweiten Teil. Schlüssel, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Und wir haben ja auch keine Plätze mehr. Ich würde jetzt auf jeden Fall auch nochmal... Zur Kiste. Ablegen, ja. Bisschen was ablegen, ja. Jetzt machen wir erstmal die Tür auf. Und das heißt dann wahrscheinlich auch wie immer, dass wir dann da auch weiter müssen. Aber ich würde schon gerne noch zu der Kiste. Dann geh doch mal zu der Kiste. Ich weiß nicht mehr genau, die ist hier. Alter, ist die weit weg. Okay, dann gehe ich doch hier durch. Ja. Man hat immer so auch die Raumangst. Raum vergessen zu haben. Oh, warte. Bevor ich irgendwas mache... Scheiße, sorry. Äh, muss ich... ...nachladen? Ne, nehmen wir erstmal den, ne? Der kommt. Es kommt schnell. Oh, das war knapp. Da noch was? Ne. Uiuiuiuiuiui. Alter, jetzt werden die aber alle gerade anstrengend. Ich will doch nur... Na gut, das war es mir aber wert. Aber manche gehen irgendwie... Mhm. Na, ich bin noch blau. Alles gut. Aber hier waren wir schon mal. Ja, ja. Klar, wir haben eben nur die eine verschlossene Tür aufgemacht und sind dann zurück. Und kommen jetzt wieder zu den... Genau, hier zu den Ecken. Da kannst du doch deine Kiste ablegen, oder? Genau. Ja, alles klar. Ich leg den mal ab. Soll ich den Broken Key so lange ablegen, bis wir den anderen gefunden haben, oder was meinst du? Ja, ich weiß nicht. Ja, ja. Also ich könnte mir vorstellen... Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn du jetzt den anderen Key, also das andere Stück findest... Ja, ist recht. ...dass du dann halt direkt das Repair-Spray brauchst, um es halt zu reparieren und dann was zu öffnen. Aber vielleicht kannst du die Waffe nachladen. Genau, und das legt dann die Muni weg. Weil wahrscheinlich werden wir ja auch Munition wieder finden, oder? Ah, du hast recht. Du hast recht, der Rest. Ja, das ist eine gute Idee. Wir haben ja auch noch diese Elektroschocker. Also die funktionieren ja auch nochmal. Aber während wir speichern, können wir ja mal kurz eine kleine Werbeunterbrechung machen, oder? Hau raus. Immer noch im Eis, immer noch unter Tage, immer noch verwirrt. Simon und Schröck spielen Solaris. Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. Wir haben gerade ein wenig unser Equipment wieder abgespeckt. Stimmt, wir haben ein bisschen abgelegt. Wir wollen uns jetzt mal in den Westflügel begeben, wenn ich das richtig in den Ohr habe. Ja, geil. Hoffentlich sind da tolle Sachen und nicht etwa Kanye West. Das wäre aber, da würde jetzt keiner mit rechnen, ne? Der Kanye West da jetzt wäre. Du musst, sei bei ihm irgendwie den Flügel. I would not say what your doctor it was. What do you want to do with the doctor? Er gibt es dieses, Entschuldigung, ich muss es kurz sagen, er gibt es in seinem Video. Es ist ja alles mega traurig mit Kanye West, ne? Ist ja klar. Und der Typ ist durch. Aber da gibt es dieses Video, wo ich echt schon lachen muss, weil er erzählt irgendwie, dass er ja auch beim Doktor war und der war Doktor und darf aber nicht sagen, was für ein Doktor. Und dann redet er die ganze Zeit und will die ganze Zeit sagen, was für ein Doktor. Und du weißt, jeder weiß, was du sagen willst. Und am Ende sagt er es dann trotzdem. Alter, das ist so South Park. Sein Blick auch dabei. Es ist unfassbarer Moment. Aber ich muss auch sagen, ja, es ist natürlich situationskomisch so. Ja, es ist halt nicht zum Lachen eigentlich. Es ist aber wirklich eigentlich nicht zum Lachen beziehungsweise eigentlich sollte man den Mann völlig in Ruhe lassen. Also er sollte gar nicht mehr diese mediale Aufmerksamkeit bekommen. Hier, vielleicht da oben. Hier links. Also da, wo die gelbe Tür ist. Lass gerade einmal kurz, warte mal, wie komme ich genau? Ähm, West Wing. Genau. Kann sein, kann genauso gut sein. Da musst du jetzt nach links gehen. Ich dachte nur, da wäre ich eben schon gewesen. Aber vielleicht habe ich das auch verpasst. Nee, doch. Entriegelt. Achso. Vielleicht dann die andere gelbe Tür, die weiter unten ist. Ja, ich denke, aber wir kommen wie gesagt am Ende eh wieder da oben lang. Wir gehen jetzt unten lang, einmal links, dann hoch. Dass die alle liegen bleiben, macht mir Gedanken, dass man da vielleicht doch nochmal, dass die nochmal aufstehen. Ha! Diese scheiß Kameras, Alter. Ah, der wäre, irgendwann kommen wir zum Minenschacht. Ja, und irgendwann kriegen wir auch einen Administratoren-Schlüssel. Das wurde uns jetzt, glaube ich, schon zweimal gesagt, dass wir so einen haben. Er wurde ein bisschen geteased, ja. Da könnte ich jetzt mal mit Anfleischern, ja. LB. Shit. Mann! Ach. Mann, das ärgert mich jetzt gerade. Ich habe ihn eben noch abgelegt, glaube ich. Wie dumm, ey. Wie dumm von mir. Ist es okay, oder soll ich Neustart? Hau rein. Ich mag deine Einstellung. Komm, was soll's. Also, wir reparieren uns gleich. Aber es ärgert mich schon. Das ist so, das muss nicht sein, so was. Die nehmen uns aber auch nicht so viel Schaden ab. Bislang nicht. Aber du hast keinen mehr, also sei vorsichtig. Oh, siehst du? Ja, ich habe es doch gesagt. Willst du das jetzt machen? Während das Vieh da steht. Ja, ja, man muss ja. Okay, doch nicht. Man muss den einfach nur zusammenlegen. Mit dem Schmetterlingsflügel. Da kommen wir in diese Truhe rein. Alles klar. Bang! Das Gezappel erinnert mich wirklich sehr an Silent Hill. Da gibt es ja auch diese zuckenden Leiber immer. Ja. Die einen ganz schön verstören. Ich finde auch geil, dass die alle so gesichtslos sind. Da ist ein Elektroschocke. Ah, okay. Okay, Durchsuchungsprotokoll. Schlagnachende Gegenstände. Uhrring. Schlafstall A16. Politischer Ethik, Unterricht, Arbeitsplatz, festgenommen im Zuge der laufenden Ermittlungen, gestohlenes Radio. Ursprünglicher Transfergrund, kontrarevolutionäre Aktivitäten. Es gibt eine Uni. Ja. Wang Julia. Beschlagnahmte Gegenstände Medizin. Ach, das sind wieder so, okay. Verdacht auf Bioresonanz. Beschlagnahmte Hydro, 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 Xy, Carbi, Carbamid. Habe ich extra nicht vorgelesen, dachte ich, das lasse ich dir. Beschlagnahmte, beschlagnahmte Hydro, oder heißt es Hydroxy, Carbamid. Hydroxy Carbamid, wurden zum Krankenflügel geschickt, Sonderaufsichtsanfrage wurde an Kolibri weitergehalten. Also die Kolibri wirkt auf mich wie die Spezialpolizei, so die Stasi oder so. Weißt du, oder nee, das hatte die Dame, die Dame, die da in dem Raum stand, gesagt. Genau, ja. Kosmetikschachtel, oh, mit Schmetterlingseinlage, das ist die, aus Erschöpfung am Arbeitsplatz zusammengebrochen, Koje wurde durchsucht vor dem Transfer zum Krankenflügel. Das ist die Info, die wir wollen. Füllfederhalter, Schlafsaal A22, Minenaktion. Das ist unfassbar, wegen dem Füllfederhalter. Heinrich. So. Damit können wir jetzt die Kiste öffnen. Machen wir gleich. Vorher aber, oh, wir haben doch einen Schocker. Siehst du, und sie? Oh, wollte ich eigentlich nicht, aber das sind jetzt, Alter, die Räume werden auch immer unangenehmer. Und das sind aber jetzt die mutierten Varianten von diesen schlachsigen Langbeinern. Ja, die wir wahrscheinlich eben im Original gesehen haben in dem Raum. Ja. Und hier sind Käfige. Das ist ja auch krass. Reparaturspray plus. Jetzt haben wir mehrere davon. Ein ringsüßer Körper liegt im Käfig. Na, krass. Muss das wirklich sein? Da ist der, äh, Verhörraum. Frequenz. Oh, das ist wahrscheinlich wichtig. Soll ich ein Foto machen? Ja, oder? Falls wir das nicht, keinen Bock, das später nochmal suchen zu müssen. Ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp von euch gewesen, das Spiel. Muss ich echt sagen. Ist eine sehr interessante Geschichte, die hier abgespielt wird. Ja. Und auch visuell ist in jeder Hinsicht irgendwie ein cooles Ding. Sehr beeindruckend irgendwie. Und ich hab's überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt. Aber da kannst du wahrscheinlich durch, oder? Ja, aber es ist wahrscheinlich nur die Abkürzung. Tür entriegelt. Ja, siehst du es hier. Abkürzung. Ja, geil. Aber das ist ganz gut. Wir gehen, glaube ich, gleich nochmal zurück und gucken nochmal, was wir da, da waren bestimmt noch Türen. Es ist immer so schön, wenn man im Hintergrund hört man den, äh, Florentin schreien. Ne, warte mal, nimm nochmal so ein Reparatur-Pack, oder? Du wurdest ja jetzt schon ein, zweimal ordentlich gebeutelt, oder? Zweimal. Ich weiß nicht genau. So. Gelb, ja. Ja, ich denk schon, oder? Jetzt kann man mal einen nehmen. Na? Wollen wir mal ganz kurz. Stellt eine mittlere Menge Gesundheit sofort wieder her. Ach so. Ich denk bei diesem Reparaturspray die ganze Zeit, da musst du halt irgendwann was reparieren mit. Aber du bist selbst wahrscheinlich ... Du kannst dich hier ja reparieren. Dumm. Ja, ich hab noch nicht so ganz hundertprozentig verstanden, dass es sich wirklich hier um ne ... Ah, okay. Dann hol ich jetzt die Moni auch mal. Um so ne Maschine handelt. Ich dachte einfach nur Klon. Na ja, Replika, ne? Also, da ist Ammo, ne? Die Musik ist cool. Ja. Richtig schöne Safe-Raum-Musik. So muss das sein. Ähm, ausrüsten, genau. Aber dieses Spray ist dann so gesehen Medipack, ne? Also ... Ja, genau. Ein stärkerer Medipack. Ich mach mal einen anderen Spielstand. Weil ... Dann sollten wir vielleicht ja doch eins dabei haben. Also, bisher, find ich, kam mir eigentlich super klar. Okay, dann ja. Ich mein, du bist jetzt immer noch gelb, ne? Aber gelb ... Ach so, weil wir eigentlich blau brauchen, ne? Ja. Ja, okay, gut. Ich würd jetzt aber nicht so ein Repair-Ding nehmen. Wenn, dann würd ich noch so ein Patch nehmen. Ja, du nimmst so ein Patch. Aber du hast recht, das war alles nicht so geil bisher. Moment, ist sie jetzt? Jetzt ist sie ... Ja, jetzt wird sie blau. Ja, da wird natürlich noch mal gespeichert. Sollte man das denn jetzt ... Das ist so, das ist so echt alte ... Weiß ich nicht. Alte Adventure und ... Auch so Quicksave, Quickload-Style. Ja, Playstation-1-Zeiten. Ja, wobei, ich weiß noch, ich hab noch damals XCOM auf der Playstation-1 mal gespielt. Da hat das Speichern so fünf Minuten gedauert. Da hast du dir gut überlegt, dass du nicht vor jedem Schuss gespeichert, sondern nur, wenn wirklich Shit gut gelaufen ist. Und das war eigentlich genau richtig. Genauso müsste man es eigentlich spielen, aber grad bei XCOM geht es bei mir nicht. Ähm, okay. Butterfly-Key benutzen. Ui. Okay, das ist sehr Resident Evil wieder. Ein mysteriöses Artefaktlied in der Tafel der Ewigkeit. Alter. Ha! Wieder woanders. Aber wieder dieselbe? Ich denke, wir spielen die Replikas verschiedene Replikas zu verschiedenen Zeiten. Also es ist irgendwie das, was ich daraus lese. Geil, ey. Und diese Kamerawechsel finde ich total toll. Das ganze Spiel würde ich nicht in der Optik spielen wollen, aber so, dass es so ab und zu dazu kommt. Nee, dadurch würde es auch, glaube ich, einen Flair verlieren. Oh, hier, das sind diese. Ah, das ist, was ist das? Sieht aus wie Spezialschloss. Auf der Vorderseite ist sowas wie ein Lautsprecher oder Mikrofon montiert. Ich kann ja aber auch gar nichts manipulieren. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich kann ja nichts eingeben. Aber das war ja 160.000. Ja, ne, welche für was das stand? Oh, für gar nichts. Für gar nichts. Hm. Okay. Dann stehen wir vor einem Rätsel. Was ist das auch eigentlich? Eine Antenne? Ein Sender? Komischer kleiner Raum. Aber guck mal, da auf der Tür steht vielleicht auch noch was. Naja, ich geh da auch gleich noch hin. Rotfront. Also, es ist sowas von Eurasien. Interplanet Terrorstation 06. Okay. Wir kommen da. Ja, oh, voll gemütlich. Haben die das in derselben Engine programmiert? Ja, oder? Das sind beides, ist beides dasselbe Engine. Würde ich jetzt mal sagen. Dafür funktioniert die aber gut, für beides. So, was würdest du zuerst nehmen? Ach ja, jetzt kann ich hier so. Implika Radio Modul. Ja. Ich dachte, es ist verboten. Oh, jetzt kommt vielleicht auch, genau. Hoch im Inventarbildschirm drückt. Okay. Vielleicht muss ich jetzt die 160 mal eingeben. Auf bestimmte Frequenzen gestellt. Okay. Bla, 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 bla. Radioübertragung 50. Ja, ja, erkennen wir doch alles. Linkes Ohr. Inventarbildschirm nach oben drücken. Einstellen. Wenn das Radio auf einen Sender mit einem Hilfsträgersignal gestellt ist, leuchtet das Feld Signal auf. Wenn das Radio auf einen Sender gestellt ist, der einen Datenstrom überträgt, leuchtet das Feld Data auf. Und die übermittelnden Daten werden im Transkriptionsfeld in der unteren Hälfte des Bildschirms angezeigt. Okay. Gucken wir uns gleich auch an. Den, ne, Rechner geht nicht. Okay, wir haben es verstanden. Hier sind auch wieder die verbotenen Bücher. Die verbotenen Bücher. Kann ich mir nicht mehr angucken, aber wir wissen es ja. Vielleicht waren sie aber zu der Zeit, in der wir uns jetzt befinden, nicht mehr verboten. Stimmt, ne? Oder nicht verboten. Ja, vielleicht ist es mit der Zeit auch Quatsch, aber was ist die normale Post? Funkoffizierin Iris Jung. Fernmeldestation Rotfront West. Guck mal, meine alte Einheit. Totalversand. Liebe Iris, ich hoffe, es geht dir und Ariane gut. Ich habe mit den Beamten bei Aeron gesprochen und sie stimmen mir zu, dass es am besten für Ariane wäre, eine Schule in Sektor C zu besuchen. Ich habe ein extra Zimmer, in dem sie bleiben kann, bis sie ihren Abschluss hat. Ich weiß, ihr zwei seid unzertrennlich, aber wir wissen beide, dass es am besten für deine Tochter ist. Wenn sie eine normale Erziehung in der Stadt erhält. Alles Liebe, deine Schwester Camilla. Das fand die Mutter, glaube ich, nicht gut. Da hat die, glaube ich, keinen Bock drauf gehabt. Guck mal, ob da hinten noch irgendwas... Da ist eine Tür noch, ja. Ist wahrscheinlich eh eine Toilette oder ein Schlafzimmer. Oh, sie hat die Tür aufgelassen. Die ganze Wärme geht raus. Okay, lassen wir es einfach so. Vielleicht kannst du da hoch? Nee, ne? Klettern? Ah, hätte sein können, aber nee. So, ich glaube, wir müssen jetzt die Frequenz hier mal einstellen. Und dann kriegen wir wahrscheinlich die Infos. Achso, 160. Ich wette, das öffnet uns die Tür jetzt. Wie kann ich... So, die merkst du dir jetzt bitte? Ja, ich weiß auch gar nicht, warum sie das alles tippen. So, was soll ich denn damit machen? Vielleicht einfach mal das so jetzt so lassen? Ah. Ah, okay. Das ist natürlich cool. Oder auch nicht. Ah, es ist einfach nur eine fiese, düstere Treppe. Ja, man scheint mehrere parallel zu spielen, doch. Ja. Okay. Oh, was ist denn das hier? Haben wir das schon hier rechts unten im Bild? Ah, das ist nur das Logo, ne? Ja. So. Was für eine Karte haben wir jetzt nochmal? Haben wir überhaupt eine? Wir waren hier links, ne? Wir waren im Northwest Corridor. Und dann hier in den Interrogation, Isolation. Da war links ist zu. Duschen, Registry, Lockers. Da waren wir überall. Und wir suchen ja eigentlich diese Administratoren-Geschichte. Gerade mal gucken, was wir an Items haben. Genau. Das ist auf jeden Fall die seltsamste von allen. Etwas Weiches und Feuchtes umschließt. Haben wir irgendwo gesehen, dass man das irgendwo platzieren konnte? Das wäre jetzt auch mal eine erste Frage, genau. Ich meine, da ist immer noch ein Raum, aber da kommen wir nicht rein, ne? Du meinst den grauen hier? Ja. Na, gucken wir gleich mal. Haben wir noch nicht getestet. Also graue Räume sehen wir sonst keine mehr. Doch hier, was ist das? Log A7. Warum sind das so viele? Vielleicht ist das hier eine Wand oder so. Hm. Das können wir auf jeden Fall gleich mal machen. Einfach mal runtergehen. Aber vorher lass es erst nochmal hier in die Registry. Da ist auch noch was Graues. Graue Türen kann ich überhaupt nicht leiden. Wirklich. Von Natur aus nicht. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal zu der anderen Grauen. Grau? Da unten war noch eine, glaube ich. Shit. Ich wusste es, dass die irgendwann aufstehen. Es war mir so klar. Aber die kann man ja jetzt umgehen. Okay, jetzt wissen wir die auch. Und da waren wir, dafür haben wir nichts, oder? Nö, ich denke da, genau, brauchen wir die Administratoren-Geschichte. Dann sind wir mit diesem Komplex wahrscheinlich auch fertig. Weil dann, also wir haben noch den Aufzug natürlich. Okay. Haben wir denn... Haben wir denn... Also ich meine, jetzt wo das Ding offen ist. Ach. Achso, okay. Ne, ich dachte auch, wir haben die Karte nicht. Was meinst du? Wo was offen ist? Naja, wir haben ja jetzt gesehen, wie diese Tür geöffnet worden ist. War das wirklich die Vergangenheit? Beziehungsweise, wenn es die Vergangenheit war, ist die Tür auf? Müssen wir vielleicht da hin? Also ja, nur war das eine Tür, die wir hier haben? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich gucke nochmal gerade unten. Ah, deswegen. Das verstehe ich. Ah, okay. Na gut. Aber links, rechts können wir nicht hin. Zu. Hm. Jetzt ist guter Rat teuer. Also das Ding ist wie irgendwas hier für dieses Eternity-Ding. Das sieht schon so wichtig aus. Ähm. Wo könnten wir das benutzen? Hier ist auch noch der Wallsafe. Aber da haben wir nix, oder? Haben wir da einen Code für? Ne. Der, den wir probiert haben, der hat nicht funktioniert. Darf ich gerade mal kurz in diesem Memory-Shit gucken. Ja, oder? Ähm. Wir haben ja jetzt auch scheinbar diesen Receiver. Vorher hatten wir den gar nicht, ne? Das ist auch komisch. Frequenzen? Ne. Das ist das, ne? Ja. Ich meine, das kann man vielleicht ja mal irgendwie sinnvoll noch einsetzen. Äh, hier. Ja, mach mal. Ich wüsste nicht wie. Ne, jetzt bei dem Radio. Soll ich einfach 57 machen? Ja, mach mal 57. Ja, ich glaube, wir brauchen schon auch eine richtige Tür oder so. Ach so, wegen Save meinst du? Ja. 2045, ja, stimmt. 4512. Das ist tatsächlich der Save-Code. Komm, wir gehen noch mal zu dem Save. Weil, ich glaube... Ich sollte es mal probieren. Hier, okay. Also wahrscheinlich jetzt nicht mit dem Code, aber wir könnten den Code durchaus finden. Oh, Mann, ey. Ich glaube, deswegen muss man die Räume auch manchmal umgehen. Was ist eigentlich mit dem Poster? An der Wunderwaffen unserer Nation. Kampf gegen das Reich. Falke-Einheiten. Ja, ja. Ich mach's trotzdem... Ich geb ihn trotzdem nochmal ein. Aber wir wissen ja, er geht nicht. Ich will nur einmal... Dann könnten wir jetzt die anderen mal ausprobieren und gucken, ob da ein anderer Code bei mir ist. Ja, ja, ja. Was steht da? Was steht auf dem Tresor? Ein... Das ist wieder nur diese Marke. Tresortechnik. Bla-Mond-Tresortechnik oder so heißt. Nee, da steht ja was anderes, oder? Nee, ich mein auch nur... Guck mal. Ich kann das nicht lesen. Aber ich glaub, das ist fürs Rätsel nicht wichtig. Sonst hätten die das anders geschrieben. Okay, weil hier wollte ich mich eigentlich nochmal gucken. Weil, warte mal, ich guck mal, ob das will. Ja, Frequenzen. Kann man die einfach so durchsappen? Nee, auch nicht. Weil hier steht ja noch Sonne, Waage, Turm, Baum, Schwert, ne? Also... Genau, wir können die alle ausprobieren. Ja, ja, klar. Bin ich voll für. Ich dachte nur, vielleicht haben wir hier noch... Aber das... Das... Der erste Tresor war ja von Mond und Töchter, oder habe ich das falsch in Erinnerung? Ja, Mond und Töchter. Genau. Vielleicht ist das ja eine andere Marke, die irgendwie... Hä, das... Aber wir können die Marke ja nicht lesen. Gerade mal gucken. Hier, Wartungsformular. Ganz kurz. Das war hier, dieses Mund durch der Hose. Okay. Okay, das wissen wir ja alles. Ja. Was sollte ich hier machen? Mh... Ähm... Das Wartungsformular, war das nicht das? Ah, nee, Wann... Memorandum... Entschuldigung, geh nochmal zurück. Aber du hast schon recht, das ist ja safe, ja. Memorandum, ähm... Wann-Tresor-Kombination. Na. Okay. Aber Moment, sämtliche Radioprivilegien. Ja, siehste, die Ausstrangungsfrequenzen der Tresor-Kombination. Ja, ja, das ist das auf jeden Fall. Dann lass doch mal die anderen ausprobieren. Welche haben wir noch? 80. 80. 1. Ja, das kannst du jetzt... Oder? Nee, es ist wahrscheinlich nur die letzte Zahl gewesen. 9, 2, 5, 7, 1. Komm, probieren wir mal aus. 9, 2, 5, 7, 1. Nee. Aber interessante Rätsel irgendwie. 110. 7, 3, 0. Naja, komm. 3, 7, 7, 3, 0. Nee. Ja, aber das muss schon das Rätsel sein. Wir haben das eben bekommen, also müssen wir das jetzt auch einsetzen. Äh, 145. 145. 8, 2, 6, 7, 9. Naja. Langsam krieg ich Angst, dass es doch nicht stimmt, aber... Ach, ich, ey. Simon, wir sind saudumm. Wirklich, ich bin saudumm. So, ich sag dir, es ist 176. Wegen Baum, ne? Ach ja. Ja, wir dumm. Das Logo. Du hast extra noch gesagt, guck dir das Logo an. 4, 1, 1. 4, 1, 1. 9, 8. 9, 8. So blöd. Wir haben es doch gelöst. Ja, ne? Aber warum haben die denn auch verschiedene Tresore da? Kauf doch alles von einer Marke. Ist doch günstiger. Ja. Der ist halt vom Baum. So, welcher ist das, Administratoren? Ja, Identifikation, Krankenflügel. Ist nicht die, glaub ich, die wir brauchen. Aber es ist auf jeden Fall eine, die wir benutzen können. Aber Krankenflügel haben wir doch schon irgendwo, ne? Ansehen. Dossiert zur Benutzung des Protektorenfahrstuhls. Das ist gut. Oh, das ist gut. Dann müssen wir jetzt den Fahrstuhl nehmen, ne? Aber wohin fahren wir? Das ist ja Stuhl. Jetzt haben wir so viele Stockwerke zur Auswahl, Simon. Ach, die werden nicht alle gehen. Wenn die das einigermaßen richtig machen, dann gehen die nicht alle. Äh, rechts runter, ja. Ne, da sind wieder welche, ne? Ja. Aber die sind ja überall jetzt. Na, eigentlich, trotzdem, links war nur einer. Na, links waren nur zwei. Moment. Okay, das sah jetzt irgendwie anders aus. Ah, Mann, ich wollte dran vorbei. Da ist, glaube ich, auch noch einer, oder? Ne. Ach Gott, sehr Dank. Ja, das war jetzt nicht der beste Weg, aber man weiß es vorher ja nicht. Ja, ja. Okay. Ja, jetzt bist du mal wieder dran. Wir haben schon fast fertig schon wieder, nur noch 20 Minuten. Ähm, wo waren wir hin? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich würde zuerst so eins einfach mal das... Was brauchten wir? Protektoren-Dings? Brauchen wir was? Also, wir brauchen eine Protektoren-Karte, ja. Oder eine Art meiner... Wahrscheinlich wäre Protektoren unten am sinnvollsten, ja. Aber ich will wissen, was da bei der Eins ist. Oder ist das da, wo wir sind schon? Hä? Oh. Ah. Auch geil. Eins. Geheimexperimente. Monsterviren. Unterwäsche. Ja, äh, wir kommen nicht rein wahrscheinlich. Gut, das ist schon mal schön. Dann... Das gefällt dir, ne? Ja. Ein Stockwerk, wo wir nicht hin müssen. Äh, ja, was machen wir dann? Ja, arbeiten wir uns durch, ne? Arbeiter-Quartiere? Da waren wir eben. Dann müssen wir wohl den Krankenflügel, weil wir haben ja eine Krankenflügel-Karte, ne? Stimmt. Stimmt. Und wir brauchen ja wirklich erstmal eine Protektoren-Karte. Wahrscheinlich ist jemand im Krankenflügel, der eine hat. Oh. Oh. Was? Wo? Verliere etwa. Was? Was haben wir denn verloren? Fehler. Stromausfall. Hinweiskarte beschlagnahmt. Oh. Ja, aber... Ja, aber dafür können wir jetzt raus. Also, wir wissen jetzt, wo wir hin müssen. Stock 3. Simon, dafür können wir jetzt raus. Ich will ja nicht raus. Wir können hier nicht überwintern. Wir haben auch keinen Reparaturspray oder irgendwie sowas am Start, ne? Wir sind nicht dabei, aber wir finden auch nochmal eine Kiste, glaube ich. Ja, ich habe dich ein bisschen jetzt underpowered, habe ich dir einen Controller gegeben, aber du schaffst das. Ich gehe erstmal hier lang. Vielleicht ist hier niemand. Wie dumm, ey. Wir hatten sogar einen. Jetzt ist er weg. Oh, wieder ein Safe. Ne. Probe drehen. Aha, sogar ein paar Tonen drin. Ah, da kannst du nicht rein können. Kann ich mir gut vorstellen, dass man da noch andere Gegenstände hat. Äh, eine menschliche Hand, ja. Geil. Oh. Ja, wo eine Hand ist, ist ein Schädel. Ah, ist das ein... Was ist das da an den Seiten? Weiß man nicht. Die Zähne sind aber auf jeden Fall sehr seltsam, oder? Was ist das? Aha. Ah, guck mal, das ist doch etwas... Das ist doch ein Schlüssel, oder? Der steckt in einem Stein. Aber guck mal, du kannst dieses Muster erkennen. Das Muster ist wahrscheinlich wichtig. Dann mach mal... Eine schöne Foto. Okay. Was ist das? Gewinde? Ja, ne. Irgendein Schraubenstück. Sieht nicht wichtig aus. So. Aber was ist hier... Hier ist ansonsten nix. Ah, ich glaube, das Rätsel hier mit dem Code war schon das Wichtige. Hm. Schlagst einer rum? Äh... Äh... Glaubst du, hier ist noch irgendwas? Ich finde, es sieht immer sehr markant aus, die Dinge, die man einsammeln kann. Natürlich. Was die alles in Schütteln haben? Ah, komm, Bruder. Spann. Oh, okay. Hinrennen. Renn, renn, renn. Genau. Oh, siehst du das? Oh, ich bin so dumm. Ah, du hast gar nicht genug Munition mehr. Jetzt schnell. Oh, jetzt kannst du es noch kriegen. Ja, hat sich doch gelohnt. Nein, hat sich nicht gelohnt. Ich hau ab. Gib immer noch einen. Okay. Hier war da nix mehr zu holen, ne? Oh, da ist ein Schruttelnde. Ja, nur, da müssen wir irgendwie reinkommen, ne? Das geht nicht. Wo ich das dann soll? Ach, jetzt plötzlich willst du. Okay, warte mal. Links unten ist noch ne Tür. Da sind generell noch ein paar Türen. Okay. Können wir nicht rein, können wir nicht rein. Ist zu. Dann. Haben wir jetzt, glaube ich, in die Hose gekackt. Oder? Ja, jetzt müssen wir da. Oben ist auch noch Türschel. Aber warte, ich habe ja noch einen Elektroschocker. Ja, komm her. Gut. Da rechts. Ne, ne, geh mal nochmal hoch. Ne, Entschuldigung. Das sieht am Bett nur so aus, als ob da ein Zettel oder so wäre. Mhm. Ich glaube, sie ist da rausge... aus der... Kapsel da raus. Puh, so. Aha. Schwert. A, N, B, oh Gott. Oh, warte mal. Ich mache mal ein Foto, aber ich weiß jetzt nicht, ob uns das so hilft. Außer halt, dass wir Schwert als Frequenz natürlich auswählen können. Können wir? Ich glaube, es gab eine Schwertsequenz. Äh, Frequenz. Ich schaue mal gerade. Da muss auf jeden Fall... Nee. Doch, oder? Muss da das Ding rein, das wir haben? Ja. Wasserschlüssel benötigt. Goldschlüssel benötigt. Erdschlüssel benötigt. Ja, okay. Wir brauchen auf jeden Fall alle Elementschlüssel. Hm. So, ich schaue mal gerade nach. Die Frequenzen habe ich gar nicht hier. Oh, du hast nichts mehr. Und der ist richtig... Ah, nee, das ist sie wieder. Gut. Komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt, geh rein. Ah. Aber die kommen nicht hinterher. Aber komisch, da war ich doch eben gerade. Ja, klar, du hast einfach den üblichen Weg geöffnet. Aber das sind immer noch mehr Türen gewesen. Leider. Da unten. Mhm. Und die zwei. Also muss ich jetzt noch mal da rein, ne? Die unten, die können wir wahrscheinlich nicht aufmachen. Oder? Ist ja wahrscheinlich wieder ein Schlüsselding. Fuck. Aber so eine Nachkampfwaffe war ja einfach so ein großes Stahlrohr. Puh. Patient Euler. Patientin hat sich über starkes Unwohlsein und Kopfschmerzen beschwert. In den Krankenflügel eingewiesen, nachdem sie während der Arbeit Oxidansflüssigkeit erbrochen hat. Krankheitsbild stimmt überein mit jüngsten Fällen im Protektor-Personal. Obwohl wir noch keine Spur haben, wie war es das Syndrom aus? Haben wir ähnliche Krankheitsverläufe bei allen Patienten. Aber auch bei Maschinen. Am seltsamsten scheint, dass der Krankenheitsverlauf des Syndroms in Replika und Gestaltpatienten ähnlich zu verlaufen scheint. Erstaufnahmeuntersuchung zeigt Hypotonie, hohes Fieber und Dehydration, innere Blutungen, starker kognitiver Abbau innerhalb des ersten Zyklus. Alopezia und Purpura. Innerhalb von fünf Zyklen beginnt die Haut sich in großen Stücken abzuschälen. Oh, das haben wir da ja gesehen, ne? Verlust der Sehkraft und Fähigkeit zu kommunizieren können folgen. Gestalt Patienten erliegen normalerweise während dieser Phase der Infektion. Bei Replika-Patienten gehen die Erfahrungen auseinander. Okay, dann sind diese Leichen. Ja, wenn ich eine Videokassette... Sie spricht meine Sprache. Ja, wir haben jetzt nichts mehr, oder? Kannst du nochmal ganz links den Zettel unten links liegt auch nochmal so ein Zettel, die scheint mir immer wichtig zu sein. Da. Alinas Tagebuch. Zwei. Irgendwas stimmt nicht. Niemand will mir sagen, was passiert. Aber seitdem ich aufgewacht und verhalten sich alle komisch. Stimmt, wir haben doch jetzt von der Patientin gehört, die irgendwie transportiert worden ist, oder? Ach, das sind so viele Nachrichten. Aber es sind ja schon aber viele auch. Die Protektoren lassen mich nicht raus und zurück zur Arbeit, obwohl die Wunde von meinem Sturz schon wieder verheilt sich. Ich glaube, es muss einen Unfall der Mini gegeben haben. Ich habe zwei Eulen von meinem Zimmer flüstern gehört, dass ihnen das Personal ausgeht. Ich mache mir Sorgen um Elster. Ich habe jetzt schon seit einer ganzen Weile nichts mehr von ihnen gehört. Ich kann hier nicht länger rumsitzen. Eulen, Elster, Kolibri. Aber ich finde das ganz cool. Das sorgt so ein bisschen dafür, dass man so frem wird mit dieser Welt, weil man die Regeln nicht ganz versteht. Oh, da ist immerhin ein Betäubungsstab, glaube ich. Nee, Auto-Injektor. Was bringt der? Gebraucht Replika-Kreislauf-Stimulanz Injektionslösung am Auto-Injektor Wirkstoff-Replika-Kreislauf-Stimulanz Nur für Replika. Auto-Injektor zur notfallmäßigen Injektion wirkt sofort im Kreislauf stellt Systemgesundheit wieder her zum Abwenden von kritischem Systemversagen in Replika-Gestellen der Generation 3 und höher vorgesehen. Kann direkt aus dem Injektion benutzt werden. Sie können den Metallbeschirm auch ausrüsten, um den Auto-Injektor unterwegs zu beantworten. Halten Sie LB für die gesamte Zeit der Injektion. Gut, okay. Wenn der Auto-Injektor im Werkzeug-Slot ausgerüstet ist, wird er automatisch aktiviert. Das ist gut. Wenn das Replika-System sonst versagen würde, Systemversagen wird verhindert und das System wird sofort teilweise wieder hergestellt. Bitte suchen Sie immer medizinische Fachhilfe nach einem abgewendeten Systemversagen. Ja, aber das ist schön. Also so eine Hilfe, wenn du die kannst, wenn du die aktiviert hast, kannst du nicht mehr sterben. Also zumindest. Also ausrüsten, ne? Ich würde sagen ja, weil wir haben ja sonst auch nichts. Und soll ich die jetzt auch schon benutzen? Nee, heb dir die auf. Wenn wir sterben, wird die automatisch benutzt. So. Aber das war's dann auch schon gewesen hier, oder? Ach, das sind immer so schöne viele Sachen, ne? Und dann kannst du davon aber nichts benutzen. So, Achtung, da sind gleich wieder welche. Ach, ich schreie auch. Shit, da kommst du gar nicht durch. Oh, und da liegen so viele Items gerade. Oh, da ist Munition. Munition, ganz viel unten rechts liegt auch was. Schlüssel oder so. Also das ist leider super wichtig hier. Aber das reicht doch nicht. Ja, so einen von denen kriegst du. Den anderen kannst du vielleicht umrennen noch. Ja! Treten! Ach, der ist tot. Naja, das geht ja weiter! Siehste? Oh, den kannst du gleich mal nehmen. Wobei, ne, da liegt noch was am Tisch, glaube ich. Egal. Vielleicht auch nicht. Du musst, glaube ich, schneller die Sachen nehmen. Schnell wegklicken alles. Endlich wieder was Normales. Ja, dann kannst du jetzt vielleicht den Reparaturspray nehmen. mehr als gelb wird's nicht, oder? Ich nehme, glaube ich, auch den gelben. Nee, blau wird noch. Ja, nee, ich meine, das Spray hat jetzt nicht mehr als gelb gebracht. Ja, das denke ich auch. Hast du ihn genommen? Ich habe jetzt das Spray und das andere Ding genommen. Aber warum wird's dann nicht blau? Okay, dann krass. Ja, ich war jetzt auch hart gestammt. Ja, aber ich meine, du hast zwei von den Dingern genommen. Dann sollen die mal bessere produzieren. Jetzt kann man natürlich überlegen, ob man den nicht vielleicht wieder aktiviert, ne? Der ist schon wichtiger. Okay. Hallo. Alle sind seltsam geworden. Ich glaube, ich bin die Letzte, die übrig ist. Werde ich auch krank werden, wie die anderen? Hm. Wahrscheinlich schon. Wann ist Rhesor schon wieder? Also, okay, wird dir nochmal, es erklärt nochmal alles. Da ist Rhesor! Wollte ich gerade sagen, ist das ein Save? Yeah! Ein Schwert! Schwert! Ihr kennt das Rätsel, bitch! Ich sag's dir vor und du... Was machst du? Ja, ich muss hier doch zum... Schwert, okay. Zwei, zwei, fünf. Das war's? Nee. Sieben, sechs, vier, acht, fünf, sieben, sechs... What? Ähm. Ja, gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, sieben. Sieben? Sechs? Fünf? Was waren die Zahlen für... Ich weiß sie nicht mehr. Ich weiß sie auch nicht. Nee. Sieben, sechs, vier, vier, acht, fünf. Okay, vier... Nee, nee, nee. Ah, nee, wir haben alles falsch gemacht. Wir müssen resetten. Okay. So. Sieben, sechs, vier, acht, sieben, oder? Acht, fünf, oder? Acht, fünf, acht, fünf. Acht? Das hier die Acht? Das müsste die Acht sein, ja. Hä? Fünf? Nein, vier, fünf. Naja, okay, das war jetzt auch ein bisschen... Äh, so, warte mal. Sechs, vier, acht, fünf. Sechs, vier, acht, fünf. Ja, das war schon richtig. Ähm, funktioniert noch nicht. Ja, okay. Hm. Aber hier steht auch 2, 2, 0, ne? Oh, hab ich das falsche eingegeben? Ja, du musst 2, 2, 5 einstellen. Ich hätte schwören können, ich hab's gerade... Nee, siehst du, funktioniert auch. Warte mal. Sieben, sechs, vier, acht, fünf. Ah. Okay. Hm. Aber es ist doch ein Schwert, oder? Ja, es ist ein Schwert. Gibt's noch irgendwas anderes? Ritter zum Beispiel? Nee, Mond, Sonne, Wagen, Turm, Baum, Baum, Schwert. Also... Aber das ist auch nicht... Man kann jetzt auch nicht irgendwie die Buchstaben anhand... Weißt du, S ist ja okay, sieben. Aber... Du meinst, das ist immer der siebte Buchstaben, das sind ja auch andere Buchstaben, das merken wir uns. Ähm, ich muss jetzt aber, wir müssen noch zurück, ähm, wir müssen noch speichern. Können doch nicht. Können wir einfach hier jetzt aufhören. X-Ray, S-Log, hier kann man gar nicht speichern, scheiße. Aber können wir nicht, können wir nicht an dieser Stelle jetzt speichern? Nee, können wir nicht, ne? Wenn wir jetzt aufhören... Nee, können wir tatsächlich nicht. Es sei denn, wir versuchen nochmal die beiden Türen da... Ja. Ob da nicht vielleicht ne Kiste ist, ne? Ich glaub nämlich auch, dass hier irgendwo ne Kiste ist. Nein! Ah, dieses dämliche Menü, ey! Okay, okay, da geht's auch nicht. Dich hier? Naja, der ist rot. Es tut mir leid, ich krieg's nicht besser hin, ey. Und da kannst du auch rein, oder? Ja, aber der ist ja nix. Achso, ja, okay. Da waren wir ja leider schon noch. Ja, nochmal runter. Ich will nochmal gucken, ob ich hier nicht die... Ob die andere helle Tür hier oben zum Beispiel... Hä, Moment. Ach nee, runter. Scheiße, was machen wir jetzt? Ja, wir müssen vor allem zum Ende kommen. Da! Da ist ein Speichern. Oh, sehr gut. Was für Glück, okay. Jetzt ist alles wieder ein bisschen besser. Wir brauchen dringend... Soll ich die... Den Tafel einfach erstmal... Ich geb die jetzt erstmal ab. Wir wissen ja, dass wir sie haben, sobald wir sie brauchen. Wir haben sie auch benutzt. Und wir haben eine Schroofflinte! Die kannst du direkt mal nachladen. Ja. Will ich die Dings mal abgeben und hier die Muni nehmen. Ja, das fühlt sich gleich richtig gut an. Aber willst du die Knarre nicht behalten? Ja. Wir haben einen Schuss nur. Und die nimmt halt wieder den ganzen Platz weg. Das ist was für den Schröckert und den Simon der Zukunft. Ja. Wie weit haben wir denn gespielt? Jetzt zwei Stunden oder so, oder? Ungefähr zweieinhalb? Könnte gut sein. Ich finde, wir haben nicht viel gehangen. Aber jetzt die Sache mit dem Nummernschloss? Keine Ahnung. Mit dem Save? Keine Ahnung, was wir da machen. Ja, wir müssen wahrscheinlich eine Übersetzung, eine Code-Tabelle finden oder irgendwie sowas. Also die uns dann erklärt, welche Buchstabe, welche Zahl ist. Es wäre auch zu einfach. Wenn sie immer wieder dasselbe Rätsel wiederholen würden, wäre es ja irgendwann late. Genau, und das finde ich auch ganz schön, dass wir jetzt, sag ich mal, immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt werden und so langsam vorantasten, wie die Mechaniken da funktionieren. Ja. Und, äh, ey, ich hab, ich, ich, ich finde, es macht Spaß. Also das ist gerade durch seine, durch seine, ja, runtergebrochene, durch seine runtergebrochene Präsentation irgendwie, ja, weiß ich nicht, da fühlt man sich irgendwie cooler rein, als wenn man halt alles so ausformuliert bekommt. Absolut. Absolut. Visuell. Es ist, die, die Lücken machen gerade erst den Spaß aus und ich finde auch alles, von den Kämpfen bis hin zur Atmo, finde ich das total geil. Die Grafik ist cool, diese, diese Wechsel zwischen den Grafiken finde ich auch toll. Aber ich bin sehr begeistert. Obwohl wir von Elster jetzt nicht wirklich viel wissen, ähm, muss ich sagen, hab ich Angst um sie. Ja, aber wer weiß, wie viel der Elster sie schon ist, so irgendwie. Ja, aber selbst das ist ja auch noch spannend, weißt du, das ist ja wirklich dann auch, oder mysteriös, ja. Und dieses Mysterium macht ja dann auch wieder einen Teil der Unterhaltung aus. Ja, da sind wir wieder, genau. Stimmt, wir sind irgendeine Einheit, können offensichtlich reproduziert werden und kämpfen auch gegen andere, ich weiß gar nicht, Infizierte. Ob das Zombies sind, weiß ich nicht, aber zumindest ist da auch was nicht in Ordnung. Äh, was denn, was suchst du? Ich versuch nochmal so ein bisschen die Tastenbedingungen raus. Ja, check du lieber mal. Ah, hier ist unser Inventar. Wir haben gerade die Schrotflinte bekommen, das ist noch relativ neu, natürlich haben wir auch diesen Stuntstab, den wir auch schon häufig benutzt haben. Und ich kann mich erinnern, dass wir auf der Karte, auf jeden Fall, wir hatten noch irgendwas zu tun. Wir hatten schon so quasi den Weg vorgeplant und wussten, dass wir, Y ist Karte. Y ist die Karte. Ja, und wussten, dass wir da noch irgendwas erledigen mussten. Ich spring so an und klasse. Ja, aber das ist ja, gibt's hier nicht, Moment, gibt's hier nicht ein, nee, etwas, was dir anzeigt, was die Farben bedeuten. Weil zum Beispiel das... Nee. Nee, nochmal auf die Karte, genau. Hier sind ja immer diese Türen. Das sind dann, gelb müsste wahrscheinlich dann beschlossen sein. Ja, also wir haben... Ich könnte es mal ausprobieren, indem wir an die gelbe Tür hier gehen, einfach. Dann wissen wir, was gelb bedeutet. Okay. Also hier runter? Ja, oder? Wenn wir... Waren wir in der... Kannst du nochmal Y anmachen? Hier kommt... Ah, hier ist ein Zombie da vorne. Genau, und jetzt nach rechts. Ich glaube nämlich, orange ist, ähm, nicht begehbar. Und jetzt die erste. Okay. Art-Schlüssel. Okay, das ist doch gut zu wissen. Na, gelb bedeutet verschlossen. Okay, verschlossen. Art-Schlüssel. Wie kann ich denn hier auf diese Karte mal ein bisschen scrollen? Ähm, ich glaube, du kannst mit A und dann kannst du es runter... Einmal A drücken, meine ich, genau. Dann kannst du es runterfahren. Ah, ja. Jetzt kann ich mal gucken, ob wir irgendwo noch was finden. Was waren diese roten Pfeile? Das wissen wir gerade auch nicht. Warte mal. Kann man nicht in unserem, ähm, hier Diagnostik... Ich meine so eine Art Ziel in der Mission. Ja, genau das Letzte, was wir auch gemacht haben, waren mit dem Receiver können wir ja, ähm, die Frequenz umstellen. Und damit haben wir dieses mit dem Baum-Logo jetzt gelöst. Und Saves geöffnet, ne? Genau. Und vielleicht, äh, sind wir damit auch noch gar nicht fertig. Müssen wir mal gucken, sobald wir an irgendeiner Tür sind, oder an einem Safe, wo man was machen kann. So, wir müssen es nochmal versuchen. Okay, da ist ja wohl tot, der da oben rumliegt, na gut. No Entry, okay. Oh, kommen wir hier schon? Ja, ja, wir waren hier überall schon. Da brauchen wir eine Menge Karten für, ne? Sieht auf jeden Fall so aus, als ob man da die Karten reinlegen müsste, ja, und dann... Wasserschlüssel, okay, ja, also 1, 2, 3, 4, 5 Schlüssel. Und wir haben gar keinen, oder? Feuerschlüssel. Das hat schon mal sehr... Erdschlüssel. Fantasy-Rollenspiel-artiges. Goldschlüssel, okay. Ah, okay, also alle... Wir brauchen eine Menge Schlüssel. Eine Menge Elemente. Und soll es rechts. Aber was haben wir denn... Ach, nee, shit. Was haben wir denn im Inventar? Shotgun-Rounds, was ist das? Nix, 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 nix. Haben wir nur Waffen? Haben wir nicht noch irgendwelche Items? Ähm, nö, sieht nicht so aus, ne? Diagnostik, nö. Jetzt muss ich aber trotzdem noch einmal gucken. So. Könnt ihr noch mal im Westkorridor gucken? Da sind zumindest noch zwei graue Türen, wie du siehst. Ganz links. Die sind entweder verschlossen oder offen. Müssen wir mal gucken. Ja, okay, dann... Noch ein gutes Ziel zu haben. Ja. Weil diese graue hier ist auf jeden Fall noch nicht lösbar. Oh, äh, wie schieß ich noch mal? Tja. Was war's? R2? Ah. Ah, okay. Nein, da musst du jetzt treten. Ach, der liegt im Boden. Also muss ich hier nochmal machen? Ja, weiß ich nicht. Genau. Finischen. Was hatten wir da? In der Hand meinst du? Ja, manchmal nicht. Eine sehr große Zigarette. Oder? Das ist einfach so ein Vielraucher. Okay, neuer Bereich. Geil. Ja. Ja, nehmen wir. So, müssen wir hier. Ich glaub, wir sind so eine Art biomechanischer... Steckschlüsselgriff. Okay. Der ist bestimmt dafür da, um eine Tür zu öffnen. Ja, ich glaub sogar, dass wir schon gesehen haben, wo. Nur ich... Das kriegst du grad auch nicht zusammen. Aber erstmal ist da noch eine zweite Tür. Ne, unten. Unten links, genau. Oh, und wieder mal eine von den Leichen, die doch sehr an uns erinnern. Aha! Pumpenraumschlüssel. Natürlich in dem Mittel. Ah, nice. Aber wo war denn ein Pumpenraum? Tja. Ich würde einfach die gelben Türen abgehen. Das ist einfach schon zu lange her. Und die Frage ist, können wir da auch pumpen? Wie meinst du, ist das Fitnessstudio? Hier unten kann man direkt mal gucken. Protection... Protector Bathroom, Storroom. Du meinst, direkt runtergehen? Ja, ich mein nur, weil da noch zwei gelbe Türen sind. Und wir wissen ja nicht... Können wir nicht. Können wir nicht. Da sagt ja auch nichts von Schlüssel. Okay. Hier können wir langgehen. Da wären wir dann, glaub ich, wieder in den... Kannst du ja mal kurz mit A scrollen. Auf der Karte. Ach so. Ja. Da kann man dann nochmal schauen, ob hier irgendwo ein Pumpenraum ist schon. Nurse Station... Nurse Station... Nurse Station... North Corridor... Warg und Imaging. Nein, sieht nicht danach aus. Elevator... Vielleicht müssen wir... Müssen wir nochmal die... Guck mal hier. Elevator Control. Dass wir vielleicht da was einstellen müssen. Also, dass wir... Das Ding vielleicht... Du meinst runter mit dem Aufzug, oder? Ja, genau. Ich kann mich erinnern, dass man sowas konnte. Ich weiß noch nicht, ob das nicht schon durch ist. Aber da ist zur Not noch im Nordcorridor eine gelbe Tür. Das und den Aufzug können wir uns ja mal angucken. Bei der Morg ist auch noch eine. Nee, ja stimmt. Da ist auch noch eine, ne? Ja. Aber gelb können wir, glaub ich, nicht benutzen. Okay, aber ist dann... Welche ist dann aufschließbar? Orange? Weil eine Farbe muss ja dafür stehen. Oh. Wollen wir noch irgendwo hinfahren? Können wir gerne machen. Ja, Pumpen... Können wir davon ausgehen, dass die weiter unten sind? Warte mal. Arbeiterquartiere. Protektorenquartiere. Wartungsebene. Ich würde sagen Wartungsebene. Also. Aber meinst du, wir müssen da hin? Ich... Na, äh... Ich weiß es nicht. Wir suchen einen Pumpenraum. Ah. Das war schon, ja. Okay. Geht denn die Protektor-ID, die wir haben? Nee, ist eine andere, ne? Die ist nur für eine Tür. Ja, ich muss ja jetzt noch Dings gehen. Also, ich würde jetzt hier lang gehen, oder? Ja, ja, ist... Ist okay. Guck nochmal bitte die erste Tür an. Ich will nur wissen... Du drückst... Verschlossen. Arztschlüssel benötigt. Siehst du, gelb bedeutet also, dass es verschlossen ist, aber ein Schlüssel existiert. Oh, war nicht hier auch noch irgendwas? Das ist eine, das liegt da. Ja, ich weiß nicht, ob die nochmal aufstehen. Ja, hier haben wir gut geballert. Daran erinnere ich mich. Da kommt der nächste. Hat der was in der Hand? Oh nein, 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 nein! Geh weg, geh weg, geh weg! Hau doch ab, hau doch ab! Oh, oh, oh. Ich bin ein Idiot, ich bin ein Idiot. Ja, na ja, ist eine Weile her. Musst du nicht nach unten drücken auf so Oh man, ich hab richtig Angst davor, wenn ich jetzt spielen muss Irgendwann Geh raus Kein guter Raum So, jetzt verarzt ich mich erstmal Nee Ähm Pumpen Key Damit kann ich mich doch reparieren, oder? Ja Kannst du Benutzen Na, über Zeit Wie, was meinst du über Zeit? Ja, er stand da gerade, ich glaub das dauert ein bisschen, bis das Die Energie Wieder Aufhüllt Okay, da kam er nicht rein Es gibt unten ja noch Aber die beiden Türen haben wir probiert, die gelben Weil dann sind wir nämlich durch, hier mit diesem Genau, die beiden gelben Typen Bei Türen haben wir HDF HDV02 Wallsafe VCR Player S-Log Sollen wir nochmal mit dem Schlüssel versuchen Entweder Elevator Control Ja Zu beeinflussen, oder da unten hier dieses S-Log Ja, das war das mit den fünf verschiedenen Ah, okay Dann nehmen wir den Elevator Control, oder? Mach mal Ich Ich denke, wir müssen den Schraubenschlüssel irgendwo nochmal benutzen Aber vielleicht war es auch ein anderes Stockwerk Ja, aber wir müssen ja in ein anderes Stockwerk kommen Ja, ja, aber wir waren ja auch schon in anderen Vielleicht lernen wir gleich, wie wir weiter woanders hinkommen Darunter springen ging nicht, oder? Rechts beim Aufzug Hier? Hier rein, meinst du? Na, ich Dachte halt, man könnte vielleicht einen Stockwerk tiefer springen Aber ich würde es jetzt auch nicht probieren Ja, wo willst du denn sonst Also, wo sollen wir sonst hin? Ja, du wolltest ja nochmal wegen dem Aufzug links Ja Minenzugang, Oberfläche, Orbital Aber wo sollen wir denn hinfahren? Er fährt ja nirgendwo hin Ja, ja, okay Nee Nee Das nicht Dann Wieder raus da Hm Soll ich nochmal gucken? Ach, was mache ich denn? Ähm Genau Memory Komme ich denn da hin? Du bist, glaube ich, links noch im Bild Du bist bei dem Receiver Ich glaube Ja, stimmt Einmal Modul irgendwie wechseln Also um das heißt Hm Kannst du nicht nach Quasi einmal nach rechts drücken Oder machst du dann automatisch den Receiver? Ah, hier Ah, hier Okay Achso, okay Das ist nur für Ah, das haben wir schon Ah, nee Ich kann hier nicht länger rumsitzen Hm Tja, Simon Jetzt ist, äh Ich, ähm Kann dir auch nicht helfen Aber ich würde Wir haben beide Türen unten ausprobiert, ja? Weil ich meine, das ist nochmal das Einzige Wir haben halt einen Schlüssel Und da sind halt zwei gelbe Türen Wir gehen nochmal runter Also ich weiß, dass du unten links hast Du ausprobiert Aber vielleicht haben wir irgendwas falsch gemacht Ähm, ich würde es auf jeden Fall nochmal checken Damit ich das Kann ich das abhaken für mich? Wenn du drückst Ja, das geht nicht Gar nichts Der sagt Na, siehst du? Entriegelt von der anderen Ja, ja, verriegelt, ne? Und auf der rechten Seite hat er jetzt aber keinen Text gezeigt Nee, der hat er nichts gezeigt Doch Puppenrausschlüssel benutzt Ah, sehr gut Gut Und da Ab jetzt sind wir wieder auf Strecke, glaube ich Ja Okay Hier müssen wir was machen Aber ich würde sagen Erstmal kontrollieren wir hier diese Nachrichten Ja Flutwasser Abflusssystem Fehlfunktion An alle Krankenflügel Aras Aras Die automatischen Ausgleichspumpen im Flutwasserabflusssystem sind scheinbar immer noch kaputt Was das ganze untere Stockwerk unter Wasser gesetzt hat Weil wir unsere Reparaturarbeiten momentan noch auf das Ostflügeltreppenhaus fokussieren Muss der Wasserdruck des Abflusssystems derzeit von der Steuertafel aus Mann an L ausgeglichen werden Um das Wasser abzufuhr jetzt Ah, das ist der 2-Gallonen-Kanister und der 5-Gallonen-Kanister Entschuldigung Gesundheit Das ist wirklich genau das Rätsel A und B dieselbe Menge Wasser C leer Du kannst den Wasserstand in den Tanks auf der Steuertafel sehen Mit den Knöpfen unten an der Tafel kannst du das Wasser zwischen den Tanks mit dem Luftdruckssystem hin und her bewegen Es kann etwas mühsam sein, die beiden Tanks auf die Art auszugleichen, weil du immer nur das gesamte Wasser in einen Tank bewegen kannst Außer der Zietrang ist voll Ohne die Pumpen füllt sich nur Tank A von selber auf Okay Also Tank A und B beide dieselbe Menge Wasser halten und Tank C komplett leer Alles klar Da unten ist auch noch was genaue Oh, dann soll ich jetzt weiter Wenn Tank A voll ist, kannst du den Wasserspeicher so ausgleichen Fülle Tank B, dann Tank C nur mit Wasser aus Tank B Bewege das Wasser aus Tank C zurück nach Tank A Fülle Tank C nochmal mit dem Rest des Wassers aus Tank B Dann fülle Tank B mit Wasser aus Tank A wieder auf Lustig, weil es gibt dasselbe Rätsel bei Resident Evil und da ist es auch A, B, C, A, B, C, A, B, C Also das ist so offensichtlich für diese Art von Rätsel eine gängige Lösung Aber wir kennen es ja eigentlich auch schon nicht Wir werden gleich trotzdem sitzen Aber ich kenne es nicht Also, mach mal ein Foto Das ist eine gute Idee Wie kann das sein, dass nach Stipp langsam 3, das immer noch benutzt wird Man kann gar nicht mehr die Menge an Spielen zählen, in denen ich immer dasselbe identische Rätsel lösen musste Und es trotzdem beim 100. Mal immer noch nicht weiß So, was haben wir hier noch? Aus wie eine Waffe, ne? Ah, ein weiterer Schock Natürlich nehmen wir den Die sind gut So So, wir müssen das Wasser aus dem Keller abpumpen Du sollst, genau, wenn A gefüllt ist, einmal in B, oder? War, glaube ich, die Ansage Ja B So muss ich was hier Fülle Tank B, dann Tank C, nur mit Wasser aus Tank B Weil dann hat man 800 in den 500er und 300 im B Ja, okay, also ich Genau So, Moment, warte mal kurz Aber das ist ja eigentlich schon die Lösung Ne, jetzt musst du aber Wasser aus Tank C zurück nach A Aus Tank C zurück nach A Und jetzt aus B 300 und hier sind auch nochmal 300 Ja, du musst das von B nach A kriegen Also eigentlich nach C und dann nach A Aber jetzt muss ich von B nach C machen, ne? Fülle, ja, fülle hier steht es auch Fülle C nochmal mit dem Rest des Wassers Tank B Dann fülle Tank B mit Wasser aus Tank A wieder auf Und jetzt nochmal Jetzt wieder, Moment, da muss ich kurz gucken Fülle nochmal Tank C mit Wasser nur aus Tank B auf Dann bewege ich es zurück nach Tank A Jetzt noch einmal Weil du 500 willst, genau Und jetzt Tank 10 A Yes Krass, wir sind so gut Ach, das war Wasser Okay Okay Frage ist, ob man da jetzt runter kann Oder ob man den Lift nutzen muss Ne, wir müssen da jetzt, glaube ich, runter Na, mach das mal So Jetzt die Frage War das nicht ganz unten? Unten links, meine ich? Ne, Entschuldigung, du hast recht Das war anders Das war glaube ich hier, oder? Wir suchen, genau Ne, das war eins drunter Eins drunter, ja So So Und was mache ich jetzt? Hm Ah Okay, neues Stockwerk Was, der Schlüssel Ey, wir haben den ersten Schlüssel Ey, von 5 Das ist ein bisschen ernüchternd Aha, gut Ganz links, genau Kannst du da mal schauen Dieses Rohr Ne, ich dachte man kann den Schlüssel da benutzen Oh oh Vielleicht darf er wieder ballern Der Daniel Ich will aber gar nicht ballern Ja, ich weiß Deswegen darf sie Vielleicht nehme ich Aber wenn ich jetzt diesen Elektroschocker nehme Meinst du, ist es Nicht vielleicht ein bisschen scheiße für uns? Ja, es wird auf jeden Fall nicht Einfacher jetzt Oh oh Oh, was ist los? Ich habe keine Munition mehr Oh shit Ja, da musst du jetzt eh den Stift nehmen Äh Ah, du könntest auch die Schrotflinte nachladen Nochmal einen hinterher Nein, du hast nicht nachgeladen Aber warum Ich wollte doch benutzen Ah, okay Wenigstens jetzt musst du die Schrotflinte mal laden Dass du den Platz hast Ja Äh Da rechts Ja Ach shit Aber wenn du jetzt ballerst Kannst du wieder nochmal nachladen Und dann hast du wieder Platz Hallo Ja, geht nicht Aber den links musst du eh einmal abknallen Warte mal Ich muss dich jetzt einmal heilen, oder? Soll ich mich nochmal heilen? Ne, ich würde den mit der Schrotflinte einmal erschießen links Und dann hast du nämlich Einen Schuss weniger Und dann kannst du den nehmen Pff Okay Jetzt komm, der ist doch nicht schwer Ballerst drauf Lass, hinten tritt zu Frage ist eher, ob der jetzt wieder volle Energie hat Jawoll Gut Nein, Mann So Trotzdem wird's jetzt interessant Weil wir immer noch nicht genug Platz haben Aber du kannst eine Sache mitnehmen Komm, ich mach hier das Patch noch drauf So, dann hab ich jetzt zwei Plätze Alles klar? Also Ja, wir brauchen zwei Soll ich jetzt einfach noch mal hier unten wieder reingehen? Auf jeden Fall Dieser Rohling ist sicher wichtig Genau wie Muni natürlich auch Kannst du ja Haben wir denn Wir haben auch eine Pistole Dann kannst du ja vielleicht wechseln noch Haben wir mal eine Pistole? Na, ich weiß nicht Wenn wir Pistolenmunition kriegen Müssen wir eigentlich eine Pistole haben Oder haben wir die ersetzt? Die haben wir, glaube ich, ersetzt, oder? Wollen wir erst nochmal die anderen Räume abklappern? Okay Ja Ja, weil wir Jetzt nicht genau wissen, was alles alles noch Ja, ich kann mir vorstellen, dass wir Die Pistole ins Lager Gegeben haben, ja Ah, guck mal hier Da ist wieder eine Karte noch da unten Hm, das ist für das Arztzimmer, ist ja oben Oder war es hier? Genau, der ist in dem Gang, wo wir waren Ganz unten links Soll ich irgendwas ablegen? Ja, du kannst überlegen Ob die Schrotflinte austauscht Gegen die Pistole Ja? Naja, dann können wir unten die Muni mitnehmen Und Ja Und den Waterkey brauchst du auch nicht Jetzt nicht Vielleicht brauchen wir auch diesen Das, die Dinge hier Den Steckschlüsselgriff Brauchen wir den? Naja, wir werden es Irgendwann erfahren, ne? Ich Weiß nicht Also ich würde Den Blankkey und den Waterkey Erstmal weghauen Bis wir wissen, was wir damit machen Aber den Waterkey können wir doch In das Schloss stecken Ja, wir müssen ja wieder hoch Also es ist Wie du drehst und wendest Du kommst ja jetzt erstmal Okay, dann lassen wir den Blankkey Und den Waterkey Hier Ja Alles klar Würde ich vorschlagen Die sind ja verbunden Die Lagerräume So Ja Und dann halt die Frage Ob Shotgun oder Aber du kannst früher Shotgun behalten Also Mir ist egal Ja Ich bin Fan davon Items mitzunehmen Deswegen Ich würde gegen die Pistole austauschen Dann die Munition holen Und dann kombinieren Dann hast du hoffentlich Wieder einen Platz frei So Was ist denn hier noch? Der rote Bildschirm? Das speichern wir ab Das können wir eigentlich gleich mal machen Oder? Komm Geh da rein Und Zack Gut Und zwei Slots Soll ich mal einen Rucksack holen? Ja Das ist immer so Das nervt mich immer In Spielen Wenn die dann irgendwie So Anzüge anhaben Und alles Und nicht genug Taschen Hier ist nix Na hier sind wir herkommen Ja? Hm? Dann bin ich von oben runtergesprungen Achso Dann müssen wir da unten hin Hier waren wir noch nicht Oder? Oha Da ist also eine Leiter Um hochzukommen Bevor wir hochgehen Haben wir hier alles? Ne Okay dann Fache ich mich schon Wo man da rauskommt Da ist noch eine graue Tür Und da ist noch eine graue Tür Ach aber die sind wahrscheinlich Durch das Geröll verstellt Oder? Das hier ist ja nicht die Tür Doch Oh oben ist der VHS Raum Ne Können wir uns auch gleich mal angucken Ich weiß nicht aus welchem Grund Aber ich guck mir super gerne VHS Filme in Spielen an Oder auch Data DVDs Oder was auch immer Oh nein Hast du die Waffe Ausgerüstet? Ja oder nimm diese Stun-Dinge Ah Ne Wo schießt du denn hin? Ich Bist du sicher Dass du das Kann nicht benutzt werden? Ähm Muss das nicht anlegen? Okay alter Oh man 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 Ey Oh nein 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 Habe ich die jetzt genommen? Nein. Ja, wenn man das vorher gewusst hätte, dass da vier kommen, hätte man wahrscheinlich gleich sich sparen können, da überhaupt zu kämpfen. Hier jetzt den Schraubendreher. Komm, Schlüssel. Ich muss mich erstmal verarzten, Loller. Ich glaube, du hast nichts mehr. Doch, einen noch, okay. Zwei sogar. Aber ablegen, benutzen, ansehen. Benutzen. Okay, du hast, okay. Da war kein Anlegen, war nicht da. Schon weird. Aha, ein weiteres. Ich habe eine Schwerte von mir. Vollständig in den betroffenen Einheiten. A-Rat, S23, 11, Replika, Datenzeit, Vorständig, Ort des Vorfalls, Krankenflügel. Naja, gut. 11 benutzt ständig meine Ratsche und verlegt den 10mm-Aufsatz. Ich habe eine Abmahnung dafür bekommen, dass ich die Lüftung im Untergeschoss noch nicht repariert habe, aber ich kann ohne einen 10mm-Steckschlüsseleinsatz die Lüftungsabdeckung nicht entfernen. Sie macht das mit voller Absicht. Vielleicht sind wir das? Da liegt ja eine Karte, ne? Ich brauche einen Schraubenschlüssel mit dem richtigen Einsatz, um die Abdeckung zu entfernen. Ja, da ist gar kein Einsatz drauf bisher. Okay. Kein Steckschlüssel. Hm, also das heißt, wir können jetzt ja auch nichts machen. Aber was ist denn mit der Kiste hier unten? Ne, man denkt, da wäre was, ne? Aber irgendwie ist die nicht krabschbar. So, jetzt habe ich aber keine Munition und kann diese Dinger nicht benutzen. Also irgendwie musst du, du kannst sie ja benutzen, wir haben sie ja schon benutzt. Jetzt würde ich einfach beides einsammeln und wegrennen. Ist aber auch gut zu wissen, dass man aus dem Raum raus kann und dann sind die potenziell weg. Schnell, schnell, schnell. So. Das haben wir ja schon. Kannst du die auch mitnehmen? Super. Aber ich würde einfach rennen, oder? Hier kämpfen ist doch Quatsch. Da unten rechts ist... Alter, unten rechts ist noch eine Tür. Vielleicht geht die ja. Oh. Die meintest du? Jaja, das war die... Wenn wir hindurch, die wir reingekommen sind, okay. Hier kann man nicht mehr durch. Laut Karte ist hier irgendwo oben noch was, aber da kommen wir ja nicht durch. Ja, dann kannst du jetzt vielleicht unten links... Nee, wir speichern ab, oder? Ach, du hattest sie eben noch gar nicht ab. Nee, ich glaube, das sollten wir jetzt mal machen, oder? Ja. Hätte mir gewünscht, wenn vorher abgespeichert. Aber vielleicht... Das Ziel jetzt vergeudet, aber ist... Aber vielleicht können wir ja hier... Warte mal, guck mal. Können sie unsere Kiste... ...ein bisschen bedienen. Kann man die benutzen? Ja. Habe ich die benutzen können mit dem? Kein Revolver. Falsche Munition. Okay, dann lege ich die mal ab. Hm. Hm. Die wollen wir uns gleich angucken. Soll ich jetzt nochmal da rein und dann links runter? Oder war da nichts mehr? In den Flur und dann... Ich würde hier auch speichern und nichts mehr machen. Und dann ein Level, eine Ebene hochlaufen. Okay, ähm... Was machen wir? Überschreiben wir was? Oder machen wir... Ist mir egal. Neue... Und dann fängst du wieder bei eins an. Komm hier, dann mach du nochmal. Okay. So. Reicht mich nur die ganze Zeit, wo die Leiter hinführen könnte. Also was wir brauchen, ist ein Ratschenaufsatz, damit wir an den Schlüssel kommen. Ja. Und wir haben den Ärzteschlüssel. Habe ein bisschen Angst, dass das jetzt schon der Ärzteschlüssel ist. Äh, die Ärztetür. Ne. Ah, jetzt sind wir hier. Achso, nee, das war ja hier oben. Da, ich glaube, das war ja die gelbe Tür. Also hoch, dann rechts. Irritiert mich so, dass hier weiter rumliegt, die Leiche. So, kurz mal gucken, wie zielt man? Ähm... Ah, so. L, L. Und das... Und dann so zielen, okay. Das war, glaube ich, der Fehler, oder? Genau, das habe ich nicht so richtig hingekriegt. Ja, das ist halt auch ein bisschen eine komische Twin-Stick-Stoile. Da muss man erst mal klarkommen mit. Ah, nee. Oh. So, da haben wir wieder so einen Schocker. Hm. Ja, Alter. Oh, dann können wir jetzt kombinieren. Müssen wir wahrscheinlich sogar, sonst haben wir keinen Platz mehr. Zack. Wunderbar. Okay, jetzt läuft's. Und hier noch? Schnelltrocknender Bauschaum, der der Rationsplan schon wieder geändert wurde, geht uns das schnelltrocknende Reparaturspray aus. Wie sich herausgestellt hat, können wir aber unser eigenes Herstellen, indem man einfach Coagulant-K mit normalem PU-Schaum mischt. Das Resultat dehnt sich nicht so stark aus, aber es härtet sofort und erzeugt ein recht stabiles Gemisch. Falls man's eilig hat, Reparaturen fertig bekommen. Man kann normale Replika-Reparatur-Flicken als einfache Quelle für Coagulant. Hm. Okay. Also wir nehmen aus den Flicken dann dieses Coagulant-K raus. Ja, also wir kombinieren die Flicken mit dem Spray. Ach so meinst du, ja. Das ist wahrscheinlich... Tatsächlich, wie's dann am Ende läuft, ne? Okay, haben wir jetzt ja eh nicht. Ja, nur da rechts. Oben? Ich wollte zum VHS, wollte ich. Ja, okay, geh mal zum VHS. Schön, damit wir das Band auch hinter uns haben dann. Sehen wir gleich das Event Horizon-Tape. Neon Genesis. Ach, und so spielt die ja auch. Ja, so ein bisschen. Ich kann die Kamera hier ein bisschen bewegen. Ach, soll ich vorne? Das ist ja lustig. Und der redet jetzt mit dir. Oder sie. Ups. Rotfront-Transit. Operation Penrose. Hier nicht stehen. Ich kann mal gucken. Ich hätte schon gedacht, dass ich da durch die Tür muss. Nö. Okay, dann muss ich gleich doch noch irgendwas anderes drücken an der Ecke da hinten. Oder hat sie irgendwas liegen lassen? Ja. C oder R, ne? Ah, eine Karte. Aber wie willst du jetzt eine Karte aus einem Video nehmen? Wie geht denn das? Habe ich jetzt wirklich diesen Goldschlüssel? Du hast den Goldschlüssel und den Wasserschlüssel. Das ist ja verrückt. Das ist ja nur wirklich verrückt und völlig banan. Und das hast du jetzt aus der VHS-Kassette rausgeholt? Ich weiß halt nicht genau, inwiefern wir hier überhaupt in irgendeiner Realität sind. Oder ob hier unter Umständen alles ganz anders ist, als wir gedacht haben. So, wo ist denn der, unser Kram? Da, ne? Rezeption heißt es, da ist auch eine Kiste? Da, also ich würde jetzt mal drauf und ausgehen. Bisschen wohl, ja. Ich glaube auch, ne? Wir hatten sowas. Okay, Moment. Aber wir sind ja schon im richtigen Raum. Wir müssen nach oben. Ja. Da wacht er wieder auf, der Penner. Natürlich, war klar. Da ist die Kiste. Es lohnt sich halt fast nicht, die zu killen, wenn es nicht sein muss. Weil man, irgendwie kommen da immer neue. Aber ich würde jetzt vielleicht... Ja? Okay, du speicherst ab. Ähm. Ich würde jetzt vielleicht aber alle Schlüssel an mich nehmen, weil... Oder willst du erst den Ventilator da unten haben? Ne, wir brauchen 5. Ach, du willst den quasi, du willst die einfach mal rein... Genau, weil dann sind wir da los. Ja, warum nicht, ne? Und den Blank-Key brauchen wir sicherlich auch noch dafür. Den müssen wir dann halt irgendwie umwandeln. Und wollen wir mal... Naja, okay, das können wir vielleicht später... Moment. Was ist denn hier? Das ist ein neuer Raum, waren wir ja schon mal. Wie sind wir denn hier jetzt? Warum sind wir denn vorher nicht reingekommen? Ohling einfüllen, das wird ja immer besser. Aber... Okay, wollen wir denn den... Den, den... Ach, jetzt habe ich ihn nicht mitgenommen. Ja, okay. Aber wir wissen noch gar nicht, was wir drucken. Oder kopieren. Ach, siehst du, jetzt habe ich nämlich keinen Platz mehr. Konnten wir da vorher nicht rein. Ich weiß, wie es überhaupt nicht passiert war. Yes, 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 yes. Okay. Müssen wir ein Muster eingeben. Nein. Das ist hoffentlich wieder beschreibbar. Okay. Moment. Schauen wir schnell die anderen Schlüssel mit. Ne, wobei, ich finde jetzt... Ich komme ja vorbei. Ich finde jetzt gleich eh wieder ein Item. Da ist noch eine linkse Tür, ne? Ja, ja, deswegen. Ich finde da jetzt sicherlich irgendein Item... Ah, okay. Schloss ist defekt. Tür kann nicht geöffnet werden. Aber wir brauchen dieses Muster offensichtlich. Das müssen... Wir müssen mal ein bisschen die Augen aufhalten. Ich wette, dass man das irgendwo einfach sieht. Wobei die Rätsel bisher auch nicht so schwer waren. Ich wette, es wird uns auch nochmal gesagt. Okay, jetzt gehen wir erstmal runter. Und stecken die irgendwo hin. Oh, jetzt ist der weg, ne? Denkt dran. Puh. Ah, diese Musik, die macht eigentlich fertig. Ja, die ist schon echt fies. So. So, Gold. Ja. Es läuft. Oh, hier ist sogar... Ne, aber das ist kein... Das ist kein Symbol, oder? Dieser Fünfer-Würfel. Ja, du meinst das Muster vielleicht? Glaube ich auch nicht. Ja, ich meine, auch das hier könnte ja irgendein Muster sein. Aber ich glaube es eigentlich auch nicht. Warten wir mal, bis wir gar nichts mehr haben. Ja, jetzt würde ich wieder runter gehen. Also nach links. Ähm, Moment. Lass mich kurz mal... Okay, runter und nach links, ja? Also nach links und dann wieder über die Pipes, oder? Genau, genau. Und jetzt würde ich in den Ventilatorraum, da diesen Ventilatorraum... Stimmt, weil wir den Aufsatz haben. Nee, das war oben links. Ist recht, ja, ja. Aber da musst du jetzt durchlaufen, da kommen jetzt gleich diese Viecher. Mhm. Da. Guck mal, da liegt oben noch eine Notiz. Siehst du das? Okay, machen wir gleich. Aber wo, das da? Da, oder? Ich glaube, das ist kein Notiz. Ah, nee. Entschuldigung. Ja, nö, nö, aber ist ja wichtig, ne? Wir müssen, wir dürfen auch nichts verpassen. Nee, du musst erst mal... Du musst erst mal das Dings anvisieren. Ach ja. So, jetzt. Was? Drück mal da irgendwann drauf, oder so? Ich glaube, ich muss hier auf die Schrauben. Hm. Wenn du jetzt einfach A drückst? Das ist doch schon der 10 Millimeter, ne? Das ist schon richtig. Klick nochmal hier auf die Mitte. Ah, guck mal hier. Okay, aber... Ne, die hatten wir ja vorher schon gesehen. Da. Okay, jetzt fehlen noch zwei. Beziehungsweise eine, denn den Dummy haben wir ja schon. Aber da brauchen wir noch den Codenamen. Gut. So. Kleines Rätsel. Das macht Spaß. Jetzt renne ich einmal durch. Jetzt könnten wir alle Räume durchsehen und nach den Mustern gucken. Ich gehe nochmal einmal in alle Räume. Kurz gucken, ob hier irgendwas ist. Was hier? Vielleicht nimm doch mal ein Spray mit und ein... Haben wir noch so ein Pflaster? Ne, haben wir nicht, ne? Weil ich glaube, wir haben jetzt nicht umsonst die Informationen erfahren, dass man damit irgendwie dieses Zeug herstellen kann, was sich ausdehnt. Aber soll ich damit Repair Spray? Ne, was sollte man damit kombinieren? Ein Patch und ein Spray. Die beiden? Ja. Okay. Ich dachte, dass man da am Ende ein Repair Spray... Ich meine, das könntest du vielleicht jetzt schon machen. Ja, ich will es mal probieren. Kombinieren mit dem Ding. Beschädigung, schnell... Schält eine mittlere Menge Gesundheit, okay. Okay, einfach nur... Besser, verbesserte Gesundheit. Okay. Dann gebe ich die erstmal wieder ab, weil das... Ich hab den Platz nicht. Das ist vielleicht... Davon lieber mal... Okay, nicht bald. Ich krieg gleich noch was. Ich krieg gleich Kram. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, genau. Lieber mal abspeichern. Nee, da war glaube ich nix mehr drin. Ruf nochmal die Karte auf. Ich glaube, hier ist jetzt alles... Guck mal, da oben, die war versperrt, die Tür, oder? Ja. Und die Tür war auch versperrt. Ja, rot ist auch nicht mehr öffnet. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder hoch. Und ich meine, da sind ja noch... Guck mal. Ja. Wenn du jetzt mal die Karte aufrufst. Nein. Guck mal. Wallsafe, X-Ray. Und das Ding haben wir noch. Und den Elevator Control haben wir auch noch. Das sind glaube ich alles, sag ich mal, Aufgaben oder Probleme, die wir noch lösen müssen. Äh, das mit dem VCR-Player hast du geregelt. Das mit dem S-Log sind wir dabei. Vielleicht stecken wir jetzt noch die eine Karte mit rein. Machen wir. Ja, du hast recht. Das ist tatsächlich alles... Eigentlich sehr hilfreich, die ganzen Sachen, die da angezeigt werden. Was hatten wir? Natürlich. Den Luftschluss. Mhm, mhm. Da waren es nur noch zwei. Oh, der hört sich wieder bedrohlich an. Ja, hab ich gesehen. Gehen wir jetzt zum Wallsafe. Genau, jetzt hier rechts, so gesehen. Da müssen wir wahrscheinlich wieder... Oh. Na komm, geh mal hoch. Genau. Oh. In den hinteren, ja. Ah, daran erinnere ich mich auch so vage. Warte mal, was war das nochmal? Achso. Äh. Ja, das mit den Ausstrahlungsfrequenzen. Das können wir gleich nochmal gucken. Ja. Heule. Die wird bestimmt krank, wenn wir das Ding aufgemacht haben. Ach, sicherlich. Ja, sowas kommt noch. Guck mal hier. Sicherheitssysteme Ritter. Jetzt müssen wir nochmal auf unsere Dings gucken. Macht man das, ähm... Mach ich das hier im Menü, oder wo mach ich das noch? Ja, im... Da, ne? Ja. Oh, da. Juna, Welle, ne. Aber Ritter... Muss man nochmal woanders gucken, oder? Ja. Was das genau bedeutet. Ich will eigentlich... Will ich nur hier hin herschalten. Damit ist an... Siehst du, was ich meine? Ich will auf Memory schalten. Ah. So, es steht... Gleich steht hier irgendwo was. Die Regel der 6 vielleicht? Ah, ne. Da, warte mal. Zurück. Wandresort-Kombination. Okay. Hm. Sind nur... Ich will wissen, wo man dieses Ritter-Ding findet. Ja, ja, ja. Wir hatten doch da was gesehen, oder? Da war doch das... Absolut. Mit dem Baum. Genau, die Geschichte mit dem Baum, die suchen wir jetzt mit Ritter. Ja, ah, das ist es, oder? Ne, auch nicht. Ne. Frequenzen. Frequenzen. Ja. Oh. Schwert vielleicht. Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. 2-2-5, ne? 2-2-5. Pff. Nee? Vielleicht müssen wir noch was eintippen da. Guck mal, was da... Guck mal, was da... Wird da vielleicht beim Inventar was angezeigt? Bei der Frequenz? Hier, da. Ah, so lief das. Genau. 7, 6, 4, 8, 5. 7, 6... Aber jetzt muss man es nur... 7, 6, 4, 8, 5, ne? Ja. Okay, warte mal gucken. Also S, dann K, dann N, oder? N, dann H, und dann nochmal... Shit! Ist das wirklich falsch geworden? Ich mach's mal gerade. Haben wir denn... Wahrscheinlich haben wir das sogar schon mal probiert. Ich hab so ein bisschen... Flashbacks. Nee, okay. Guckst du nochmal, ob da vielleicht eine andere Zahl jetzt angezeigt wird? 7, 6, 4, 8, 5. 7, 6, 4, 8, 5, 9. Man kann ja nochmal kurz bei den Frequenzen gucken, was es noch gibt. Baum hatten wir, Turm, 1, 4, 5, aber eigentlich... Ja, egal, wir waren es trotzdem mal. 2, 6, 7, 9, ne? Nein, guck mal, hier kommt noch eine neue. Ach, 2, 6, 7, 9. Das ist die Zahl. Ja, nur leider... 8, 2, 6, 7, 9. Nee. Ich mein, wir können's gerne nochmal einmal mit allem versuchen, aber ich glaub fast nicht, dass das stimmt. Okay, dann wollen wir versuchen, das andere Rätsel zu lösen. An dem Computer da oben mit der Lenkkarte. Moment. Ist die Karte da? Welche meinst du? Entweder X-Ray oder hier da oben Card PC. Aber was ist denn hier für die Lösung? Also was ist der... Wir brauchen quasi weitere Frequenzen, oder? Für Ritter. Oder hier ist der Dummy-Code. Aber das ist das Schwert. Also ich mein, hier ist das Schwert. Ich würde jetzt keine andere Frequenz da irgendwie benutzen. Wir hatten... Wir hatten auch schon probiert, ne? Wir hatten einen Baum... Mach nochmal... Also vielleicht mach's nochmal... 2, 2, 5 war das. Moment, was? Baum oder Schwert jetzt? Schwert. Ich kann mal gucken. Ah! Oh, schau mal. Ah! Okay, das ist was Neues. Aber was bedeutet das? Achso, das sind vielleicht die Fingerabdrücke. Wo er da drauf gedrückt hat? Oder ist das die Entsprechung? Ich weiß es nicht. Achso, das ist... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ist quasi... Spiegelt das... Die Buchstaben wieder. Ja. Ich mach's mal gerade hier auf. Also dann hat er doch gedrückt... Hier, guck mal. Theoretisch... So meinst du das, dass das... Ja, aber wir wissen ja trotzdem nicht die Reihenfolge. Ja. Es ist auch hier anders angebracht als hier. Vielleicht müssen wir die Buchstaben... Also, Moment. Wir haben den Code. Ich guck mal gerade den Code an. Dann machst du daraus die Buchstaben. Und dann haben wir die Buchstaben. Ich glaube, jetzt haben wir es. Ja, ja. Guck mal, das ist neu. Okay, 8, 5 steht da jetzt. Okay, noch mal. Ja, jetzt kommen die genau. 7, 6, 4, 8, 5. 7, 6, 4, 8, 5. So. Kannst du mir gaben. 7 ist S. Nee, ist S, oder? Äh, wieso? Wieso S? Nee, 7 ist unten links. Ah ja, Z. Okay, 7. 6 wäre dann K. Nee, R. 4 wäre H. 8 wissen wir halt nicht. Ach, wissen wir nicht. Ah, okay. Was wären 5? Moment, 5 wäre S. Wir merken uns mal S. B, R, K. B, R, K haben wir da. N und S ist auch da. A, H und Z. A, H und Z. Das ist auch der F. Ja? Ja. Ich probier's mal. F und dann S. Bitte sei einfach richtig. Alter, es ist nämlich ganz einfach. Wir sind die, äh, Safeknacker. Das Safeknacker-Duo ist wieder unterwegs. So, komm, dann machen wir ne Werbung. Ja, aber dann machen wir doch, bevor wir aufmachen, noch schnell ne Werbung. Ja, genau. Wir machen schnell... Ah, das ist spannend. Was ist da drin? Wir wissen es nicht. Hey, Valentin, na? Hey. Endlich Blumen für den Garten, oder was? Nee, ich pflanze Bohnen ein. Du pflanzt Bohnen ein? Bohnen sind doch nicht zum Einpflanzen, da Mann. Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktivier die Glocke. Ha. Danke. Horror-Gaming am Limit. Limit. Am Limit. Und unser Limit war bislang eine Tresortür, aber dieses Limit haben wir jetzt überwunden. Beziehungsweise, das haben wir... Ja, haben wir gut gemacht. Ich drück mal. Und dann hier wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ich bin so gespannt. Es ist eine Karte. Es ist eine Karte. Und ein Auge? Ein großes Auge. Sehr kleiner Safe. Eidetisches Modul. Ja, klar. Nehmen wir das. Warum wird es... Kremato... Oh, das ist... Wir, glaube ich, wir sind alle in der Morgue oben. Da war doch die Tür, die wir nicht aufgekriegt haben. Genau. So, jetzt muss ich... Jetzt musst du wieder die Sand vorbeischlingeln. Oh, 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 oh. Ist hier auch noch einer? Hier war doch auch noch einer. Ja. Oh, diese Schatten sind schon ganz schön cool hier. Shit, was mach ich denn hier? Hier. So. Nein, das war ganz schön knapp. Ähm. Rechts. Ja. Sehr gut. Danke. Und jetzt letzte Tür. Oben. Hier ist bestimmt auch noch irgendeine. Nein, du nicht. Aber da drin ist bestimmt einer. Ja. Da drin. Ja, ja, stimmt. Da ist einer. Aber der kam erst rausgekraxelt. Schnell durch. Ah, komm, ja. Termitfackel. Natürlich nehmen wir Termitfackel. Und damit fackeln wir die gleich alle ab. Ah, ordnungsgemäße Leichenentzorgung. Äh, wie ihr vielleicht gehört habt, es gab es inzwischen mehrere Vorfälle, in denen die Körper von ausgemusterten Protektoren spontan reaktiviert sind und sich fehlerhaft verhalten haben. Laut November's Autosiebericht scheinen alle Betroffenen in Einheiten eine Art krebsartigen Tumor in ihren organischen Bauteilen gehabt zu haben. Sie ist der Ansicht, dass dieser Tumor die Replika sogar noch Stunden nach dem Tod reaktivieren könnte, wenn sie nicht komplett verbrannt wird. Deswegen die Leichen verbrennen. Das ist ein bisschen wie in, es gibt von Resident Evil, gibt's den Director's Cut. Da springen dann auch plötzlich die Zombies manchmal noch auf und werden zu Crimson Heads, die dann wahnsinnig, ähm, 28 Days Later mich auf dich zurennen. Ich sag dir, das ist mit das Schlimmste, was passieren kann. Weil du bei jedem, der dann rumliegt, kriegst du Panik und du hast natürlich nicht genug Sprit, um die alle zu verbrennen. Ist super nervig, aber auch geil. Wir wissen nicht, was die Ursache ist und sind unsicher, wer betroffen ist mit nur zwei Verbrennern, die man auch noch ständig neu kalibrieren muss, kommen wir mit dem Verbrennen der Leichen nicht hinterher. Deswegen improvisieren wir. Diese Termitfackeln könnten sich durch Replika-Panzerung durchschmelzen und die organischen Bauteile von innen verbrennen. Ich habe noch mehr davon beantragt, aber ein Formular hat gefehlt, deswegen müssen wir noch etwas länger durchhalten. Ein Glück für funktioniert die Bürokratie auch da im Weltall oder wo auch immer das ist. Ups! Keine Ahnung, was wichtig ist. Ja, fummeln doch nicht da rum, Alter. Ja, ich mache ja auch nichts. Oh, cool, wir haben den Gas angefunden. Okay, hier brennt noch irgendwas. Ja, aber was machen wir denn hier? Das Gas ist doch sicher nicht unwichtig. Ja, komm, stell dich, geh nochmal da hin. Ja, ja, ich gehe da nochmal hin. Vielleicht kann man ja irgendwas ausmachen. Hier, das zum Beispiel. Oh. Hm, Moment. Nix, oder? Hier passiert gar nichts. Ah, warte mal. Ja. Das Ding sagt vielleicht, was sie machen müssen. Ah, CO2. CO2, mehr CO2, ne? Ja, okay. Gas. Ja, ja, irgend so. Ich guck mal. Ich guck mal weiter, wo wir gerade sind. Gas runter. Okay, Gas runter. Und O2 hoch. Und noch mehr CO2 hoch. Ich glaube, es ist schon am Ende. Zieh nochmal. Ich glaube, wenn das Ding ganz da unten kommt. Okay, CO2 muss noch hoch. Ja, aber mehr gibt's nicht. Das ist so ein bisschen... Vielleicht muss Gas noch weiter runter. Ja. Gucken wir erst mal, was das bringt. Aber ja, ich glaube, du bist da an was ganz... Nee. Okay, vielleicht kann es umgekehrt sein. Ja, ne? Ja. Also O2 nach oben. Das ist dann ja das hier. Ich probiere erst mal nur eins. O2. 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 Ging das schon mal tief her? Ah, guck mal, die Kurve ist größer. Also... Vielleicht, weil da ein Punkt drauf ist? Wo ein Punkt? Naja, also... Dreh nochmal nach... Nee, weil es für diese Punkte hier? Oder was? Nee, da... Guck mal, über dem links-rechts-Pfeil ist ein Punkt. Ja. Ich mach mal einen. Das ist jetzt irgendwie komisch. Vielleicht... müssen wir noch irgendwas anderes vorher machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gedacht wird. Aber jetzt hast du ja nichts gemacht. Nee. Ja. Ich denke immer, das müsste doch noch weiterdrehen gehen. Aber nee. Warte mal, wenn ich das jetzt mal nach da mach. Dann sagt der Gas... Ah! Gas... Guck mal, das war jetzt... ...nach oben. Hä? Moment. Ja, aber warum... Warum... Zeigt der Gas nach oben? Guck mal, das ist immer... Wir sind schon auf dem richtigen Weg. Naja, okay. Gucken wir mal. Also, er sagt O2 auch nach oben. Das kann ja nicht stimmen. Vielleicht geht's auch um die Reihenfolge, was man... Ich mach jetzt einfach mal dumm rum, ne? Ja, ja, mach mal ein bisschen dumm rum. Okay, das war schon wieder... Machen wir eins, zwei runter. Genau. So, ne? Das war irgendwie nicht richtig. Gas nach... Nee, nee. Achso. Ich kann auch wieder so. Gas mittig, meinst du, oder was? Ja, aber die sagen halt Gas voll, aber es ist doch schon voll. Was heißt denn oben, wenn du hier nach links und rechts drehst? Das ist doch... Dafür nur sehr unpraktisch. Wer auch immer das beschriftet hat, hat... ...dich nicht sonderlich drum gekümmert, dass die Leute nachvollziehen können. Machen wir O2? 1, 2? Nach vorne mal zu? Ja. Wann war es tiefer? Ich glaube, wenn das Gas noch weiter aufgedreht war, ne? Drehen wir mal weiter... Drehen wir Gas auf Anschlag. Okay. Wenn wir das hier so runterdrehen... Ich will nur mal grob einen Unterschied sehen. Nö. Okay, nee, das sehen wir jetzt schon, obwohl... Nee. Das ist so komisch. Ich weiß es nicht, Daniel. Aber guck mal, CO2 steht jetzt zum ersten Mal unten. Er sagt oben wieder. Ja, aber das hat eben nach unten gezeigt. Also dreh nochmal zurück. So? Ja. Okay, mach es mal in die Mitte. Wir wollen ja, dass es gar nicht aufleuchtet, oder eigentlich? Drehen wir nochmal... Was denn? Zwei nach rechts. Nach rechts? Ja. Jetzt nochmal. Nee, nochmal eins nach rechts. Du hast eben was... Eben war es, CO2 hat in die andere Richtung gezeigt. Und das war, glaube ich, noch auf der Seite. Ich, ich mein... Guck, ich mach es mal voll. Nee, 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 nee. Ich will nur dir zeigen, dass das, glaube ich, nicht so ist. Mag sein, dass ich mich verguckt habe, aber ich glaube, der zeigt immer nach oben. Siehst du jetzt auch wieder nach oben? Wir waren eben am... Also da war... Der hat eben nach unten gezeigt. Vielleicht auf der anderen Seite? Ja, vielleicht ist es irgendwie die Gewichtung der einzelnen Sachen. Das kann ja alles echt gut sein, ne? Dass das nicht bedeutet, wie du drehen sollst, sondern nur welches Gemisch du brauchst. Also, er sagt mehr O2, mehr Gas, geht gar nicht mehr. Und mehr CO2. Was? Das ist doch Quatsch. Also, ich muss ehrlich sagen, ich mag das überhaupt nicht. Nervt mich nicht. Ach, guck mal hier. Das Ding brauchen wir. Und ich wette, das kriegen wir nur hin, wenn wir das aufmachen. Gehst du hier nochmal die... Vielleicht ist da noch was da mit dabei. Nee, das ist nur... Nee. Kalibrieren. Also, du suchst was hier fürs Kalibrieren, weil ich habe nichts gefunden, oder was das erklärt. Kannst du weiter runter... Du kannst gerne ein Bild zum Mal machen, mach du mal, weil mich macht's wütend. Ich meine, meinen die damit, dass es diesen Kursverlauf nehmen soll? Vielleicht, dass die Kurve identisch ist, ja. Ja. Weil das ist ja kalibrieren in dem Sinne. Also, wir brauchen eine flache... Oh, das könnte gut werden. Das könnte gut werden. Ja. Aber guck mal. Das kann man sehen. Ah, ich verstehe, wie es gemeint ist. Okay. Ja, jetzt verstehe ich es, glaube ich, auch langsam. Nur, die rote Linie ist in dem Fall die Gesamtlinie, oder? Ich bin doch kein Chemiker hier. Wie soll das denn alles irgendwie... Na, warte mal, mal gucken. Nee, es geht am Anfang nicht schnell genug runter. Ha. So. Ja, das war sehr gut bisher. Ja. Wie hast du es denn geschafft, dass die aufhören zu leuchten jetzt? Hast du wirklich einfach nur eingestellt? Ja. Aber wir haben das doch eben die ganze Zeit gemacht. Nach links, nach rechts. Und nie hat's... ...ne Veränderung gezeigt. Ja gut, aber das ist schon... Du machst das schon richtig. Aber heißt das jetzt quasi nach oben, heißt er nach links? Dann haben wir das ja falsch rumgemacht. Ja. Ja. Du hast es, glaube ich, schon fast. Das ist es jetzt. Ja, nein! So knapp. Hammer, du hast es gemacht, Digga, ich weiß nicht wie, aber du hast es gemacht, heißt oben heißt nach links drehen. Oder? Ja, ich weiß nicht, also... Du hast eben nur noch nach oben, du hast eben nach links gedreht. Genau. Dann haben wir einfach... Ich meine, es ist einfach für höher oder weniger, keine Ahnung. Keine Ahnung, aber wir haben es dann auf jeden Fall eigentlich von der Logik her richtig gemacht, nur am Anfang eben falsch umgesetzt. Ja, geil, der vorletzte, damit haben wir eigentlich nur noch, fehlt jetzt noch das Muster. Ne, das... Ja, das Muster, genau. Ich denke mal, das wird der letzte Schüssel sein, oder? Mhm. Denk ich auch. Aber jetzt... So, dann hier. Okay, vielen Dank für das kniffligen Rätsel. Gesundheit. Oh, guck mal hier, da ist vielleicht noch was, das X-Ray. Das könnte noch was sein, ja. Was waren diese Geschichten? Oh, was war das? Ekte? Okay. Tolle Handschädel. Ist da was in dem Schädel drin? Der hat da was im Kopf drin. Ja, aber das könnte auch nur so eine... Sieht aus wie eine Maus. Also... So eine Neuro-Schnittstelle sein. Ah, okay. Okay, mal gucken. C war das? D ist das? Da ist die Karte! Sieht das recht? Mach mal hier Dings. Ja, ja, wir wollen ja jetzt den Infrarot, genau. Da, oder? Ja, wir wissen gar nicht, welche... Aber... Nein, aber... Wir haben doch das Muster jetzt. Ist das das? Das ist wahrscheinlich das Muster, ne? Ja, denke ich auch. Alles klar. Ich weiß nicht, welche Reihe man drehen muss. Aber... Genau. Drehs... Lass es mal so fotografieren. Ich mach mal ein Foto so. Und ein anderes Foto. Äh! Alter, es ist teilweise... Wie kann ich das so drehen, dass es... Ja, jetzt. Unfassbar. Okay. Ich glaube, dann schaffen wir das tatsächlich jetzt. Einfach ein guter Tipp von dir, da nochmal hinzugehen. Uh! Uh, du fieses Vieh. Ah, ja. Boah. Aber ich glaube, du bist hoch, oder? Du gehst jetzt runter, du musst aber hoch zu dem... Zu dem PC. Stimmt, wir wollten ja gar nicht zu dem S-Log, ne? Wir wollen zum... Hier, du willst ja da hier. ...Karten-PC. Jaja, okay. Okay. Da dachte die, wir laufen nach links. So! Was freu ich mich drauf? So ein Vieh mal... Willst du abspeichern, oder willst du... Naja, die Karte würde ich noch schnell machen. Okay. Dann speichere ich ab, ja. Okay. Okay. Muster eingeben. Ah, okay. Wir sehen ja sogar, wo diese drei... Äh... Leeren Stellen sind. Der oder... Der ist es, ne? Das ist es. Und zwar... Nehmen wir den hier. Wie kriege ich den jetzt wieder weg? Ähm... Auswählen. Ah, okay. Ja, okay. Ne! Da. Okay. Machen wir halt so. Ah, okay. Jetzt habe ich es, glaube ich, verstanden. Ich muss das in einem Rutsch machen. What? So. 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 Oh. Geht aber nicht. Naja, wieder hoch. Aber ich muss ja so. Und hier nochmal. Ne. Ne. Ich will ein Muster eingeben. Okay. Komm. Das ist ja bescheuert. Also was heißt bescheuert? Das ist eigentlich ein ganz cooles Rätsel. Aber wie kann das denn jetzt gelöst werden? Und wieder zurück und runter. Ja, aber dann... Dann stimmt das Muster nicht. Das ist jetzt, ähm, falsch, glaube ich. Guck mal, der Rohling hat das auch auf seinem Schlüssel. Oh, man hat hier sogar... Guck mal, man hat hier durch die Ecke. Kann man sogar gucken. Falsche Seite. Hier, das ist es. So sieht es eigentlich aus. Ja. Ja. Okay. Ah, ich weiß wie. Ich weiß wie. Okay. Nein! Sollst du ihn einführen? Och. Ja, man muss... Man muss es halt vorher nehmen, scheinbar. Ja, was meinst du? So. Äh, mach mal. So, hier ist der... Ja, ja. Äh, Moment. Ja. So. Der Weg ist... Du gehst von dem hier. So, 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 so. Kannst du nochmal... Von wem? Also, von dem hier unten. Ja. Hoch. Zack, zack. Und dann hier einmal so rüber. Hm, das ist aber der falsche, ne? Der sieht jetzt so aus. Nur damit du... Ja, weil du achte auf die Ecke. Quasi. Wir haben es da eben falsch eingegeben. Das meine ich damit. Also, weil ich kann mir zeigen, was ich meine. Das, das, so, so, ja, so, so, aber es fehlt ja immer noch der eine Strich. Wie kann man das denn überhaupt machen? Du kannst, wenn du nicht zurück darfst. Okay, jetzt... Okay, ich glaube, ich habe eine Idee. Startpunkt auswählen? Ja, genau. Na, wir probieren es mal so. Ja! Jetzt hast du es. Ich dachte, dass wenn man zurück geht, dass das dann auch wieder gelöscht wird. Okay, aber das war jetzt nicht das Richtige. Nicht, meinst du? Ja, der ist dann ausgeschmissen. Ja, aber weil wir gedruckt haben. Muss man gerade gucken. Ich meine, wir werden es ja gleich erfahren. Nee. Ach, wir haben schon wieder irgendwas falsch gemacht. Wir haben die falschen... Okay. Also, welches Muster ist denn jetzt das Richtige? Das da auf dem Schlüssel oder auf... Nee, also, eigentlich ist das Muster hier... Was denn, du meinst? Nee, das ist doch das Gleiche. Das ist eigentlich dasselbe. Ja, ja, hier sind mehr Löcher. Kurz mal für euch zur Erklärung. Das hier ist das, was wir zeigen. Ihr seht's kaum. Aber ihr seht, da ist eine Leiste mehr. Und das verwirrt uns gerade, weil wir nicht wissen, wie wir das jetzt imitieren sollen. Aber wir haben's schon genau so nachgebaut. Wir haben nur eine... Uns fehlt oben eine Leiste. Ja. Und dann ist es halt so. Komm, ich probier's mal. Dann wissen wir's. Oder glaubst du, die sagen dir Goldschlüssel? Was probierst du? Ja, ob der passt. Wer, wer passt? Der Schlüssel. Ob der hier unten reinpasst bei dem Eler. Ja, mit Sicherheit. Ja, aber dann hätten wir's ja. Aber hast du jetzt schon einen Schlüssel? Bin ich jetzt grad blöd? Ich hab ihn doch gerade eingesteckt. Firekey? Blankley? Ja. Achso, ja, okay. Dann mach. Ja, oder? Hier ist ja das Muster drauf. Ja, ja. Achso. Ah, der hat es eingestanzt. Jetzt versteh ich. Alles klar. Dabei stand ich jetzt auf dem Schlauch. Das ist ja nicht schlimm. Ich weiß auch nicht, ob das so geht. Aber man kann's ja mal versuchen. Welchen haben wir? Feuer, ne? Also Feuer und den anderen. Genau. Beide haben wir. Hoffentlich. Yes! Mann! Stark! Keine Ahnung, was hier jetzt kommt. Nix. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Ah, guck mal hier. Reparatur flicken. Position, natürlich. Speichern. 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 Nochmal Munition. Okay, okay, okay. Erstmal benutzen wir die Munition, oder? Wir haben... Meinst du lagern, oder was meinst du? Ne, auffüllen erstmal, oder? Gucken. Das Ding geben wir mal komplett weg. Altes programmisches Speichermodul. Er hat das aufnehmen bis zu sechs. Visuell eine Erinnerung. Das müssen wir wahrscheinlich irgendwo reinstecken. Und dann kriegen wir Änderungen angezeigt. Okay, wir haben Pistole-Munition. Termit, haben wir ja ein bisschen was. Ja, lass mal, lass mal nehmen. Ne, ich wollte nur eins mitnehmen, ja. Das ist ja nur eins. Oh mein Gott. Scheint eine der effektivsten Waffen zu sein. Ja, erstmal eine Leiche haben. Zwei. Ich meine, die nehmen ja jetzt keinen zusätzlichen Platz weg. Okay, die alle. Ähm, du bist ja schlimmer als der Fabian, was Kisten angeht. Der ist so ein Kisten-Fetischist. Okay, Termit, Pistole, Munition, Fotomodul. Da... Wir können es halt jetzt erstmal lagern. Wir wissen ja noch gar nicht wofür. Nicht, dass wir es natürlich noch brauchen. Ja, aber das kann ich ja zu allen Gegenständen sagen, ne? Ich bin mir sicher, dass die das vorher uns noch ermöglichen. Aber ich weiß nicht, wir brauchen noch alles. Ja, sicherlich brauchen wir das irgendwann, ja. Das nicht, das nicht, da ist nichts. Okay, was ist denn jetzt hier? Das ist ja krass. Ich hätte jetzt gedacht, man kann da runterhüpfen. Stattdessen gar nichts. Aber da ist ein Raum, ne? Ah! Hast du gesehen? Der geht doch runter. Runterspringen, jawoll. Ja! Ist das ein Endgegner? Oh, ne! Und wir haben... Was macht der? Komm, der schießt! Ach, der schießt sogar da durch. Ja, ja, ich seh schon. Kann der mal versuchen? Ne, der hat... Ich bin mir nicht sicher, ob man da überhaupt was mit ballern kann. Muss wahrscheinlich gegen die Flaschen ballern, oder? Ja, vielleicht, ja. Ne, Flaschen bringt nix. Ah! Das finde ich jetzt noch nicht schlimm. Schwere Ausnahmefehler. Hm, okay, ich dachte... Aber das war jetzt schon ungewöhnlich, dieser Ausnahmefehler. Kommt der immer? Wir sind schon häufiger gestorben, oder nicht? Vielleicht auch nicht. Ach so, jetzt... Nimm mal die Pumpe. Genau. Ist schon besser. Du hast recht. Und jetzt musst du kombinieren. Glaub ich, oder? Einmal vollladen. Hm, die ist schon... Ah, einen Schuss hat die noch. Ne. Komplett geladen. Okay. Ja, probieren wir das mal. Warte mal, ich... Ich gehe davon aus, dass ich sterbe. Dann speichere ich noch mal. Ich mache jetzt meine ganzen Energiekram nicht. Weil wir das auch so hinkriegen. Und wenn nicht, können wir ja laden. Aber wir haben so viel Energie schon verbraucht. Na, hallo? Aber vielleicht noch ein bisschen heilen? Also, ja, okay. Mach ich gerne gleich. Wie heißt sie? Wie heißt sie? Modell... Myra? Myra? M-N-H-Y-R oder sowas, ja. Das Ausbluten von dem Vieh ist schon... nicht unfies. Vielleicht solltest du... die Termit-Geschichten nehmen. Die sind nur für später, wenn die als gleiche am Boden liegen. Aua, 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 aua. Ja, ist doch egal. Wir haben doch eben gespeichert. So, alles nicht so schlimm. Jetzt wollen wir erstmal rauskriegen. Also, der hängt... Oh, doch, 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 doch. Guck mal, guck mal, guck mal. Schießen, schießen. Ich glaub... Jetzt. Schieß. Ich hab ja nix mehr. Der hat dich vollgekotzt. Ja. Okay, also... Man kann das irgendwie mit der Schroßlinde machen. Aber so richtig gut ist der Kampf nicht. Aber da hast du gesehen, da lagen noch ein paar Munitionspäckchen rum, ne? Mhm. Also, dann baddern wir einfach einmal die komplette Pumpe auf den drauf. Ich hätt' lieber... Ja, ich hätt' lieber die Schroßlinde... Äh, die... Die Pistole genommen dafür. Aber... Wahrscheinlich ist ja für solche Gegner Schroßlinde gedacht. Hab' nur Angst, ob die anderen jetzt auch kommen. Die anderen Gegner. Mühner. Mühner. Truff! Truff! Bam! Nochmal! Ich bin mir nicht sicher, ob ich den treffe. Es sieht nicht so aus, als ob ich den treffe. Da, doch! Du triffst ihn! Shit! Das ist so verrückt! Das ist so verrückt! Sind wir überhaupt in irgendeiner Realität? Oder ist das irgendein Computer-Virus? Das steht wieder auf! Shit! Okay! Na gut, damit hat jetzt keiner von uns mit gerechnet. Jetzt haben wir vor allen Dingen nicht mehr die richtige Munition. Da! Ja! Jawoll! Wir haben auch genug! Vielleicht muss man ihn aber auch, wenn er so da rumliegt. Guck mal, guck mal, guck mal was ist! Ja genau! Ich hätte auch gesagt, du schieß ihn nochmal an! Jetzt! rippiert! Aber jetzt kotzt er dich gleich wieder voll, ne? Das ist nicht so, das soll nicht so sein. Der reagiert ja überhaupt nicht auf den Shit. Jetzt hätte ich den Termit vielleicht, du hast recht, vielleicht hätte ich jetzt den Termit benutzen müssen. Komm, wir gucken mal gerade, wie man hier einen Termit benutzt. Ne, ich sterbe gleich, aber ich... Ah! R1! Vielleicht müsste man das bei ihm ja auch machen. Aber jetzt habe ich natürlich keine Muni mehr. Ja, guck mal, guck mal, guck mal! Du hast ihn! Ich habe doch gar nichts gemacht. Man darf den, sobald man ihn berührt, ist man irgendwie... Kriegt man... Kriegt's man ab. Hm. Aber wollen wir nochmal, also wollen wir es versuchen mit Termit? Wenn du ihn in die Knie gezwungen hast, dass man ihn dann quasi... Ja. Würde ich jetzt gleich nochmal probieren, aber... Abfackelt. Ich bin noch nicht überzeugt, dass das... Okay. Ich würde eigentlich am liebsten die Pistole benutzen. Ja, aber lad die doch mal. Oder... Was meinst du? Du hast jetzt Munition mitgenommen. Ja. Kannst du nicht noch weiter laden, da passen noch 10 Schuss rein. So. Ja, ich nehme sie. Das heißt, jetzt kannst du komplett zwei Waffen auf ihn rufballern. Ja, ich... Ich bin noch nicht überzeugt von dem ganzen Kampf. Guck mal, die prallen ja ab. Das ist doch ein schlechtes Zeichen. Das ist doch kein Zeichen dafür, dass das funktioniert. Da. Jetzt kaum mehr da. Nein, jetzt habe ich sie wieder ausgestellt. Guck mal, warum rennt der jetzt auf mich drauf? Doch nicht. Aua, aua. Okay, jetzt. Ja, du siehst es. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Nee. Vielleicht auf die... Flaschen schießen? Nee, passiert noch nicht. Es ist ja wirklich ein selten dämlicher Endboss-Kampf. Also wirklich. Was heißt das hier? Ja, ich... Ich weiß, ne? Oh. Möchtest du mal? Äh, nein. Du bist da versierter und gültiger als ich. Ja, du... Es... Es klappt ja nicht. Das unten rechts wäre auf jeden Fall nochmal ein Zeichen, dass man da irgendwas machen muss. Vielleicht ist da eine Konsole oder sowas für seinen Helm? Na, ich guck gleich nochmal, ja. Na, ich guck gleich nochmal, ja. Ich würde erstmal weg von ihm gehen, vielleicht, oder? Ja, hast recht. Mann, ey, dieses Scheißspiel! Vielleicht muss ich ihn dazu bringen, dass er da selbst drauf schießt. Nee. Aber das hat dich jetzt auch nicht irgendwie großartig verletzt, oder? Doch, jetzt. Doch, jetzt, ja. Aber da kannst du was daneben auch nicht nehmen. Ja, ne, es wird schon wieder angezeigt. Aber was wird da angezeigt? Oh, jetzt. Ach, guck mal, jetzt hast du aber weniger Schuss benutzt. Ja. Was bedeutet das? Vielleicht ist er dann geschwächt in dem Moment. Warte mal ab, bis das wiederkommt. Das stimmt, ne? Du hast auf jeden Fall... Da, 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 da! Ja? Nee. Nee. Oder er zeigt einfach nur an, aus welcher Ecke er kommt. Wo der, wo der Bösewicht herkommt. Ja. Oh, der Zombie. Aber guck mal, er kotzt schon wieder. Okay. Äh, gleich mal gucken. Okay, aber zweimal hatten wir jetzt schon in der Knie, in die Knie, oder? Ja, ja, und es hat wirklich immer irgendwie auch mit dem Timing zu tun. Äh, dass die abprallen, eigentlich ist das ein Zeichen. Jetzt aber. Aber sie geben einem Munition, also muss es ja irgendwie auch mit der Munition zu tun haben. Ja. Und drauf. Oh, jetzt komm mal hier! Ja! Ah, ja, ja, ja! Ja, jetzt ist er! Vielleicht solltest du dich mal reparieren. Okay, sobald das X da ist, können wir nicht schießen. Ich glaube, das ist es. Da ist noch Mun, da oben. Ja. Da kommt er. Okay, das bringt nichts, ne? Wenn da ein X ist, bringt es einfach nichts. Jetzt, jetzt aber. Ne, aber hat er immer noch ein X? Jetzt schieß. Und warum bringt es denn dann nichts? Da, guck mal. Ah, ich seh's, ich seh's, ich seh's bringt das, aber ich versteh nicht ganz warum. Oh shit. Aber da oben liegt noch ne Packung. Au! Au! Ich glaub, da kann er nicht durchschießen, oder? Guck mal. Der Spiegel da, ja. Ja, hier ist dieses komische Regal, da hört der Schuss immer auf, ja. Also irgendwas ist hier grundlegend falsch, ich seh's wirklich. Irgendwas mach ich hier ganz falsch. Jetzt die Munition nehmen. Und jetzt alles drauf. Nee, lass mich grad mal gucken, wahrscheinlich muss man vorne reinschießen. Ja. Nehmen wir dann, wenn er kotzt. Ja, okay, komm, kill mich. Vielleicht wenn du näher an ihn rangehst? Jetzt kill mich doch endlich. Okay. Puh! Puh! Dann mach ich jetzt nochmal die Pistole. Okay. Okay, also wir warten aus irgendeinem Grund bis er so unten ist. Auf den Knien und dann schießen wir ihm vorne ins Gesicht. Nee. Ich glaub, der muss immer nach ne Zeit lang kotzen. Ja. Da jetzt. Da, guck mal, jetzt muss er kotzen. Jetzt gehen... Ja. Sehr gut, Simon. Sehr gut. Soll ich mir das mal aufheben jetzt? Ähm. Jetzt würd ich ja erstmal Munition sammeln, ne? Ja. Shit, okay, jetzt ist wirklich langsam der Punkt erreicht, wo man... ja, der steht doch wieder. Okay, krass. Die stehen so schnell wieder auf. Okay, ja, jetzt ist er wieder down. Jetzt musst du... Alles, was du hast. Ballern! Na, für sowas sollte ich dann eigentlich die Schrottwinde nehmen, ne? Ja. Aber jetzt würd ich's nicht mit dem machen. Der steht gleich wieder auf. Und doch. Geil! Hammer! Hammer! Geil! Jetzt hab ich's auch verstanden endlich, wie der Typ funktioniert hat. Wir sind alle Fleisch und kehren zum Fleisch zurück. Dieb. Aha. Modell Adler. Administrator, eine Besucherin. Willkommen in unserer Anlage. Sie haben uns zu einer unglücklichen Zeit erwischt. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich suche eine Gestalt. Die Schnitte und Kamera-Perspektiven. Ein Arbeiter in unserer Anlage? Zeigen Sie mir Ihr Foto. Alina Seo. Und der haben wir auf jeden Fall Nachrichten schon gesehen. Ja, ja, genau. Ich glaube, sie ist eine unserer Fabrikarbeiterinnen. Aber... Du hättest nicht zurückkommen sollen. Okay, scheinbar ist das so, diese Replika kommt immer und immer wieder. Oder das haben wir auch schon gedacht, dass wir in so einer Art Kreislauf sind. A dream about dreaming. Es hat schon hier Neon Genesis-Vibes, äh. Total. Ja. Aha. Gamer-Points hab ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Was damit zusammenhängt, dass ich nicht auf der Xbox so viel spiele, ja. Also... Bei der Playstation gibt's Trophäen, also deswegen. Ach, Trophäen fand ich aber auch blöd. Während ich auf Erika gewartet habe, muss ich eingeschlafen sein. Ist sie schon ohne mich heimgegangen? Wir wollten doch zusammen ein paar Bücher aus der Bibliothek ausleihen. Ich sollte nachschauen, ob sie noch dort ist. Gott, dreht die sich lahmarschig. Ist irgendwas drin? Nee. Ja, ich glaube, wir gehen raus, aber ich gehe nochmal vorher ab. Nee, nee, nee. Wir gehen nochmal, genau. Versuch nochmal... Gesundheit. Danke. Wir gucken, ob da was drin ist. Na, sieht aber auch nicht so aus, oder? Als ob hier irgendwas ist. Vielleicht? Nee. Vielleicht kommt Freddy noch vorbei. Dann fehlen die seilhüpfenden kleinen Kinder. Ahhhh. Ich würde ja sagen, graue Türen bringen hier nicht wirklich viel. Die Erika gehen uns mit euch. Ja, ich ähm... Ich glaube, die rote Tür da hinten... Das ist die entscheidende. Ja, machen wir gleich mal von Sam. Ja. Ich denke. Bibliothek suchen, ja. Da steht da politische... 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 Polytechnische. Ach, Polytechnische. Polytechnische. Rotfront Sektor 3 Mandeln. Ach, das ist gar keine Tür. Laufen in den Korridoren verboten. Hahaha. Warum? Warum suggerierst du hier gleich schon... Nee, diese Verbote ist einfach sehr deutsch. Ja, Verbote sind sehr deutsch. Ey! Ein Mobbing-Schwein! Am Ende war es meine Schwester. Ach, ich war schon immer nutzlos. Irgendwas Depressives. Shinji. Guck mal. Siehst du das? Wie viele da schon rumliegen? Das hat er nicht zum ersten Mal gemacht. Meinst du, das sind andere älster? Also, die Haare sind ja genauso, ne? Blau. Ich glaub, das könnte schon sein. Ja. Verdammt. Er hat so viele runtergeworfen. Kennst du Triangle, die Angst kommt in den Welt? Ich weiß genau, was du meinst. Ja. Triangle ist ein super Film und daran muss ich auch grad denken. Nur hier würde es ja total passen, trotz allem. Es muss gar nichts Magisches sein. Es ist nur irgendwie dasselbe Programm, was immer abläuft. Wir laufen durch und er stürzt uns irgendwann runter. Alles ist eine Kopie, eine Kopie, eine Kopie. Ähm. Mach doch mal die Karte. Ich glaube, wir haben ja noch gar nichts. Siehste? Vater Noster Engine Room. Geil. Nein. Ungeil. Total ungeil. Sicherung benötigt. Okay, aber... Wir haben halt scheinbar die auch noch nicht. Okay. Okay. Warte mal kurz gucken. Ist das hier auch schon? Nee, hier nicht, ne? Okay, er braucht sie auf jeden Fall für mehrere. Okay, ja, wir haben's verstanden. Ja. So. Abspeichern! Was haben wir denn hier alles? Ja, vielleicht lädt sie dich nochmal auf, ne? Wie aufladen? Energie? Also, aufmunitionieren meine ich. Ja, das werd ich gleich machen. Das ist richtig. Weiß gar nicht, ob wir noch... Ein... Einnehmen. Äh... Nee, wir haben keine normale Munition mehr. Ah, nur noch Shotgun? Okay. Ja, aber wir haben durch ein paar Schuss haben wir noch sieben. Ah ja. Wollen wir schon mal. Ja. 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 Da sind Fackeln. Was ist das hier? Hey. Ah, noch mehr von denen. Und... Ah, in der Karte! Den Technikerschlüssel, den nehmen wir doch. So praktisch, wenn alle gleich aussehen. Achso. Ja, da rechts ist zum Speichern, ne? Schon gesehen. Ups. Ich hab jetzt gerade... Ach nee, ah nee, okay, Entschuldigung, da war ich. Gar nichts, will ich lagern. Habe ich jetzt irgendwas Falsches da reingeworfen? Nee. Okay. Na, vielleicht nehmen wir nochmal so'n... Elektro... Ähm... Stab? Stab, ja. Okay. Nehme ich mal einen mit. Weiß aber gar nicht genau. Ich glaub L1 benutzt man die. So wie das... L1, okay. Kann ich bemerken. Genau, das war's nämlich auch eben bei dem anderen Kram. Achso, dann lass vielleicht. Dann... Ja? Obwohl... Nee, lass mal, lass mal. Nee? Ja, okay. Nein, jetzt gehen wir wieder zurück, mir ist egal. Okay, gut. Hier geht's weiter. Nein! Schlosses Defekt kann nicht geöffnet werden. Dann müssen wir jetzt wirklich diese Fusebox-Geschichte machen, aber wir haben doch gar nichts dafür. Hier links, oder? Warst du schon links? Ganz links? Ähm, ich dachte ja. Technikerschlüssel. Ach, wir haben den Schlüssel gerade eben bekommen, ja. Aha. Und jetzt geht's hier runter. So kein Überblick mehr, wo wir eigentlich sind. Im sechsten. Ja, okay. Ach stimmt, ja. Das ist so geil, wie einfach der ganze Aufzug voll ist von Leichen. Denkt dir doch mal was Neues aus. Hm. Ich find's komisch, dass die dazu nichts sagt. Oder? Vielleicht ist das so... Da, guck mal, da war... Da konntest du was aufmachen. Oder irgendwas angucken. Da. Haben wir nicht. Aber merken wir uns. Ja. Aber hier sind auf jeden Fall... Türen... Westworld, dass sie sich selbst da... Also, dass sie das nicht sieht. Ja, Westworld, was du gesagt hast zu, ähm... Was du gesagt hast zu Severance, ne? Ja. Wo du gesagt hast, okay... In unserem Butter Binge. Genau. Wo du meintest, ähm, du fandst gut, dass sie noch andere Abteilungen irgendwie, äh, aufgezeigt haben und durchleuchtet haben. Das, was man sich ja eigentlich von Westworld erhofft hatte. Ja. Dass da noch andere, sag ich mal, Welten... Ähm... Ja, genau. Sie haben's dann so schäbig gemacht, ne? Nicht so richtig cool. Ähm, das hätte man echt anders machen können, ja. Und ich hätte... Generell, ich find die ganze Story so wie sie... Welcher Schlüssel ist nötig? Oh man, ich guck mal. Oh, ach shit. Eulenschlüssel. Eulenschlüssel. Ah, da ist ja auch eine Eule drauf. So. Da hängt ne Menge. Guck mal. Da ist ein Plakat. Die Knarre hätte ich jetzt auch mal gern langsam, ne? Ujan wird brennen. Okay. Immer diese... Kriegerisch, ne? Wütende Notiz. Ich habe offiziell die Eulen nebenan satt. Wir hören jetzt echt dieses Scheiß-Lied ohne Pause, seitdem das Klavierzimmer abgeschwärt wurde. Wenn ich das noch einmal hören muss, gehe ich da rüber und haue diesen Scheiß-Kassettenspieler in Stücke. Frag mich, ob wir einen Schlüssel zu ihrem Schlafsaal ausleihen können, damit wir diesen Wahnsinn ein Ende bereiten können. Ist mir bewusst, dass wir in der Szene brechen. Ist mir bewusst. Was ist das? Nix. Aber da unten in der Dusche stehen irgendwie... Ah, das ist ein sehr komisches Symbol, oder? Warum kann ich da... Na gut. Was ist... Warum... Ja, ne, ich wollte grad sagen, warum greifen die mich nicht an? Da ist irgendwas. Guck mal, da ist auch noch was da. Ein Messer oder so eine Stange oder irgendwie sowas. Boah, jetzt kommen die hinterher. Und siehst du, die hat ein Schild. Guck mal, die hat ein Schild. Ja, okay, aber das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. So, schnell mal alles abchecken. Shit, ich brauch so nen Reparaturdödel. Guck mal da. In der Dusche. Hier links. Ah nee, was ist... Das ist nix. Schieße! Aber ich will auch sagen, dass das was Wichtiges ist. Da unten ist noch eine Tür. Cleaning Room Hallway. Ich will nur gucken, ob wir da... Okay, ne. Tapp nicht. Okay. Als nächstes gehen wir da runter. Dick. Oh! Oh! Hau die mit dem Messer zu! Sind die alle so durch? Ah, guck mal, das ist die andere Seite. Von dem Gang? Ja, wo wir eben drin waren. Aufgrund eines Vorfalls neulich mit einem bestimmten Star, der hier umgenannt bleiben soll, habe ich alle Türen umgestellt, dass sie sichtbares Licht brauchen, um sich zu öffnen. Bis wir uns um die Beleuchtungsprobleme kümmern können, sollte das hoffentlich in Zukunft Lichtwartungskader Personal davon abhalten, sich unnötig in Gefahr zu bringen, indem sie in dunklen Zimmern herumstolpern. Wenn ihr einem Beleuchtungsreparaturauftrag zugewiesen wurdet, denkt daran, ein Taschenlampenmodul auszurissen, damit die Türensensoren euch reinlassen. Fragt Adler, wenn ihr eins braucht, das ist in letzter Zeit normalerweise in seinem Quartier im achten Stock. Wir fragen Adler gar nix mehr. Ja, ne? Der Penner. Lagen da jetzt zwei Sachen rum? Ähm, ob da zwei Sachen... Ich geh nochmal zurück. Was meinst du? Nö, da lag... Also das da... Du hast recht! Du hast recht! Da haben wir noch einen kleinen Flicken übersehen. Simon, bevor wir uns jetzt wieder in die Gefahr stürzen... Ja! Okay, du hast recht. Machen wir kurz ein Päuschen, ne? Ja. Von einer Woche oder so. Auf jeden Fall kommt dann bald die nächste Stunde. Und wir haben jetzt hier noch gleich eine Stunde. Ich freu mich drauf. Haben wir? Nee, wir sind jetzt hier durch. Nee, warst du das echt? Ja. Das war die... Oh shit, du hast recht. Ich dachte wir machen zwei Folgen, aber heute war eine extra lange Folge. Okay, oh, das ist eine spannende Geschichte. Wo speichern wir jetzt hier? Können wir hier überhaupt speichern? Können wir hier überhaupt speichern? Du, wir können hier gar nicht speichern. Nein, da müssen wir alles wieder... Das geht nicht. Dann müssen wir wieder alles neu machen. Ich geh noch mal hier runter. Ja. Wir machen das kurz noch mal. Du kannst ja schon mal abmoderieren. Abmoderieren? Nein, ich moderier hier nicht. Nein, aber ich... Die Tür ist... Das Schloss ist defekt. So, dann gucken wir mal, ob da... Oh, komm! Das ist auch defekt! Das ist auch defekt! Das man nur in die reinlaufen muss, das muss doch wirklich nicht sein. Auch defekt! Auch defekt! Im Moment... Nein, wenn ich die Tür nicht fahre, ich... Ich looked an... Nein, ich habe die Tür nicht alle aufgerufen. Ich habe die Tür nicht aufgerufen. Das Kampfsystem ist leider wirklich scheiße, ich find's richtig scheiße, macht mich wirklich wütend. Jetzt hat sie wieder keine Munition mehr. Okay, komm, dann lauf ich jetzt hier noch mal lang und links. Oh nein. Ernsthaft? Alles zu. Alles zu. Ja, ich hab keine Ahnung, was man jetzt machen kann. Außer hier halt. Alter. Da stand was von Paternusse. Ja, ja. Was für eine Verschwendung. Okay, ich kann jetzt hingehen und die kaputt ballern. Ich mein, bringt das was? Wir hätten doch diese Dinger mitnehmen sollen, diese Nahkampfwaffen. Na, immerhin. Okay, so. Jetzt haben wir ganz kurz noch ein bisschen Zeit. Okay. Ja gut, das ist ja unsere, also ich glaub, denk mal eine Aufgabe von uns. Ja. Das sind so Dinger, wo man sich rein stellt, ne? So offene Aufzüge. Genau. Das hab ich noch nie, heißt das Paternoster? Das heißt Paternoster, ja. Gibt's im Bezirksamt Eimsbüttel, kannst du noch so ein Ding fahren. Ist doch mega gefährlich, oder? Also ich dürfte sowas nicht benutzen. Also ich würde mich damit umbringen. Ja, sie haben auch extra dran geschrieben, für Simons bitte nicht. Repair Bay. Aber da waren wir eben, da ist es so dunkel. Scheiße. Also ich, ich hab ein echtes Problem jetzt, weil wir kommen... Aber guck mal, da oben ist noch eine Tür in der Repair Bay. Ja, aber wir können nicht hin, weil es so dunkel ist. Wir kommen da nicht durch. Hatte ich das Gefühl. Oder sollen wir da versuchen durchzurennen? Ja, wir haben jetzt halt nicht so viele Optionen, ne? Und die Tür scheint auf jeden Fall sich öffnen zu lassen. Als ja das da eine Treppe ist. Sieht das so aus? Ja. Okay, wir probieren's einmal aus kurz. Ja, da, da. Rechts hoch, rechts hoch. Links hoch, meine ich. Einfach hoch. Ja, ich. Du siehst ja. Ja. Geht nicht? Geht nicht, ne. Ach. Ach, komm. Du kannst nicht... Scheiße. Du bist ein... Also ein ganz schlechter Android bist du. Der Terminator konnte im Dunkeln sehen. Ja, das ist ja das Mindeste. Hallo? Warum soll ich denn sowas erfinden? Okay, so, wir gehen noch einmal zu der Treppe, nur um sicher zu gehen, dass wir... Ja, ja, ja. Ansonsten... Ja, ja, ja. Müssen wir dann echt den Kampf nochmal machen? Wo haben wir... Ne, wir haben vorher gespeichert. Irgendwo. Wir haben gut gespeichert. Okay. Da runter... Da sind die zwei Dödel. Da sind... Okay, dann nehm ich den auch nochmal schnell. Und da war noch ne Notiz. Da ist noch! Da war noch ne Notiz. Oh. Ich fürchte, die Kommandantin empfängt zur Zeit keine Besucher. Das ist doch jetzt hoffentlich kein Endkampf. Aber vielleicht kann ich Ihnen stattdessen behilflich sein. Und Sie sind... Ich bin der Administrator dieser Anlage. Bitte, kein Grund zur Sorge. Ich bin da, um Ihnen zu helfen. Ja, ja, genau. Ah, okay. Ne, wir machen das gleich, ne? Wir machen das gleich. Können's ja nicht ändern. Ist gelb richtig? Oder kann man da noch einen heilen? Ich weiß es nicht mehr. Ne, mach doch mal. Ich glaub, gelb ist schon... Ne, du hast doch geblutet. Ich glaub, grün ist, wenn dann überhaupt... Ja, aber ich glaube, dass man mittlerweile schon wieder jemand anderen spielt. Ich glaube, man wechselt wirklich regelmäßig die Charaktere an. Das kann ich mir irgendwie nicht erklären. Wie das hier auch immer läuft. So, baller die Frau doch mal mit den Haufen. Oder das Wesen. Ich kann sagen, es ist wahrscheinlich einfach... Scheiße. Das war jetzt eigentlich unnötig, ne? Wären wir auch einfach so rausgekommen, aber... Das ist mir alles zu unsicher gerade. Oh, wo kommen wir denn jetzt raus? Auch wieder neu. Ne, da waren wir schon. Ne, 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 sonst wär's noch alles grau. Oh, dieser Pater Noster irritiert dich wahrscheinlich. Ja, genau. Guck mal, kannst du den nicht von hinten irgendwie vielleicht fertig machen? Hab ich noch so einen? Ne, ich hab leider keinen mehr. Aber ich mag die auch mittlerweile sehr, eigentlich, diese Nahkampf-Dinger. Die müsste man mehr... Guck mal, sind das nicht nur Patronen? Oder waren das nur die Schotten? Ne, das war Revolver und... Ja, das ist ein bisschen doof. Ich hoffe einfach, dass wir durch Zufall jetzt... Ne. Oh, das ist ja gemein. Hier ist auch nix. Naja, da liegen wir nicht. Ja, ja, ich meinte kein Speichern. Ich will nur speichern. Das ist gerade mein einziges Ziel. Shit. Oh. Alter, die haben hier nirgendwo so ein Ding zum Speichern. Das glaube ich nicht. Aber Post wäre hier ohnehin. Bibi, einfach rum, Mann ey. Das machen wir jetzt schreckt. Wollen wir das dann einfach verschieben? Was? Also, ich meine, das nächste Mal dann halt nochmal... Da gehen wir doch wieder hoch. In die Roboterverwaltung. Moment. Auch nix. Da ist auch noch eine. Schön Terror, die Musik. Was ist denn jetzt? Okay, irgendwas kann man hier mit den Frequenzen machen. Okay, ein letzter Versuch. Nochmal zu gucken. Ich sag im Piano Hallway. Was willst du da machen? Da ist, ähm, noch ein Durchgang. Der hier. Aber da können wir wahrscheinlich wieder nicht ran, ne? Kurbelgriff. Hör auf zu lesen. Aber ich meine, wir haben jetzt viele in Erfahrung gebracht. Es ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Was ist mit der Frequenz? Ich glaube, dass man die mit einer bestimmten Frequenz irgendwie ausschalten kann. Ja, also wollen wir jetzt... Ich weiß jetzt nicht. Ich hab das Gefühl, dass wir voll dumm einfach nur jetzt rumlaufen und alle Level schon mal angucken. Aber das hilft uns ja auch nicht. Aber in dem anderen Raum schien keine Gefahr irgendwie zu sein, oder? Wenn du jetzt nochmal hoch gehst. Und ich geh mal ganz hoch noch in die... Genau, in den da. Ja, okay, dir. Weil warum wird die Frequenz angezeigt? Ich glaub, die müssen wir uns gleich mal angucken. Ja, aber wir können ja trotzdem nicht speichern. Hier. Und 6, 4. Okay, machen wir's halt. Hast dir recht. Ich drücke, aber es kommt nix. Ah. Okay, sie drehen durch. 1, 1, 6, 8. 1, 8, 6, oder? Oh, 1, 8, 6. Okay. 1, 9, 9. Sehr weirde Art zu kämpfen. Aber ich mag's irgendwie. Kann ich den noch töten? Oh Mann, und schon wieder nirgendwo was zum Speichern. Ja, vielleicht da jetzt. Ein Schlüsselloch im Gemälde. Das ist Resident Evil 101. Und wir hatten natürlich keinen Schlüssel. Nee, gar nix, ey. Also ich glaube, man kann ja gar nicht speichern in diesem Stockwerk. Guck mal, wenn du jetzt nach links gehst, da ist eine Treppe. Ja, und dann eine hoch oder runter, ne? Genau. Wir werden nächstes Mal uns total verlaufen haben und überhaupt nicht mehr wissen. Nee, da kommen wir her. Ja, ich wollte nur gucken, ob hier irgendwas ist. Nee, okay. Also gehen wir eine runter wieder. Nee, eine hoch. Aber wir waren doch eben bei 7 jetzt. Und sind wir hoch oder runter? Wir gehen hoch. Damit wir oben nochmal speichern können. Guck mal, da ist doch ein ... Pff, ey, was ein Krampf. Okay, das machen wir. Das ist nicht gut gewesen. Da hab ich jetzt echt viel Kram auch verschwendet. Also ich würde normalerweise, wenn es um mich gehen würde, hätte ich längst neu angefangen. Na, wenn es mein Spielstand wäre, weißt du? Das hätte mich aber viel zu sehr irritiert. Deswegen heißt es wohl Survival-Horror. Ja, aber die geben mir ja kaum Chancen zu surviven. Dann mach doch hier nochmal an der anderen. Nimm doch ein anderes Ding jetzt hier. So, okay. Ich lass es nicht schleifen. Ich will surviven. Genau. Okay, das war eine schöne Runde. Wir haben viel erreicht. Wir haben viel, ich meine, wir haben viel erreicht. Das mag auch vielleicht ein falscher Eindruck sein, aber ich finde, dass ... Zwei Stockwerke erschlossen. Ey, du, es war spannend. Ja. Also wirklich, ne? Also es war wirklich, man ist ... Keine Ahnung, das hat eine ... Also ich war mitgerissen. Ich auch. Ich mecker zwar dann über so was wie den Endboss-Kampf, aber wenn man ihn verstanden hat, war er ja dann auch okay. Es ist halt so ein bisschen schwierig, da reinzukommen ins Spiel. Aber es ist ein toller Titel. Es ist so weit. Wir spielen's endlich weiter, Schröck. Ja, vor allem, was sind unsere Aufgaben? Ja, nee. Ja, wir hatten ein, zwei Sachen, glaube ich. Aber vor allen Dingen waren wir in einem neuen Areal, wenn ich mich nicht täusche. Wir sind doch, glaube ich, hier in einem großen Areal rumgeirrt und haben einfach nur was zum Speichern gesucht. Ja, ne? Oder sind wir, genau, über dieses Real zurück ... Nee, wir sind ... Äh, Moment. Ja, das sieht ja immer ähnlich aus, ne? Nee, doch, das ist schon ... Ja, genau, über dieses Flood-Overflow sind wir nämlich ... Genau, das war jetzt ganz frisch. Wir waren jetzt der letzte ... Das war jetzt der letzte Stock, den wir gesäubert oder erforscht haben. Vielleicht sollten wir mal hier reingehen. Genau, hier ist dieser Haufen Leichen, ne? Wo wir ja einmal schon runtergeschubst wurden. Also, auch das verwirrend ... Ah, hier, guck mal. Oh, nein. Oh, nein, das sind Widerstände. Oh, nein, da muss man rechnen. Oh, mein Gott. Sicherung benötigt. Gut. Ha! Nicht jetzt. Nicht jetzt. Das heißt aber, wir kommen hier nicht mehr weiter. Okay. Dann würde ich sagen, wir waren ja hier drin, um abzuspeichern. Das Schloss ist defekt. Die Tür kann nicht geöffnet werden. Hm. Hier in dem Aufzug ist auch nur ... Nee, das ist dieser leere Schacht, wo die Leichen immer runtergeworfen wurden. Und dann ist das hier der Raum, wo wir reingekommen sind, ne? Ja. Das stimmt. Äh, okay. Moment. Aber es gab auch noch andere Stockwerke, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber haben wir nicht eine Sicherung? Schau doch noch mal kurz in deinem Inventory oder so. Warte. Na? Komm. So. Was haben wir denn hier? Shotgun Rounds? Empty, 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 Empty. Nee. Haben wir das vielleicht abgespeichert, also abgelegt? Ja, ich werde mir jetzt ... Lass mal gucken, weil ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich habe irgendwas klingelt, auch mit einer Sicherung. Aber nach so vielen Resident Evil Spielen ... Was ist das hier? Storage. Der ist nur der Ordner dafür, genau. Foto, Modul, Stunprod, Jackson, Pistole. Tafel der Ewigkeit. Ja, die sind ja für diese Tür, ne? Ja, ja. Aber da sind wir noch nicht so weit. Haben wir denn ... Wir haben noch nicht alle Schlüssel da reingesteckt in dieses eine Portal, oder? Oder haben wir alle reingesteckt? Zwei oder drei. Also ... Ich könnte nicht mal mehr sagen, ob noch eines fehlt. Aber ich glaube, es fehlt noch mindestens eins. Gut. So. Warte mal. Usebox. Da fehlt eine Sicherung. Wir haben keine Sicherung. Okay, aber dann haben wir ja eigentlich, wenn keiner dieser Räume aufgeht, sind wir ja dann hier erstmal mit dem Stockwerk schon wieder durch. Es sei denn, wir finden dann irgendwann die Sicherung, ja. Ja, okay. Okay, also hier ist so gesehen gar nichts. Wir müssen wieder runter wahrscheinlich, ne? Ja, ich denke auch. Wir hatten das letztes Mal, hatten wir das irgendwie mit den Stockwerken uns zusammengereimt. Genau. Das sechste war zum Beispiel ... Mach mal auf, ob wir da schon waren. Nee. Oder doch? Ach ja, ich erinnere mich. Briefkastenschlüssel benötigt. Ja. Gut. Das heißt, wir brauchen einen Briefkastenschlüssel. Ich wette, in diesem Briefkasten ist die Sicherung drin. Hierfür brauchen wir einen Schlüssel. Das würde passen, ne? Ja. So. Guck mal hier. Repair Bay. Das sieht doch dann ... Das klingt doch schon mal nach irgendwie ... Sicherung. Ja. Nö, finde ich auch. Aber wenn nicht das, finden wir wenigstens Schlüssel oder irgendwas sicherlich jetzt bald. Ja, wir haben jetzt auch nur zwei Türen, durch die wir durchgehen können. Ich würde mal einfach hier kurz hier reingucken, was wir hier drin haben. Eine versperrte ... Ja. Unten waren wir da auch schon. Wir waren schon mal in beiden Bereichen. Okay, dann hier rein. Wütende Notiz. Ich habe offiziell die Eulen nebenan satt. Wir hören jetzt echt dieses Scheiß-Lied ohne Pause, seitdem das Klavierzimmer abgesperrt wurde. Wenn ich das noch einmal hören muss, gehe ich da rüber und haue diesen Scheiß-Kassettenspieler in Stücke. Ich frage mich, ob wir einen Schlüssel zu ihrem Schlafsaal ausleihen können, damit wir diesen Wahnsinn ein Ende bereiten können. Ist mir wurscht, dass wir Quarantäne brechen, wenn es heißt, dass ich nie mehr dieses Lied hören muss. Da geht es wahrscheinlich um den Schlüssel, ne? Ah, guck mal hier. Also zeigen, dass da der Schlüssel ist. Oh, sind wir das? Einer von uns ... Typ Generation 4 ökologonomische Kampfeinheit. Biomechanisch mit Polyethylenschale und kugelsicherem Panzerblatt. Polyethylenschale und ... Polyethylen? Ich wöge, auch nicht. Das Standardmodell der Protektor-Sicherheitstechniker mit verlängerten Beinen ausgestattet. Aber das haben wir alle schon gelesen. Ja. Ja, ja. Kannst du nochmal gucken, ob in den Spinden oben was drin ist? Oben da diese drei Spinde. Ich weine, wir waren hier schon. Ich kann mich gerade unten an diese Dusche erinnern. Naja, okay. Manchmal. Ujan wird brennen. Stimmt. Ah! Okay, soll ich die jetzt umballern oder ... Weiß nicht. Wir haben sie letztes Mal natürlich laufen lassen, weil wir keine Muni hatten. Weiß nicht, soll ich? Ach, ich hebe dir das doch auf, oder? Bitte einfach dran vorbeilaufen. Ganz rechts und runter. Das sind vier, ne? Das ist dann ... Die schlucken so viel. Ach, hier brauchen wir wieder ... Hier brauchen wir vielleicht auch ... Oh, da ist ein Vieh! Es ist zu dunkel, ich kann nicht schießen. Komm her. Hm. Wir haben natürlich jetzt auch nichts zum Reparieren, ne? Ja, hast du im Grunde auch noch nichts gemacht. Du könntest auch einfach neu laden. Aber ... Aber warum kann ich denn da nicht lang? Na, da steht, glaube ich, gerümpelt. Du erschieß mal. Du siehst es beim Schießen. Jetzt, wenn du neu lädst, ist es eigentlich egal. Ja, ne? Da ist rechts irgendwas. Eine Kiste und vorne die Gasflaschen. Aha! Ich hätte jetzt gedacht, wir müssen Licht machen. Aber stimmt. Nee, man kann ja schon mal einfach ... Ah, nee, jetzt will sie nicht weiter. Da ist noch ein Vieh! Ich bin ... Scheiße. Mich würde mal interessieren, ob man da ... Du hast versucht, da oben durchzulaufen, ne? Ja, ja. Vielleicht geht das nur nicht, weil da ein Monster war. Es ist zu dunkel. Komm, ich hoch ab. Ich repariere mich. Jetzt will ich einfach neu laden. Weil du hast schon viel Energie verloren jetzt. Ich meine, du hast nichts gemacht, eigentlich. Naja. Nicht verlassen. Ja, komm. Das ist okay, finde ich. Also, dieser dunkle Raum, der macht mich gerade auch fertig. Weil ich nicht mehr weiß ... Wir waren da schon häufig und haben versucht, irgendwie durchzukommen. Aber du bist jetzt so bis dahin gelaufen. Glaubst du, man könnte vielleicht doch hoch? Naja, aber da war ja noch ein Vieh. Ja, genau. Aber man würde die Viecher killen und so. Würde man dann oben durch die Tür kommen? Oder war da eine Blockade? Das kann ich jetzt nicht so sehen. Aber ich nehme jetzt mal trotzdem hier ein bisschen Dings mit, ne? Repair-Scheiße, oder? Ja, ist dein Spiel. Also, ich meine, dein Spielstand. Nimm ruhig mit, was du ausgeben willst. Nimm mit. Also, einfach nur mal, um was zu haben. So. Ja, links runter. Da kamen wir nicht rein, ne? Hier war jetzt nur dieser Sicherungskasten, wo wir nichts haben. Dann würde ich sagen ... Ja. Es scheint so. Ich meine, wir müssen ja auch nicht da durch diese Dusche durch. Wir können ja auch noch weiter über die App laufen, oder? Hier ist halt ... Ja. Ach, guck mal hier. Da ist noch eine Tür. Aber das ist der Raum, da sind wir auf der anderen Seite des Gerümpfels, ne? Ja, genau. Oder? Ja. Ist doch so. Und hier die Tür wird gar nicht leuchtend angezeigt. Ja, weil die wahrscheinlich einfach wirklich versperrt ist oder zu bleibt oder unbegehbar ist, ja. Oder es heißt, dass man da durchlaufen kann, wenn man erstmal hingeht. Ja, aber dann haben wir ja trotzdem diese zwei Viecher da, ne? Ne, ich möchte auch nicht hin. Aber ... Kann man ... Ja. Ich würde jetzt hier nochmal gucken. Ne. Auf der Karte nochmal gucken, wie weit runter man kann. Also, was man da noch machen kann. Genau. Da geht es nämlich noch weiter. Und da sind ja auch nochmal Türen. Okay, aber dann müssen wir jetzt durch den Cleaning Room, um zu der Tür da unten zu kommen. Okay. Alles klar. Dann renne ich da einfach durch. Ah, es ist schon komisch, weil wir sind ja diese ganzen Wege schon mal gegangen, um dann in dem einen Raum zu landen, wo wir hier gestartet haben. Und haben wir echt keine Sicherung? Das haben wir schon mal gelesen, ja gut. Ja, ja. Ne, nein, nein, einfach durchrennen. Die haben gar nicht so viel geschluckt, ne? Ja, oder die, also die Schrotflinte ist ja auch neu, ne? Also ich meine ... Stimmt, die ist auch nice, ja. Neu und nice. So. Oh, da lag noch ein Zettel, kann das sein? Guck mal hier. Haben wir den schon? Den haben wir bestimmt schon. Ich glaube, wir haben alle schon gesehen. Defekte Beleuchtung. Ach, guck mal hier. Ah, warte mal, ja, mal gucken. Genau, das ist ... Wenn ihr einem Beleuchtungsreparaturauftrag zugewiesen wurde, denkt dran, eine Taschenlappenmodule auszurüsten, damit die Tür sind so in euch rein. Also die Tür lässt uns, wenn das die ist. Fragt Adler rechtzeitig, wenn ihr eins braucht. In der Zeit nur waren wir in seinem Quartier im achten Stock. Also sollten wir da hingehen und das holen, können wir nochmal an der Tür versuchen, ja. Sobald wir ... Also, aber ich meine jetzt mal, die Frage ist ja, wenn wir jetzt diese Leiter da oben benutzen, dann kommen wir nur in den fünften. Nur in den fünften ... Wir kommen nirgendwo anders hin, oder? In den siebten, glaube ich, aber weiter hoch in den achten geht's nicht, nein. Hätte ich jetzt gesagt. Also, weißt du, wenn wir ... Du kannst ja sogar hier gucken. LB, kannst du das Stockwerk wählen und dann ... So, vier. Ach, das sind die Untergeschosse. Ah, okay. Hä, ist ja ... das ist ja verwirrend. Ja gut, aber es gibt weder ein Acht-Ober-Geschoss noch ein Acht-Unter-Geschoss hier. Also, für uns, glaube ich, im Moment ... Aber hier zum Beispiel wäre auch nochmal eine Treppe, ne? Naja, wir können da auch ... Wir können da gerne nochmal hin. Wir wollten ja eigentlich eh da lang. Ja, komm. Probieren wir es jetzt mal. Ich glaube, wir sind ja auch einfach durchgerusht auf der Suche nach einem Speichelpunkt, oder? Ich weiß es auch nicht mehr. So. Okay, Karte im Norden. Mal gucken, wofür. Der Pater Noster funktioniert nicht. Jetzt bist du in der Mitte nicht hingegangen. Oben meinte ich, aber unten ... Ach so, oben? Ja, nicht, dass ich da jetzt unbedingt hin will, nur ... Da können wir keinen Zutritt ... Genau. Ach so, ich dachte, wir haben den vielleicht schon. Okay. Ach, dann sind wir da, glaube ich, runtergesprungen. Da kamen wir durch, ne? Mhm. Okay, dann ... Irgendwie landeten wir dann. Das haben wir alle schon gesehen. Hm. Oh, Mann, 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 Mann. Äh. Ja, komm, lass sie, lass sie da rumeiern. Hier ist nix, hier ist nix. Hier kam er her, ne? Wo sind wir denn jetzt gerade? Da im Mittelraum, oder was? Nee, 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 ich meine, welchem Stockwerk? Sechstes Untergeschoss, laut Karte. Okay. Und bis zu fünf kamen wir hoch, ne? Ja, ja, also jetzt, wo du sagst, ich glaube, es war fünf, ja. Aber dann hätte er auch noch weiter runter, glaube ich. Aber da waren wir ja zum Teil schon. Also soll ich jetzt nochmal in das Loch da steigen? Ja, ich mein, ey, ich hab alles vergessen. Lass uns einfach die Sachen nochmal, den Weg nochmal irgendwie rekapitulieren. Dann, let's go. Ich mein, wir haben offensichtlich aber auch keinen einzigen Schlüssel oder irgendwas, ne? Wir haben nichts bekommen, was wir jetzt benutzen könnten. In Shuttergate. Management Office. Flood overflown. Da, darüber kommen wir, da kommst du dann weiter. Wenn ich mich nicht irre, aber hier ist noch, links ist noch eine graue Tür. Da beim Factor Office. Ja, 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 okay, 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 okay. Und diese gelbe, heißt gelb nicht, dass wir die aufmachen können? Könnten. Könnten. Aber warte mal, ich, Idiot. Ähm. Wir haben jetzt ansonsten nichts, ne? Ach nee, ich muss da hoch. Guck mal, das ist der Shining-Teppich, siehst du's? Ja, ja, da ist mir auch. Ganz viele, ganz viele Anspielungen. Einer der Zombies sieht halt auch aus wie aus Silent Hill. Mit den klumpen Händen. Ah, das ist ja ein Schrei. Nein, schon wieder was mit Licht. Okay, also wir brauchen eine Taschenlampe. Ja. Das heißt... Guck mal, die hat sogar ein Messer. Die blöde Kuh. Nimmst du, was du kriegst. Wir haben alle Messer, was am nochmal. Oh, die Ecke kenne ich auch noch. Gut, ausgerechnet in dem Raum. A Dining Room. Hm. Ja, man kann schwer sagen, ob da oben was liegt, aber es sah jetzt eher nur aus, als hätten wir da schon alles geholt. Das ist die Tür, die ich meinte, die gelbe. Also, da braucht man... Was machen wir da nochmal für? Kurbel. Den haben wir nicht, ne? Kann ich da von hinten ranschleichen und die kaputt hauen? Was ist mit dem Nahkampf? Taser. Soweit ich weiß, frisst der ja dann trotzdem Energie. Tritt! Ja. Ach, komm, Leute. Was ist denn hier los, Alter? Betriebsausflug von denen, oder was? Ich habe das Gefühl, die kommen auch wieder. Das sieht irgendwie neu aus, aber... Oh, 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 oh. Siehst du, das scheint auch ein neuer Raum zu sein. Hast du gar keinen Schuss mehr, ne? Nö. Also, eben in dem Raum waren ja noch Items. Das heißt ja vielleicht, dass wir da nicht waren. Und das wiederum deutet darauf hin, dass wir vielleicht noch mehr in dem Raum finden. Also, vielleicht ist da noch was in der Schublade oder so. Ja. Aber jetzt haben wir halt... Uh, jetzt haben wir halt das Problem. Ah, da gehört ganz sicher auch ein Schlüssel. Also, wir haben jetzt schon drei verschiedene Orte für einen Schlüssel. und haben keinen einzigen Schlüssel bisher gefunden. Hm. Also, du willst da nicht nochmal rechts... Ah, guck mal hier, guck mal hier. Aber ganz kurz, bevor du hochgehst, willst du nicht noch einmal in diesen einen Raum rein und dir den nochmal angucken? Würde ich schon. Ich habe nur jetzt keine Munition mehr. Ich kann mich mit nichts... Ja, aber wir werden das vergessen, Schröck, ne? Wir werden diesen Raum nie wieder sehen. Aber guck mal, wir sind jetzt hier in sieben. Okay, okay. Warte, nee, 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 nur kurz, nur mal meine Überlegung. Müsste es da nach acht gehen. Genau. Ja, ja, kann es schon sein. Da kriegen die Taschenlampe. Jetzt gehst du aber runter. Aber wir müssen... Hä? Untergeschoss acht. Ja, wir sind ja Untergeschosse. Okay. Was denn? Entriegelt von... Aber ich meine, entriegelt. Ja, okay, verriegelt wollen die wahrscheinlich schreiben. Also, wir kommen einfach nicht auf das Achte. Vielleicht beim siebten noch ein Loch finden. Irgendeine Form von... Eigentlich müssen wir beim... Jetzt sind wir beim... Ich kann dir nicht mehr folgen, wo du hin willst, Schröck, ne? Nee, nee, ich wollte jetzt einfach nur gucken, wo es da hingeht. Ach so. Ähm, vielleicht vom siebten versuchen, irgendwie runterzukommen. Aber da... Also, das war ich ja eben. Wir waren ja eben im achten. Und da kommen wir nicht durch die Tür, weil die verriegelt ist. Aber so sehr... Also, die Tür hier. Nee, nee. Nee, nee, hier... Ja, hier kommen wir jetzt nicht hin, weil sie verriegelt ist. Aber offensichtlich von der anderen Seite. Genau. Und wir haben, soweit ich weiß kein... Nee, wir waren da noch nicht. Wir waren da noch nicht, nee. Ja, deswegen meine ich, im siebten gucken, ob man da nicht runterkommt irgendwie. Ja. Weil das ist ja keine verschlossene Tür, für die du einen Schlüssel brauchst. Wenn ich das richtig verstehe, musst du die von der anderen Seite aufmachen. Das heißt, eigentlich wie immer, bei Resident Evil Logik, musst du dann von sieben rein und dann kommst du am Ende acht raus. Wir haben jetzt nur das Problem, dass wir keine Munition haben, ja. Ja, du bist aber auch immer sehr auf die Kämpfe fixiert. Du kannst ja an allem auch vorbeilaufen. Versuch's. So, jetzt einmal schnell umgucken. Vor allen Dingen oben. Mal gucken. Ja, siehste. Ach, nur Munition. Scheiße. Entschuldigung, aber kannst du noch einmal im Schrank gucken? Ich guck. Okay, scheiße, sorry, war ein schlechter Tipp. Mann, da ist ja wirklich nix. Ich guck jetzt nach. Ich hab keinen Bock, jedes Mal hier rumzusuchen. Das irritiert mich. Wir haben halt echt das Problem, liebe Menschen, dass wir halt extreme Lücken dazwischen haben. Ich will zumindest mal jetzt irgendwie wieder reinkommen. Ich will zumindest mal jetzt irgendwie wieder reinkommen. Okay, bis fünf können wir hier mit der Leiter hoch. Und. Das ist ja komisch. So. Nein, 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 nein. Ich will das benutzen. Wieso kann ich das benutzen? Also ich hab ein Spoiler-Fryen-Walkthrough. Wir haben auch wirklich schon einiges. Sierpinski Base B5, B6, B7, B8. Das ist, glaub ich, genau der Bereich, in dem wir sind. Wir sind jetzt bei fünf. Oh, okay, interessant. Also die Fuse haben wir... ... haben wir irgendwie verpasst. Die ist nämlich im B7. Gut, aber das ist doch gut. With a hole to drop down to B7. Das ist doch dann... Ist es dieses eine Loch, wo wir vorhin auch schon waren? Ja. Aber guck mal, ich bin jetzt... Also jetzt... Ja. Jetzt sind wir in 7. Also, warte mal. South of the workshop door is the error dorm with a hole to drop down to B7. The dorm room? Hier ist da, Dorm. Ganz rechts. Nee, nee. Oder der. Warte mal, steht hier... South of the workshop door. Also da muss es da sein. Da müssen wir rein? Ja, da ist das Loch. Ich meine, wir waren da ja schon, ne? Aber da geht er mal hin. Geht er mal hin. Würde ich jetzt sagen. So, jetzt die Frage... Genau, da rein kommen wir. Da ist das Loch auch. Hä? War da nicht ein Loch? Oder ist das jetzt... Hä? Will the hole to drop down to B7? Oder bist du... Du bist in... Ich bin in 7. Ach so. Entschuldigung. Nee. Wir sind... Also... Es geht darum, bei 7 runter zu landen. Wie, äh... Okay, warte mal. Das ist so. In B6 gibt's drei Schlüssel. Und ich glaub, ein paar davon hatten wir. Hostbox, Key, Owl, Key und Workshop-Key. Und was du eigentlich machst, ist, du gehst zu diesem Loch. Durch das Loch und dann bist du in B7. Also da, wo wir jetzt sind. Und hier steht, you can unlock the door right ahead of you. Da wir aber jetzt nicht durch das Loch gefallen sind, weiß ich nicht, welche Tür die meinen mit right ahead of you. Na komm. Irgendjemand hat ja vorhin gesagt, ah, das sieht aber aus wie ein Raum, wo wir uns nochmal genauer angucken sollten. Ähm, okay. Dann haben wir doch die Fuse jetzt. Dann brauch ich gar nicht weiter gucken. Wir haben es tatsächlich ohne Lösung, auch wenn wir gerade an der Stelle waren, haben wir es ohne Lösung geschafft. Ihre Bestellung für diese Ersatzteil wurde genehmigt und wurde für der S23-Verwaltung verarbeitet. Beiliegend finden Sie das angebrachte Bauteil zur Installation. Falke hat persönlich beauftragt, beantragt, dass die Reparatur des Patern-Noster-Lift-Systems vorrangig vor allen anderen Reparaturen haben soll. Bitte ersetzen Sie die Sicherung so schnell es geht. Das ist enorm lästig für uns alle. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir die Sicherung letztes Mal schon hatten und dann gestorben sind oder so. Weil ich kann mich erinnern, dass wir diese Sicherung und auch diesen Text schon mal hatten. Ja? Also ich kann mich auch irren, aber es ist sieben Wochen her, aber ich habe so eine Erinnerung, dass wir diese Sicherung eigentlich schon hatten. Ist aber auch egal jetzt, weil jetzt haben wir sie ja. Okay, das heißt, wir gehen jetzt zu welchem Raum? Zu diesem Rätselraum. Wo dieses Armaturenbrett war, ne? Genau, wo diese Zahlen waren und diese ganz vielen Widerstände. Okay, das war in... Das war jetzt wieder ein Stockwerk höher, ne? Von fünf, oder? Ich denke, es war woanders, ja. Aber ich kann es leider auch gerade nicht... Ja, komm, ich finde das schon. Lässt du da... Ne. Steht das nicht auf der Karte auch? Wenn sie nicht fehlen. Komm her, du Schlampe. Oder nicht? Ich weiß auch nicht, manche kommen ja auch wieder und so, deswegen ist es echt schwer. Man sollte vielleicht nicht so viel ballern, weil irgendwie sich das nicht so austeilt. Das war nicht... Stimmt, das war ja ganz oben. Ja, da war es, ja. Unten. Jawohl, cool. Das ist jetzt wirklich so klassisch Resident Evil schon wieder. Ja. Jetzt müssen die Zahlen natürlich dasselbe ergeben. Ergeben sie doch, oder? Es ergeben sie aber schon. Okay, steht 120 Volt. Ach ne, 800 Volt, 230 Volt steht da. Oben. Steht 800 Volt und unten 230. Dann muss die unten, wahrscheinlich die Schalter unten. Das ist aber echt komisch, weil es ist mein... Ja, ist auch egal, dass man 120 kriegen muss. Vielleicht muss das auf einen schieben. Vielleicht braucht der 230 unten. Und das ist alles schon. Oh. Okay, warte, warte, warte. Ah, warte. Ja, also du musst 800 und 230 erzeugen. Gut. 640. 610. Zu viel. Zu viel. Zu viel. Das wird jetzt wieder... ...knobelig. Ah, okay. Zu viel. Zu viel. Zu viel. Warte mal, ich mach mal alle aus. Okay, 120 haben wir immer, wenn's losgeht. So. 800 oben. Ja, wenn jetzt... Genau, wenn... In den 80er, klick mal den... Nee, egal. 60. 60. 60. Ja, nee. Ja. Okay, der zieht ab. Ich kann auch nicht, ich verstehe es nicht. Also die kleinen Runden geben 20, ergeben da was dazu und diese Dreier ziehen was ab oder wie? Ja, ja, ich glaube, 170, dann mal gucken, ob der was dazu gibt. Der gibt zu viel. Moment, da steht 4 und 8. Heißt das in Wirklichkeit denn 400 und 800 oder was bedeutet in dem Fall jetzt die 4 und die 8? Das ist ja eigentlich der Wert, der abgezogen oder hinzugefügt wird. Aber das waren ja eben deutlich mehr, siehst ja. Drei. Mach nochmal aus, bitte. Sogar mehr als 300. Achso, warte mal. Okay, B ist das durchgestrichene, oder? Nee. Ja, unten ist B, oben ist A. Oder was meinst du jetzt? Nee, oben sind alles As. Genau, achso. Oben ist für den 800er. Also wie das Ding funktioniert, ist irgendwie logisch, aber der Wert von den ersten drei verstehe ich nicht. Oder, ja, ich glaube, ich kann es sein, dass 2, 3 und 4, dass das was addiert, dass du quasi 2 mal 30 hast, 2 mal 190, 3 mal 60. Hier steht mal, hier steht gleich, hier steht wieder mal, hier steht wieder mal, hier steht gleich, mal, mal. Da steht tatsächlich sowas Kleines, ja. Mal T, mal 1, gleich T. Ja, ist super schwer zu lesen, muss ich sagen. Aber ich glaube, kannst du mal eine Sache ausprobieren, nur mal genau. Mach mal, du hast jetzt 2, hast du an. Ja. Okay, nimm mal die 100, ganz rechts. Ich will nur wissen. Da zieht er ab, ne? Genau, er zieht hier 100 ab und da oben zieht er wie viel ab? 10. Alles klar. Abziehen, abziehen. Ja, aber bei dem einen macht er eine 0 noch weg. Oder? Also, unten 100 meintest du ja und oben 10? Genau. Ja, dann. Wissen Sie, hier sind 710, hier sind jetzt 140. Ach, ne, ne, Entschuldigung, ich hab die Zahlen ja auch hier gesehen, 10 und 100, ne, ne, klar. Aber ich wollte wissen, ob das mit dem 2 irgendwas zu tun hat, weil, scheinbar nicht, oder? Ne, ja. Sonst hätte sie ja, hätte sich das jetzt anders verändert. Ich dachte vielleicht 220. Aber guck mal, 200. Oder 260 eher. 200, ach ne, das sind, das ist minus 190. Okay, da oben ist jetzt 800. Das, was wir brauchen. Ja. Ja, aber du wirst nichts anderes drücken, ohne dass sich das dann verstellt. Puh, okay. Also, du machst 2 an. Ich, wirklich, Schreck, wir müssen erstmal die Logik raffen. Ja, ja, ich versuch ja, also, ich versuch ja gerade zu ergründen, was wo abgezogen wird. Okay, dann machen wir dasselbe, weil ich, ich, aber... Aber 2 und 6, das ist ja richtig viel. Was er jetzt abzieht. Und hier zieht er 10 ab. Aber da macht er nichts hinzu. Ey, das muss irgendein Multiplikator sein, weil sonst würde es nicht so schnell nach oben gehen. Du hast jetzt quasi 3 oder 4 mal 190 gehabt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nee, da macht er mehr. Also, wir müssen oben weniger hinkriegen. Nee, hier, Adidas auch dazu. Es muss bei beiden eigentlich weniger werden. Aber schau mal, es muss bei beiden nur 30 weg. Also 30, 30. Ja, genau. Kriegen wir hier so nicht hin. Aber das ist ja schon mal, es wirkt wie, als wären wir schon mal einen Schritt weiter gekommen. Nee, hier geht es dann immer gleich so ein... Guck mal, da sind wir gleich so ein Riesensprung. Also hier zieht er 100 ab. Hier zieht er 190 ab. Und da ergänzt er, was waren das eben? Was meinst du, 80? 80, ja. Er steht, also hier steht ja oben. Okay. Das heißt, wir brauchen... Nein. Okay, wieder viel zu viel. Hinzu. 200. Und was ist das hier? 560. Warum kommt der auf 560, wenn ich hier die 2 mache? Und? Kannst du nochmal... Ich mach jetzt mal... Also ich hab jetzt hier... 200 auf 560. Genau. Das heißt ja plus 360 oder halt mal irgendwas, ne? Ja, scheinbar multiplizierter dann oder zumindest... Also die 30 und die 190 sind ja 220. 290? Nee. Ey, ich raff's nicht, ey. Wirklich, ich raff es nicht. Ich wär gerne jemand, der das versteht. Also wir brauchen 110. Wie kommen wir auf 110? 60, 30, nein. Du meinst 110 bei B oder A? Genau, bei B. Bei B 110. Ähm, nee. Weder 60, auch nicht 30. Aber du kannst halt 120 machen auf mehrere Arten und dann vielleicht irgendwas noch runternehmen. 710. Und... Da muss doch ein Unterschied sein zwischen diesen kleinen Runden und diesen Dingern. und wir sollten mal rausfinden, für was die stehen. Ja. Das sind drei Symbole im Grunde. Wir tun mal so, als würde zwei oder als ob das Multiplikator wären. Was... Mach mal nur einen vielleicht, nur, dass ich einmal... Welch? Ja, also mir egal, aber nimm den 30er von mir aus hier, den in der Mitte. Aber einfach, dass man mal sieht, was passiert denn da. Gut. Da unten 30 und oben 50 ab. Moment. Siehst du? Ja, ja. Da ist doch schon direkt der Unterschied. Die kleinen Roten bringen es hinzu und die anderen ziehen es ab. Die Länglichen. Ja. Oder? Oder bedrück nochmal an, aus. Nimm mich einfach nochmal... Ja. Immerhin. Okay, wir waren bei 120, jetzt haben wir 30. Aber die hier müssen ja auch was machen. Guck mal, die... Ich glaube, das sind so 4 mal 3... 30 und 4 mal... Ne. 8 mal 50 und 4 mal 30. 8 mal 50 wären in dem Fall 400. Achso, Entschuldigung. Ähm, 8 mal 50. Geht mir echt zu schnell gerade. Also 70 mal 8. Ja? Wo ist 70? 70 sind hier. Achso, das. Okay. Und das wäre jetzt mal... Ja, du meinst, dass er das mal... Achso, dass er die 7 multipliziert, die 70. Ich hab die ganze Zeit gedacht, dass er die anderen, die auch geleuchtet sind, dass er die miteinander multipliziert. Aber du meinst, das wäre für hinten. Mhm. Aber 70 mal 8 ist nicht, äh... Ne. Das sind 56, oder? Also 560. Aber könnte es nicht sein, dass der mit den anderen Sachen irgendwie interagiert? Okay, aber wofür könnte die 8 dann sonst stehen? Also, ich glaube, wir können uns darauf festlegen, dass die hier abziehen und die hier addieren. Ja. Ja? Waagerechte Linien ziehen ab. Aber kannst du mal nur einmal bitte nochmal die... Den dritten machen. Ne, genau. Dritten und vierten. Ich will nur wissen... Ja? Den? Den 8er, genau. Also oben das Ding. Und nochmal die 50er. Den rechts daneben. Und der geht von... 120 hat er am Anfang. Genau. Was heißt das? 790. Aber guck, also 120... Aber 120 mal 8, oder? Ich weiß nicht, wo die 100... Achso, bei 8... Ey, 120 mal 8 ist doch keine 790. Geht ja gar nicht. Ne, 960. Könnte sein, ne? Hoh mal schnell den Taschenrechner raus. Ey, ich möchte nur eins dazu sagen. Ich hab super wenig geschlafen. Ja, ja, 120 mal 8 machen wir raus. Das ist natürlich 960. Alles klar. Okay, das heißt... Also endlich! Alles klar. Das heißt, das hier ist mal 8. Das hier ist mal 4. Ja? 480. Alles klar. So. 120 mal 2. sind 240. Das heißt, wenn wir jetzt hier das machen, dann zieht er hier 100 ab. Und 10, ja. Brauchen wir nicht. Ähm. Hier rechnet er 30 dazu. Brauchen wir auch nicht. Achso, hier 80 würde rechts passen. Rechts oben. Genau, da haben wir... Zack. So. Jetzt müssen wir mal gucken, was... Was... 4 mal... Ja, genau. Ah, ich hab's, ich hab's, ich hab's. 4 mal... Genau. Und dann ein bisschen... Ach, aber man macht's ja oben auch. Dann ist es mal 8. Aber warte, warte, warte. Nee. Wir können hier halt nichts mehr addieren. Und ich glaube, weil jetzt, wenn wir das hier machen, haben wir nur 80. Ne? Und ich glaube, wir müssen vor allem mit den... Ja. 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 Ey, wie viele Lebensstunden ich schon vor Rätseln gesessen habe? 50. Komm, probieren wir es mal hier. Warum macht der so viel? Ja, weil das 3 und 7 ist dann. Also mal 3 und dann oben mal 7 oder was stört dich daran? Nee, also wenn... Ja, genau. Mal 3. Aber 50 mal 3 sind doch 150 und nicht 750. Oder 530. Also... Ich sag dir, der macht auch noch... Nee, das würde auch nicht passen. Aber ich glaube, er macht halt auch die anderen Widerstände und multipliziert er noch. Ich kann mir das nicht erklären, warum das dann manchmal eine Zahl ergibt, die anders ist. Das muss doch dann an den anderen Widerständen liegen. Ey, ich mach das mal viel. Ich mach mich so an gerade. Puh. 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 Also, 120. Da müssen es 800 werden. 120 mal 8, 120 mal 7, so. 140. 360. Wenn ich jetzt hier minus 100 mache, ihr könnt doch gar nicht so dumm sein. Es kann doch nicht sein, dass er dieses Spiel ist und wir sind zu dumm für die Rätsel. Daniel. Was sollen deine Kinder denken? Ja, ich weiß auch nicht. Ich denke wahrscheinlich gar nichts. Weißt du es? Ich wollte gerade immer noch, ich wollte gerade nachgucken. Die Lösung. Jetzt frage ich dich nur, hast du auch eine Ahnung wie oder war es mehr so jetzt? Also es war jetzt wirklich geguckt, wie komme ich zum nächsten Step, was kann ich abziehen und ja, und jetzt bei dem bei dem ersten zwei war es noch nicht so klar, aber dann wurde es halt immer klarer und beim letzten war es richtig klar, weil, guck mal hier. Du hast hier plus 30 minus 50. Ja, also, so sieht es gut aus, ja. Aber, und das 3 addiert, multipliziert, was denn? Yeah. Und dieses 3 multipliziert das Endergebnis, oder wofür ist das, ist die 3 jetzt? Nee, ich habe erst mal 3 gemacht. Ach, das muss auch noch die Reihenfolge sein. Nee, nee, nee. Das war nicht die Reihenfolge. Ich habe erst mal 3 gemacht, damit ich hier da hochkomme und dann habe ich versucht abzuziehen. Zack, zack. Weißt du? Und dann kam ich halt am Ende daraus, dass ich hier 30 noch machen muss. Also, nur mal zu unserer Verteidigung. In der Lösung stand auch, dass die Rätsel teilweise super schäbig sind und man irgendwie eine Stunde davor sitzt. Kann ich bestätigen. Aber wir haben es geschafft. So, was? Ja, aber unter welchem, unter welchem Kosten? Die Leute da draußen wissen jetzt, wie es um uns bestellt ist, kognitiv. Das ist auch ein bisschen traurig. Soll ich mal speichern? Haben wir nicht mehr geopfert. Ja, du hast ja auch sehr viele erschossen. Das ist auf jeden Fall ein guter Save, finde ich. Ja. Und vielleicht ein bisschen neu ausstatten. Wir haben aber auch nur noch 7 Minuten wieder. Also, lass uns gucken, dass wir... Ja, für die erste Session. Ich weiß gar nicht, ob wir heute 1 oder 2 machen, aber auf jeden Fall für dieses Sende. Soll ich die überschreiben? Ja, oder? Ja, ne? Aha. Nur guten Shit geleistet. Ne, wir haben sogar noch eine Session. Ja, ja, wir haben eine Session. So, dann mach du doch noch ein bisschen. Jetzt komm, mach doch die 7 Minuten noch, dann mach ich die nächste Stunde. Okay. Du bist doch schon jetzt eingespielt. Ich bin jetzt eingespielt, ja. So, damit haben wir jetzt was getan. Wir haben jetzt diesen Generator zum Laufen gebracht für diese, ähm... Wie heißt das? Diesen Aufzug. Ah, okay. Den Pader Noster. Pader Noster, genau. Der müsste ja jetzt dann wieder ein... Ne? Ist der hier? Ne? Der war, glaube ich, noch tiefer, ne? Ja, ich müsste der... Vielleicht! Vielleicht! Ah, kommen wir jetzt in Stock U8, ne? Ah, da ist der Pader Noster. So, alles klar. Gehen wir hier um den Keks. Bitte lass es dafür gewesen sein. Ja! Alter, guck mal hier. Treten. Die Sau. Ja, das war gut. Das war wichtig und gut. Haben wir doch nochmal ein neues Areal entdeckt. So, hier finden wir hoffentlich Taschenlampe und allen möglichen Scheiß, oder? Guck nochmal schnell, welche Türen hier begehbar sind. Nein. Die ist begehbar. Ja, und da gehen wir direkt wieder raus. Gucken uns erstmal die Räume an, die vielleicht nicht ganz verseucht sind. Ach nee, ey, hier ist schon wieder so dunkel. Glaubst du, wir müssen hier gleich mit der Taschenlampe rumrennen? Das wäre auf jeden Fall schön. Inspeccer, was haben wir hier? Aha. Leng, Heimat. Ah, hier, guck mal, das sind diese Planeten, oder beziehungsweise das steht immer auf den Postern drauf, ne? Bujan wird brennen, haben wir eben gesehen. Bujan, Sitz des Kaiserpalastes, der über den Giftwolken schwebt. Okay, also scheinbar haben die einfach Krieg in ihrem Sonnensitz. Heimat, Sitz der Region, Regierungen der neuen Nationen. Ich habe gehört, dass die Aussicht auf die Ringe des Gasriesen im Himmel dort wunderschön sein soll. Ja, schön. Und was ist das hier? Ein Aurerie? Eine rotierende Ansicht der aktuellen relativen Positionen. Ja, ist halt ein Sternbild. Ja, aber was sollen wir jetzt damit machen? Ich glaube, das zeigt uns zumindest, wo wir uns befinden und wer sich mit wem zankt, warum auch. Aber fürs Worldbuilding ist das gar nicht so unwichtig, würde ich sagen. Weil wir kommen hier auch nicht vorbei. Oh, diese Taschenlampe. Ich würde es lassen. Wahrscheinlich ist irgendwo wieder einer. Ah. Nee, leider nicht. Geil, einfach mal in so einen dunklen Raum geschickt. Okay, das heißt... Gut, soll ich mal die... Ich nehme mal die, ne? Weil wir müssen ja, wenn ich das richtig verstanden habe, würde ich jetzt sagen, gehen wir jetzt da rein, weil das ist der einzige Raum... Kann man die nicht von hinten einfach abballern? Ja, wir haben ja nur den... Shit. Poly-Prix-Schlüssel. Wir haben ja diese Elektroschocke, aber das ist ja im Grunde ein Einsatz nur. Geil! Endlich mal ein paar offene Türen. Nee. Das ist frustrierend. Und da kommen wir noch nicht mal rein. Eieiei, jetzt hat sie mich. Geil, Alter. Ja, die nehme ich doch direkt. Und? Ich werde direkt... Ach, es ist auch der Adlerraum, ne? Weil er ist an der Wand... Da ist die Taschenlampe! Die wird da, ne? Ja, schön. Ich freue mich. Ja, aber... So kann ich die Waffe zählen. Nee. Ja, dann musst du es vielleicht noch kombinieren. Ah, mit der Waffe, ne? Ja. Oh, brauchst du gar nicht. Ich kann es erst einfach... Irgendein Button wahrscheinlich ist dafür. Oder musst du doch zählen. Aber auf jeden Fall... Hast du es, glaube ich, gerade schon aktiviert. Ach, nicht. Warte mal. Geh mal nochmal ins Menü. Entschuldigung. Aber unten links. Nee. Da. Da ist es... Da ist es aktiviert. Hier. Aber... Ähm... Vielleicht musst du es manuell anmachen, ja. Das ist neu. Adler, okay. Das ist, glaube ich, die... Oberkommandospezialist. Ja, die hat uns, glaube ich, auch in den Schacht getreten. Ein integraler Teil des Protekte-Führungskommandos ist die Administratoren-Einheit. Jeder einzelne Adler-Einheit kann die administrativen Aufgaben einer gesamten Anlage verwalten, was den anderen Führungskommando-Einheiten erlaubt, sich auf die direkte Verwaltung der Protektor-Einheiten zu konzentrieren. Der Adler wurde als... Oh, Entschuldigung. Ich musste es nicht lesen. Ich dachte nur, das kann uns helfen. So, jetzt haben wir eine Menge dunkler Räume, die auf unsere Taschenlampe warten. Aber Moment, wir müssen da vielleicht ein kleines Päuschen machen, lieber Daniel. Denn nächstes Mal werden wir frisch, munter, fröhlich, frei mit neuem Wissen und reinem Gewissen hier weiterspielen. Oder? An der Stelle, an der wir gerade waren? Genau hier? Let's do it. Ich ziehe sogar dieselben Sachen an. Wir sehen uns. Es ist nur Pause, ne? Es ist nur Pause. Es geht gleich noch weiter. Die Folge Haha geht noch länger als gedacht. Zumindest, als wir gedacht haben. Gut, ich trinke einen Schluck. Dann gehen wir einfach weiter. Wir machen eine kurze Pause, der trinkt einen Schluck und dann sehen wir uns gleich wieder hier. Die Königinnen der Sicherung sind zurück und haben jetzt endlich das, was sie so dringend brauchen. Licht. Eine Taschenlampe. Das war wirklich ein großes Problem, lange Zeit und nun können wir uns heimleuchten. Ach nein, scheiße, ich bin dran. Ja, du bist dran. Ich würde sagen, vielleicht einmal heilen. Hier nehme ich die Auto-Injection, ne? Benutzen. Ne, jetzt habe ich die ausgerüstet. Das wollten wir gar nicht. Ne, nur benutzen. Und benutzen. So, pass auf, da stehen zwei. Mhm. Dass das der scheinigen Teppich überall ist, finde ich eigentlich irgendwie geil. Haben wir das beim letzten Mal, das haben wir noch nie vorher bemerkt, oder? Ich weiß es offensichtlich nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben. Guck mal, da liegt was auf dem Tisch. Und dort. Oh, da ist noch eine. Mit Schild. Ja, scheiße. Du hast auch noch die Stromflinte, ne? Ah, sie rennt aber auch gar nicht, ne? Du musst den, ähm... Ich weiß, ich komme nicht hin. Zwei. Mann. So, kann ich jetzt mal irgendein... Mach die alle Platz. Ja, ja. Drauf treten. Mann, das ist ärgerlich. Und schon wieder keine Energie. Dieses Spiel ist anstrengend. Ja, direkt mal nehmen, oder? Ja. Kurz lesen. Äh, Generation Storch. Jedes Kader, äh, Kontrolleeinheit. Am verbreitesten für diese Rolle ist das C-S-T-C-R, Storch. Ach, die verlängerten Beine, ja. Äh, die haben wir schon gesehen, ne? Die Storch. Ja. Deswegen heißen die wahrscheinlich so. Manche mögen zwar brutal und sogar grausam nennen, doch ihr strenges, nüchternes Auftreten macht sie zu idealen, unterschiedlichen Hütern der Ordnung. Na toll. Guck mal da auf dem Nachttisch. Ah, genau. Jawoll. Ich hab das Gefühl, da gibt's gar keine normalen Leute mehr. Es gibt nur noch... Moment. Ist das okay? Soll ich das nutzen, ja? Ja, benutz mal, benutz mal. Wir haben genug davon. Außerdem würde ich jetzt auch die Patronen in die Schrotplinde laden. Zerstören? Ah, jetzt hab ich sie auch schon. So. Aber wenigstens gab's hier mal ein bisschen was zu killen und zu gucken. Ist da rechts noch was? Ich denke nicht. Doch. Aber zu. Okay. Mach mal die Karte. Vielleicht sehen wir jetzt noch ein bisschen... Wo ist denn die Karte? So, okay. Oh, sorry. Jetzt musst du A drücken und dann kannst du es bewegen. Okay. Na, mein Plan wäre in den Hallway und dann halt gucken, welche Türen sich öffnen. Ja, oder wir gehen zurück in den Raum. In den anderen dunklen Raum. Genau, in den anderen dunklen Raum, wo mir diese zwei Viecher waren. Ja, aber... Oh! Jetzt ist ja erst nochmal ein zweiter Raum. Okay. Entschuldigung. Ist ja geil. Und nochmal Munition direkt nehmen. Und am besten auch direkt einladen. Da oben sind nochmal Schrotflinten. Oh, Revolver. Was ist das? Cooler Raum, aber hat uns jetzt nicht weitergeholfen, ne? Da ist nichts mehr, ne? Überall liegen die Leichen unserer Vorgängerinnen rum. Ich glaube, die werden einfach irgendwann automatisch zu diesen Zombies. Und wir sorgen selbst dafür, dass da ständig neue Zombies hinterherkommen, sozusagen. Ja, aber das ist so ein Virus, ne? Ja, ja, genau. Aber ich glaube, dass aus unseren Leichen das irgendwann eben wird. Haben wir da rechts schon mal geguckt? Ja, der war zu. Ja, der war zu. War zu. Büchereihschlüssel. Und hier links waren wir, glaube ich, noch nicht. Das ist jetzt die Tür nach außen. Oh, ne, hier waren wir noch nicht drin. Cool. Zwei Stück. Rolltower? Ja, den brauchen wir. Der Crank, ne? Den brauchen wir. Den brauchen wir. Weil wir haben jetzt mindestens zwei Rolltower. Wollt natürlich nochmal runter. Ich kann halt leider... Oh, ey, die ist so lahmarschig. Da liegt nur ein Zettel. Ja, da unten lag nämlich auch noch ein Zettel. Falke. Ja, jetzt langsam haben wir alle gekennengelernt. Ja, ja, jetzt können sie wirklich die Kommandantorin, äh, bio-resonanter Falke, willenschwache Geister durchbrechen, Gedanken erahnen, Fähigkeit, Objekt aus der Ferne zu manipulieren. Krass. Krasses Vieh. Oh, shit. Ob das die sind? Alter. So. Direkt mal alles nehmen. Oh, keine Plätze. Aber vielleicht willst du dich nochmal reparieren. Vielleicht haben wir noch irgendwie... Ich glaube, da habe ich... Ich bin immer noch gelb. Ist das nicht. Nö. Okay. Guck mal, liegt da... Ich lasse erst mal liegen. Sorry. Ihr habt doch gerade Muni aufgenommen. Nö, ich habe keinen Platz, ne? Okay, ich habe für nichts davon Platz. Eine schwere Kiste mit einem Eulen-Motiv. Auf der Oberseite sind kleine Löcher, die wie ein Lautsprecher oder ein Mikrofon aussehen. Also, das hält sie fest, ne? Mhm. Wie ein Mikrofon aussehen. Muss man vielleicht was da reinsprechen? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Oder halt irgendwie, wie immer, irgendein Aufnahmegerät damit benutzen. Ich glaube, da kommen wir später nochmal hin. Ja, warte mal. Ich will eigentlich nur da. Ja, das ist das Ding. Okay, und das ist Muni. Und das Buch ist... Oh. Falkes Tagebuch. Ich weiß nicht, wie lange ich noch weitermachen kann. Ich will nicht weiterleben als das... Ich will nicht mehr weiterleben als das, was ich geworden bin. Das rote Auge jenseits des Tores hat mir gezeigt... Nein, hat mich berührt. Vergiftet. Es fühlt sich an, als ob mein Verstand kontaminiert, geschändet wurde von den Erinnerungen einer anderen Person. Ich bin nicht mehr ganz ich selbst, aber ich bin auch nicht ganz jemand anderes geworden. Ich stecke hier fest zwischen ihr und mir mit halb geformten Träumen und Erinnerungen, die sich in mein Hirn bohren und jede meiner Handlungen besudeln. Wer ist sie? Wer ist das weißhaarige Mädchen? Warum sehne ich mich danach, sie wiederzusehen? Warum würde sie mich so verfluchen? Wer ist das weißhaarige Mädchen? Guck mal, ist das noch etwas, was man nehmen kann hier oben? Ja. Das ist, glaube ich, so ein Hausstab, ne? Ja. Ah. Wir brauchen... Aber es ist gut, dass wir hier eh nochmal hängen müssen, wegen dem ganzen Ding. Haben wir richtig viele Items noch. Frage ist, stehen wir jetzt direkt vor der Tür? Ne. Ich muss kurz... Bekannte Replika-Probleme. Kleine Stofftiere können als Fetischobjekte gegeben werden, aber welche, die wie Katzen aussehen, sollen vermieden werden, da sie Gestalterinnerungen herausgestören können. Was mit Adler? Anfällig für bioresonante Suggestionen, wodurch sie recht leicht zu kontrollieren sind, langweilen sich schnell und brauchen hier nämlich neue Fetischobjekte. Alles so verrückt. Ja, hier liegt nichts mehr, ne? Okay, dann bin ich weg. Ah. Man verliert hier so permanent Energie. Ja, jetzt würde ich mich direkt mit dem Spray machen. Jetzt muss ich auch, ja. Zweimal. Mach mal noch eins. Echt? Ja, ich könnte mir vorstellen, dass du das nochmal machen kannst. Vielleicht bist du noch ein bisschen agiler? Ich glaube, das haben wir gerade verschwendet. Okay. Aber da lagen ja noch ein paar rum, ne? So, warte mal. Kannst du nochmal die Karte aufrufen? Genau. Kannst du nochmal hoch scrollen? Weil hier war ja auch noch ein Rolltor, ne? Da. Ja, ich meine schon. Also, hier sind wir, okay. Da hoch an den zwei Viechern vorbei. Oh, komm. Warum haben die so eine Reichweite? Weil sie ein Messer haben. Ja, das ist ein gutes Argument sogar. Ganz nach links. Ganz nach links. Ja, das ist das nicht wahrscheinlich, ne? Ne, okay. Dann müssen wir in den nächsten Stock, wieder in den anderen Stock. Dann ist das diese eine Tür in dem Gang, wo auch noch, glaube ich, so zwei Viecher waren. Ja, und, äh... Ah, siehst du, jetzt kommen wir endlich raus. Geil, Alter! Kannst du mal die Karte aufrufen? Am besten da in dem Raum. Guck mal, ist das vielleicht die Tür hier? Rolling Shuttergate. Da steht's. Da müssen wir hin. Da ist es, da ist es. Da kann ich versuchen, dass ich auch nicht, weil die schnell sind. Jawohl. Abspeichern. Oh, sehr gut. Eulenschlüssel. Ah, jetzt läuft's. Gut. Ja, dann sieht man, ich krieg der Markt nicht rein, dass das so nicht gemütlich ist. Ist einfach... Low battery. So, ein Umlück. Ich mach's selbst. Jetzt wird's aber ganz schön warm hier unten. Du kannst gerne auch. So, ich müsste nun wieder Ton haben. Okay. Lagern. Lagern? Nee, brauchen wir. Die kannst du lagern, die 12-Millimeter-Dinge da, oder? Die auch, ja. Dafür haben wir ja keine Dings. Und abspeichern. Ja, auf jeden Fall, ey. Kurz nochmal. Was lesen? Euler, Rückgrat, Arbeiterfront, Knochen, medizinische, verheurtechnische Aufgaben, Kampf ungeeignet. Haben wir schon rausgefunden, was wir sind? Nee, oder? Ah, wahrscheinlich schon. Aber wir wissen's noch nicht mehr, aber... Ja. Okay, so. Wofür brauchte man den Eulenschlüssel? Wir hatten irgendwo, glaube ich, waren wir an der Tür, wo es hieß, hier brauchen wir den Eulenschlüssel. Wir gucken einfach mal. Orange... Wie war das nochmal mit Orange? Orange ist zu, ne? Das kann man nicht mehr... Das brauchen wir nicht mehr aufmachen. Oder war rot? Egal, ich geh erst mal rum. Aber guck mal. Die Türen da? Meinst du das auf der Karte? Ja, genau. Weg von denen. Wenn du jetzt nochmal die Karte aufrufst... Sind wir jetzt in der Lage? Guck mal. Diese Türen, die rot sind... Du meinst Orange, ne? Oder Orange, ja. Aber die meinst du. Okay, ja, ich frag mich ja gerade, ob die aufgehen oder ob man die... Wollen wir es einfach mal hier oben an der Tür probieren? An der hier? Ja. Aber das ist auch einer. Überall sind sie. Ach ne, die ist einfach versperrt. Okay, dann heißt das ja aber auch. Und ist ja ganz gut. Geh mal da rein. In die Mitte? Ja. Hier, Island Painting. Ah, ne. Management Office. Da ist dieses Schlüsselloch. Da ist dieses Schlüsselloch, genau. Wofür brauchten wir nochmal den Eulen-Schlüssel? Naja, wir werden jetzt hier irgendwo eine Tür finden, denke ich. Das kann ja nicht so schwer sein. Das kann auch sein, dass der hier, der gelbe. Ja, okay. Oder so hier auch, aber da haben wir ja immer noch keinen. Aber den kannst du auch schon mal merken. Das glaub ich auch noch. Ne? Da ist ne Eule. Da ist ne Eule drauf. Ja. Gut zu wissen. Aber das haben wir ja eh schon. Ah, da kommt bestimmt gleich was aus dem Boden. Das ist so ein Schockstab, ne? Nehmen wir mal. Ah, es wirkt wieder so, ne? Eulen-Lieder. Das müssen wir in das Ding, was sie auf der Brust trägt, müssen wir das vorspielen. Ja, nimm. Stimmt, aber sie ist kaputt. Ja, das muss man wahrscheinlich noch reparieren erst. Audio-Kassettenspieler mit einem Messer, das im Lautsprecher steckt. Okay. Du meinst, man kann das bei dem Ding, was sie einfach reinstecken? Ne, ich würde sagen, dass, ja, ich weiß nicht, ob man das einfach reinstecken kann, aber ich würde behaupten, dass wir diese Kassette brauchen, um das abzuspielen, worauf diese Eulenkiste da reagiert. Ja, es wäre halt cool, ne? Könnte man jetzt direkt schon wieder hingehen. Wir haben den Eulenspiegel, damit holen wir dann hier einen hohen Spiegel. Okay. Ich nehme mal an, da ist noch was Gelbes. Könnte das auch noch ein Eul? Ja, wir gehen nochmal runter. Hier, hier, halt, stopp. Bevor wir da hingehen. Willst du ihn? Ne, 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 ne. Ähm, mach mal die Karte. Das war der dunkle Raum. Da können wir jetzt, da können wir jetzt mal rein. Oh, nö. Weißt du, und deswegen kämpfe ich mit denen nicht. Gehe wirklich nichts Dümmeres, als wenn Gegner wieder aufstehen, die man schon erledigt hatte. Oh, Mann, ey. Bitte lass doch einmal mich einmal irgendwo in den Raum kommen, ohne mir so auf den Sack zu gehen. Oh, shit. Das kommt aber echt von allen Seiten. Kein Platz wieder. Was ist das da recht? Okay. Okay. Einfach nur shit. Aber kannst du, kannst du nicht vielleicht, ähm... Einfach zurückgehen, oder? Ne, ne, aber, ähm... Guck mal, was du im Inventar hast, bitte. Kassette, Auto-Injektion, willst du vielleicht die Auto-Injektion nehmen? Ich meine, wir haben jetzt wirklich auf eine Menge Dings liegen lassen, ne? Ja, aber du willst immer Sachen... Ja, ja, aber ich verbrauch die doch nicht einfach nur, damit wir Platz haben. Wir müssen halt einfach hin und her laufen. Wir laufen jetzt von der Kiste, laufen wieder zurück, oder was, oder... Aber ich würd jetzt zum Beispiel hier diesen Reparatur-Flick, den würd ich jetzt nehmen, um die Waffenkiste zumindest zu benutzen, oder? Ich seh hier nirgendwo ne Energieanzeige und ich hab jetzt schon zwei Sachen genommen, wo ich ziemlich sicher bin. Ja, aber die hat sich jetzt null verändert. Die war beim letzten Mal, als wir ein ganzes Paket genommen haben, war sie gelb. Jetzt ist sie immer noch gelb. Wir schmeißen den Scheiß grad zum Fenster raus. Das bringt mir jetzt auch nichts leider. Vielleicht könntest du das mit der... Ne, ist abgesperrt. Oh, ein Schlüssel, denk ich mal. Wahrscheinlich der... Da ist dieser Revolver drin, für den wir diese Pistolen haben, da, ne? Ja, auch. Wofür könnten wir Klebeband gebrauchen? Ich glaub, das ist ein wichtiges Quest-Item. Äh, obwohl, kann man Klebeband mit irgendwas kannte man's kombinieren, glaub ich. Das ist, glaub ich, ein Crafting... Ey, wieso man denn jemals hier an denen vorbeikommt, ohne mit denen zu kämpfen? Soll ich ballern gleich, oder? Ich mein, da liegt genug Munition. Wir müssen ja eh nochmal durch, ne? Ja. Haben wir die Schrotflinte mit? Nee, natürlich nicht. Ich trau mich nicht. Okay, ich mach's jetzt. Kann man auf die Flaschen da, auf diese Gasflaschen ballern? Ne sehr gute Idee. Oh, der ist rausgeglitcht. Ärgerlich. Oh, vielleicht können wir da noch in diese andere gelbe Tür rein. Ja, genau. Dadurch, dass wir jetzt den Eulen-Schlüssel haben. Das ist die hier ja wahrscheinlich, oder? Werkstatt-Schlüssel. Ah. Und für... Ach ne. Okay. Wenn, dann wär's ja nur gelb. Okay. Hä? Ja, kann ja über die Dinger jetzt... Moment. Hä? Genau, ich sag ja. Ja, ist da ein Star-Dom? Ne, auch nicht. Ja doch, da oben rechts hier. In dem... Ah. Piano-Room. Dann gehen wir da hin. Da kannst du dann auch genau ein bisschen was ablegen. Da das Band noch gerissen ist, müssen wir es wahrscheinlich reparieren, oder? Ach, Tape! Wie dumm, ey. Natürlich. Tape. Eben noch, weißt du? Äh, okay, aber das ist doch gut zu wissen, dann. Aber ihr seht, die Flashlight ist nämlich auch... Nimmt halt auch echt immer nochmal einen Platz weg. Aber die ist halt leider jetzt bislang doch notwendig gewesen. Ist auch ein geiles Ding, ich würd's auch gern behalten. Ja. Äh... Ich bin nur traurig, dass das so ist, wie es ist. Äh, okay, haben wir irgendwas Spannendes noch hier. Soll ich Schrotflinte wieder nehmen statt... Nee. Nee, ist okay. Ist okay, ich fühl mich wohl. So. Mit der Knarre? Ja, die Gegner brauchen ja nur drei, vier Schüsse. Aber du hast halt nie Zeit. Die sind sofort schon bei dir. Okay, jetzt geht es zum Tape. Das heißt, wieder in den siebten. Äh, wieder in den sechsten. Äh, wieder in den sechsten. Aber mit dieser Abkürzung sollte das ja eigentlich gar nicht so... Duschen, oder? Nee, jetzt kommen sie gleich. Da ist die Dusche. Ich... Ernsthaft? Warum ist denn jetzt die Taschenlampe raus? Um ehrlich zu sein, weiß ich es nicht. Wahrscheinlich haben wir es aus... Wir. Ich, äh, es auszusehen gerade ausgemacht. Aber... Leer? Nee, benutzen. Okay. Ich hab Panik bekommen. Mich hat so irritiert, dass jetzt direkt schon wieder einer ist. Und das Tape, und das kann ich jetzt gleich benutzen. Ja! Mann! Es läuft! Und jetzt müssen wir nur noch... Du darfst jetzt nicht mehr irgendwie, ähm, gerade... Weil du bist jetzt gerade angeschlagen, ne? Ja, du hast recht. Aber... Ja, du hast recht. Ich brauche mich nicht. Lass mich raten. Ich hab die alle... Ja. Okay, wo muss ich denn hin? Äh, hier nicht... Nee, wir müssen wieder in diesen... Eigentlich muss ich da hin. Wir müssen wieder in diesen achten Stock, ne? Da war die Frau mit der Eule. Oder das... Das... Naja, genau. Aber ist diese Tür zu, ne? Das ist nicht die Tür, die wir vorhin aufgemacht haben. Nee, es ist die Tür zu. Also muss ich ja eigentlich hoch jetzt wieder. Ey, dass die weiterlaufen gefühlt, während wir in Pause-Modus sind, das macht mich wahnsinnig. Das ist so gemein. Nee, oder doch? Wo war... Was war hier nochmal? Ja gut, immerhin das. Aber schnell mal hin. Die lagern. Ja, oder? Kann man schon so machen. Ja. Aber vielleicht heilst du dich ein bisschen. Weil du... Da steht Gefahr. Genau, auf jeden Fall. Genau, du hast schon recht. Äh... Aber guck mal, warum... Es wird dann immer so... Ja, jetzt ist es gelb. Okay. Aber was ist denn der Idealzustand? Blau? Das ist es nämlich. Ich glaube, gelb. Wirklich gelb? Ja, weil wir haben jetzt schon bei gelb was genommen und es hat sich nichts verändert. Also denke ich einfach, das muss gelb sein. Also ich meine, normalerweise ist ja grün immer so, dass das... Ja. Aber es sind keine Menschen. Ich weiß es auch nicht. Ähm... Als nächstes speichere ich mal lieber woanders nochmal. Ja. Wir müssen jetzt auf jeden Fall in Acht. Also wir müssen runter. Ganz runter. Und dazu... Hier ist ja nichts, ne? Ne, da ist nur diese Fusebox. Wir haben doch unten die 7 jetzt auch aufgemacht. Und dann müssen wir eigentlich nur noch... Irgendwie... Ich weiß nicht mehr, wo der Weg zu Acht war. Aber wir wissen ja, dass wir da schon mal waren. Wir können jetzt da durch. Die Tür ist ja entriegelt. Ah, geil. Ja, dann haben wir es doch. Und jetzt glaube ich links hoch gleich. Ja. Nee. Nee, shit. Aber... Renn doch mal. Ah, ist die Lahm. Nee. Naja. Holen wir gleich. Da war's. Gönn wir da rein? Nee. Scheiße. Holibri. Scheiße, ich muss... Ich weiß, ich will... Ich will nur noch an denen vorbei rennen. Ja, und runter, oder? Warum habe ich denn nur so wenig Muni immer? Hätte ich das in die gar nicht reinballern sollen. Auch nicht. Hier. Den müssen wir. Da, da. Nach links. Da, da. Und nach oben. Da kam, glaube ich, aus dem Deckel. Ja, genau. Da kam noch welche raus. So. Und da lag, glaube ich, auch noch Munition, ne? Mhm. Da lag echt viel. Und die kannst du jetzt direkt mal kombinieren. Ah, okay, nee. Ach. Vielleicht, wenn ich's... Das muss richtig sein. Hm. Shit. Und das Ding ist ja zerstört. Also, wir können's auch nicht einfach jetzt da reinmachen. Das Thoman, ne? Ja. Äh, der, der Kassettenrekorder meinst du? Genau, also... Wir können's nicht abschneiden. Vielleicht können wir dieses... Die Kassette irgendwo reinstecken. Also, dass das dann über irgendwas läuft. Ja, ich brauche mal echt so'n... Man! Ähm, kannst du noch mal zurückgehen? Also, in die... In die große, in den Raum? Einfach? In die Raumansicht? Nur einmal kurz, ne? Nur einmal, dass es nicht am Ende da rein liegt. Nee, okay. Also, zurück. Guck mal. Kann man hier irgendwas machen? Nee, ne? Also, da kannst du nix reinstecken, oder? In den Computer da, oder was das da ist? Nee. Dann zeig dir auch nur das an. Nee, leider nicht. Nee, leider nicht. Also, müssen wir ein Tonbandgerät finden. Ja, irgendwie schon. Komisch, schade. Ich dachte, wir hätten's. Das sieht aber auch, es ist so überhaupt zu erkennen... Was soll das überhaupt sein? Es ist einfach nicht zu erkennen, was das sein soll. Eine schwere Kiste. Okay, komm. Was haben wir noch? Vielleicht gehen hier an. Nee, die beiden Türen haben wir schon probiert, oder? Nee. Es sind noch eine Menge Türen, die theoretisch aufgehen könnten. Mein Schäft. Nee, da waren wir schon. Das ist diese... Das ist auch diese Gittertür. Diese Gittertür, genau. Ja. Und dann der Bedroom. Da ist Adler. Hier... Tja. Also, weiß ich gar nicht. Waren wir schon in dem hier, der so dunkel aussieht? Weil... Ja, doch, oder? Da waren wir schon drin. Das ist der Raum mit der Karte. Der Storchen. Ja, aber der sieht irgendwie anders aus hier, ne? Der hat ein anderes Muster. Ja. Schon wahr. Könnte sein. Weil die Taschendampe haben wir ja im Adlerraum gefunden, ne? Nee. Hm. Stimmt, da können wir da hochgehen. Genau. Shit, da haben wir also... Alle schon. Da haben wir alle schon... Schreck. Mir soll mal einer erklären, wie sie sich das denken. Du gehst hier durch, die wachen hinter dir auf. Wie... Was ist denn der Plan? Wie soll ich hier immer rauskommen bei dieser Geschichte? Kannst du nach rechts gehen? Nee. Hm. Mitte... war... Da steht's ja auch verschlossen. Bücherei. Deswegen immer die Logos. Okay. Klar. Da rechts? Kann das sein, dass da die Taschenlampe aus ist? Oder... Sieht das nur für mich jetzt aus der Perspektive so doof aus? Ja. Sieht so doof aus. Also, die Tür geht nicht auf oben, ne? Also... Die da rechts jetzt? Da haben wir den Schlüssel nicht. Da ist auch ein anderes Zeichen drauf. Okay. Da ist noch eine Tür oben rechts, aber die geht gar nicht auf, ne? Das ist die versperrte Tür, glaube ich. Ja? Und... Wir gehen trotzdem mal hin, aber... Okay. Ich habe eh abgespeichert und so. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt gerade... Irgendwie rumirren. Führungskommando. Können wir da rein? In welche? Die obere? Ja. Ich kann ran, aber da ist diese Bedroom-Geschichte. In der Adler-Tür. Adlerschüttel. Aber heil dich doch mal vielleicht vorher. Ja, aber wir haben ja nichts gemacht, oder? Also seit dem letzten Save. Verschwende ich da nicht einfach nur? Ich meine, klar kann ich machen, ja. Aber... Ich hätte schon längst neu geladen. Du kommst ja hier auch nicht vorbei bei denen. Und wir haben keine Muni. Das... Es gefällt mir nicht. Ne, ne, ne. Hier waren auch keine... Oh. Genau. Ja, wobei. Ich will die Kassette im Moment eh nicht benutzen. Kann man auch mal da lassen. Ach so, Gun Case. Also ich würde die Pistole noch mitnehmen und laden, ne? Äh, also ich habe zwei Schuss. Aber da ist ja noch Munition. Das Revolver. Ja. Ah, und da sind Shotgun-Rounds. Okay. Ja. Dann würde ich die Shotgun nochmal laden. Ja. Das... Warte ich genau. Mehr als zwei. Ja, doch fünf. Ja, cool. Okay, jetzt sind wir ganz gut. Und ausrüsten muss ich sie auch noch. Und hast du irgendwas zum Heilen noch mit? Das Recht. Das Recht. Erstmal stockwergemäßig raus. Wir hatten doch jetzt einige Sachen, wo wir eigentlich dachten... Kann man hier rechts nochmal irgendwie rein? Ne. Also es ist rot. Jaja, aber vielleicht... Rot heißt nein. Rot heißt kommst du nicht mehr durch. Ah, defekt. Okay. Das heißt nur gelb ist so gesehen. Eine Option. Gelb ist verschlossen, ja. Rot ist unpassierbar. Dann gucken wir doch mal hier... Was hier... Wir checken einfach mal alles durch. Briefkastenschlüssel brauchen wir auch noch. Und einen Bibliotheksschlüssel. Shooting Range. Repair Bay. Waren wir da schon drin? Ja. Oder? Ja, da waren wir schon drin. Ja, aber der Shooting Range... Gorn, diese ganzen... Gehst du nochmal da hoch? Hier steht Music Player. Ja, wir gehen nochmal hoch. Ah, jetzt haben wir die Kassette nicht mehr. Oder ist das der Raum, aus dem wir die Kassette geholt haben? Ja, genau. Aber ich dachte, du wolltest das mal ausprobieren. Ja. Ja, müssen wir kurz die Kassette holen. Genau. Ja. 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 Wie funktioniert das? Ja. 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 Ja, das war ein Versuch wert. Oder kombinieren. Also die Kassette kombinieren. Nee, das geht auch nicht, oder? Ja, ich denke, irgendwann wird man das machen können. Glaube ich schon. Okay, man kann aber nichts daran machen. Aber, ja. Ja, ich denke, wie immer. Wir finden irgendwann was zum Abspielen und dann dämmert es uns. Aber wir haben noch, wahrscheinlich haben wir noch den Bibliotheksschlüssel oder irgendwas halt noch nicht eingesammelt. Ja. Ich könnte jetzt mal, okay, Hallway, Workshop, Hallway. Da war der Workshop-Schlüssel. Haben wir auch nicht. Und waren wir hier? Ja, ne? Hier waren wir in den beiden. Definitiv, ja. Das ist der dunkle Raum und dann oben dieser, also ich glaube, der dunkle Wind auch. Ach, das ist hier die Badewanne, die duscht. Aber man kann ja trotzdem mal hingehen. Ich meine, wir haben ja auch gespeichert und alles. Dafür haben wir die doch alle gekillt, dass man da durch kann. Kann man hier vielleicht das so aufmachen? Ach, vielleicht musst du die Dinge vielleicht abschießen. Vielleicht waren deswegen auch die Patronen da? Oh, jetzt haben wir nur Schrotflinte dabei. Soll ich's mal machen? Probier mal. Nee. Nee, ne? Gar nix gebracht. Also nicht die Schrotflinte. Vielleicht mit der Pistole. Aber guck mal, die sind so, also, warum sind die so präsent da markiert, ne? Also, man muss das eigentlich mal probieren. Das ist schon recht. Na gut, wir haben ja noch knapp 20 Minuten. Dann kann man ja nochmal, das kann man auf jeden Fall nochmal versuchen. Komisch. Ich dachte, wir hätten fünf eben gehabt. Ja, eben hatten wir fünf. Aber was ist denn da passiert? Ich würde die Pistole mitnehmen. Wir hatten's ja eben mit der Schrotflinte versucht. Ah, du hast recht. Du hast es mir eben noch gesagt, ne? Ey, mein Gehirn ist einfach Matsche. Aber wir haben sogar nur zwei Schuss, Mann. Aber guck mal, hier ist noch ein Schuss Shotgun. Aber wir haben nur zwei Schuss. Ja, dann müssen wir irgendwo... Wir können die gar nicht alle treffen. Okay. Aber wir können's mal ausprobieren, ob's geht. Was vielleicht auch noch eine Überlegung ist, dass wir versuchen müssen, diese Waffenkiste, die wir genommen haben, zu öffnen mit dem Schlüssel, den wir brauchen. Ja. Ein weiterer Schlüssel, den wir nicht haben, ne? Oder wir lassen Munition explodieren. Vielleicht kann man Munition mit der Kiste kombinieren? Dass man das aufsprengt oder so? Ich glaub nicht. Ich glaub wirklich nicht, dass das ist. Also, wenn wir jetzt Dynamit hätten oder irgendwas, aber du willst einfach Munition mit der Kiste... Also, ich glaub nicht, dass das klappt, wenn ich ehrlich bin. Aber selbst darauf wär ich irgendwann, ähm... Würde ich... Wär ich dafür, das irgendwann zu probieren. Wenn gar nichts mehr geht. In dem Schließfach, da muss was drin sein. Ich wette, da ist irgendein Schlüssel drin oder der Schlüssel vielleicht sogar für diese Waffenkiste. Ja, oder so ne... so ne Karte oder eine von diesen ja... Pyroglyph-artigen Dingern, die man da... Okay, Shooting Range, Part 2. Wie elekant du dann vorbeigelaufen bist. Man kann ja die Reichweite schwer abschätzen, finde ich. Lasst euch nicht stören. Ich bin hier. Guck mal, da reicht auch das Ding bis zum... Oder? Nee. Schade. Ja, aber ich mein, man muss es ja mal probieren. War aber ein guter Versuch. Ich laufe jetzt mal rum und wir werden später wahrscheinlich dann nochmal neu laden müssen. Weil ich jetzt wirklich erstmal nur rumlaufe und wir gucken einfach mal. Ja. Ich mein, es kann ja auch gut sein, dass wir in ganz alte Location nochmal müssen. Ey, ach, da oben war ja eigentlich noch was, ne? Hast du es gesehen? Da oben. Da liegt was in der Ecke, ne? Ja. Das ist nur so ein Stift, oder? Ja, ich glaube auch, das ist nur entweder so ein Repair-Stift oder so ein Schocker. Ja, da kann man sich ein anderer mal holen. Einmal nur gucken, aber es ist Werkstatt-Schlüssel. Ja. Wo könnte man diese Schlüssel herkriegen? Vielleicht da nochmal reingehen? Vielleicht sollte man es echt nochmal machen. Einfach nochmal die ganzen Areale angucken. Ah, das ist der Ort, ja. Das geht's, da geht's zum Treppe, ne? Oh, guck mal, da waren wir noch nicht drin. Da sind noch, da sind noch fiese Gestalten, siehst du? Gibt's doch nicht. Das gibt es nicht. So, da ist ein Schlüssel. Da liegt noch irgendwas, guck mal, was ist das? Ja! Ach, endlich, ey. Inselschlüssel. Ach, für das Bild. Geil. Ich glaube, es liegt an diesem Gemälde da drin. Immer wenn ich hier nahe gekommen bin, war es, als ob mein Hirn attackiert wurde vom Bild dieser Insel. Gefühl war so stark, dass ich fast kotzen musste. Gibt's einen Weg, die Betragung zu neutralisieren? Vielleicht eine Art Rückkopplung der Verkrenz ihres Kontrollsignals? So, guck mal, da sind Schrotflintenkugeln, glaube ich, oder? Ja, Moniz. Oh, ist auch gut. Die brauchen wir. Hä? Ach, der hat die direkt. Okay. Ist weiter oben noch was? Ja, ein Vieh. Ach, Mann, ey. Noch ein Schlüssel. Aber das sieht eher aus wie der für die Waffenkiste. Aber es ist am Ende ja egal. Hauptsache Schlüssel. Das haben wir halt einfach in einem Raum zwei gefunden. Eben noch die ganze Zeit rumgeeiert. Okay. Jetzt müssen wir zu dem Raum mit dem Bild. Oder wollen wir erst mal gucken, wofür der Jäger... Island Painting, da ist es ja. Ja. Oder wollen wir erst mal gucken, wofür der Jägerschlüssel gedacht ist? Ich glaube, der ist für die Kiste. Wir können es gleich mal alles probieren, weil die Kiste heißt doch, glaube ich, Jäger. Okay. Und wenn... Du musst hier nach rechts... Du musst wieder durch dieses Rolltor durch, ne? Mit dem Rollgitter, die Tür durch. Da ist ja wieder so ein Speicherraum. Ja. Okay. Genau da. Oder? Genau. Ja, ja, ja. Ja, schon richtig. Okay. Legen wir einfach mal weg. Hunter's Key, Island Key brauchen wir gleich. Gesetz Player lege ich jetzt mal weg, weil wir brauchen den Platz. Flashlight lege ich gerade mal weg, weil wir brauchen es im Moment nicht. Und wir brauchen dafür anderen Kram. Gar keine Energie mehr, ne? Nur noch. Dieser Auto-Injektor. Jetzt haben wir den Revolver. Sogar einen schönen Erfolg noch freigeschaltet. Und jetzt wollen wir den Island Key noch. Vielleicht nimmst du noch mal die mit. Vielleicht kann man mit der auf die Zielscheibe schießen. Den Revolver? Ja, weil die Kiste lag ja in dem Shooting Range Raum. Da hast du recht, ne? Da hast du recht. Und den Revolver kannst du ja auch mit der Munition da. Jetzt, guck mal, da haben wir eine Menge. Ja, das müsste doch die Munition sein, oder? Ja. Ja. Ist auf jeden Fall kein schlechter Deal bisher. Äh, oh, aktivieren muss ich den noch. Ja. Vielleicht zieht der auch ein bisschen mehr weg. Der Revolver? Ey, nach allen Regeln der Resident Evil Schule ist das die stärkste Waffe. Oder zumindest eine starke Waffe. Ach nee, ich wollte Karte. Genau, da müssen wir rein, ne? Ja. Das ist so schlimm. So schlimm. Einmal schön um die... Ja, sind ja auch ein bisschen doof. Okay, geil. Eine Tür. Ein kleines Ding mit allen Kärtchen. Werkstattstüttel. Oh, ey. Jetzt flutscht es. Oh, schnell weg. Schnell weg. Schnell weg. So, jetzt ist die Frage, wo war die Werkstatt? Ein Stockwerk tiefer oder so. Oh, sollte man dann... Wie kommt man hier... Ja, sollte man am besten jetzt wieder hier links rum, oder? Durch den Flott-Overlo-Flow, ja. Shit, das wird eng. Weil die aber auch überhaupt nicht... Shit. Ich renne jetzt einfach, weil es bringt... Ich komme nicht weg. Ah. Das war Werkstatt 8, ja? Äh, nee, nee, ich weiß es nicht. Doch. An die Library. An die Library. Ja, dann gehen wir wieder hoch. Und dann gehen wir in den Sechsten. Gucken. Ich glaube, Sechst ist richtig. Ja. Workshop. Das hier halt wiederkommen, macht's auch spannender, aber auch echt anstrengender. Wenn man wenigstens nicht so kleinere Abkürzungen freischalten könnte. Das ist die Shooting-Range, äh, der Shooting-Range-Zugang, ne? Ja, aber da wollten wir jetzt nicht hin, oder? Nee, wir wollten jetzt... Ja, wir können jetzt erstmal zur Werkstatt brechen. Lass das erstmal machen und dann gucke ich, ja. Cool. Das fühlt sich so gut an. Ah, guck mal hier. Äh. Storch. Stare. Rante Replika-Probleme Teil 3. Erfangen. Eine Grundmöglichkeit, Verhalten, diese Einheiten gegeben. Startseite. Stare haben eine Hackordnung. Was meinen die denn immer mit diesen Fetisch-Objekten? Stare entwickeln gelegentlich Klicken-Regeln, die körperliche Strafen involvieren. Also das soll euch jetzt erklären, warum die Viecher so sind, wie sie sind wahrscheinlich, die da rumrennen, oder? Ja, vielleicht schon. Und worin die sich unterscheiden. Storcheinheiten haben ein ungeduldiges Temperament. Die reden von dir. Du siehst es persönlich. Ich hab doch jetzt nicht mehr. Ich bin doch jetzt Chili McNally. Ich bin ja nur noch stressfrei. Ich find das interessant, weil scheinbar haben die alle Probleme. Alle diese Replikas haben irgendeine Form von... Geschichte, die eigentlich nicht nötig ist. Warum kann ich das nicht aufheben? Hä? Du hast doch genug. Ja, ne? Vielleicht hast du zu viel. So ein Dreck. Guck mal, das ist das Kassetten-Recorder-Ding. Alter. Und natürlich hab ich sie nicht dabei. Du hast sie nicht dabei. Ja, weil man da natürlich den Platz braucht. Ein Dreck. Ist der ein Speicherraum? Nein. Ist er nicht. Nee, ne? Postbox ist auch nicht das. Nee, nee. Ist was anderes. Okay. Aber da liegt immer was. Was ist da rechts? Guck mal. Muni? Du meinst das hier. Rechts oben. Kannst du... Oh, das hab ich nicht gesehen. Geil, danke. Adlerauge. Okay, jetzt aber. Jetzt holen wir die Kassette. Und gehen wieder zurück, ne? Nee, mit dem kannst du nur runterfahren. Dann fahr ich halt runter. Und da ist hier wieder... Rolltor. Immerhin. Baum. Das würde ich schon gerne jetzt noch schaffen. Ja, das gehen wir hin. Soll ich denn den Revolver irgendwie... Warte mal. Nee, du kannst eigentlich die Munition, die Pistolenmunition ablegen. Ich würde die Revolvermunition... Okay, aber dann kann ich die restlichen nicht mehr aufsammeln gleich. Eben gerade die Munition. Die will ich ja gleich aufsammeln. Vielleicht weil du auch einfach voll bist an Munition. Ja, nein. Also ich war mit Revolvermunition voll. Nehme ich jetzt mal an. Deswegen habe ich die Munition zurück. Damit ich dann wieder voll werden kann mit der Muni. Weil, du hast ja gesehen, ich hatte Plätze und konnte trotzdem nichts einsammeln. Das möchte ich nicht nochmal. Immer gleich wieder diese Terrormusik, ne? Geh, die ist wirklich auch verstörend. Also, wir haben sie gut gemacht. So. Ah, 142. Wir gehen jetzt runter. Schalten dann auf Frequenz 142. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Nee, nee. Also, Moment. Das hier ist das, wo wir die beiden Schlüssel gefunden haben. Ja. Also ist das der Falsche? Lass mich erstmal kurz nochmal einen hoch. Und hier müssen wir jetzt vor allen Dingen raus, ne? Geht das nicht hier auch? Hier hin und dann... Ach nee, der kommt mir nur runter. Ja, runter. Aber wir müssen ja runter. Die Frau, die Eulfrau oder das Eulenwesen lag ja unten. Meine ich jetzt im achten. Nee, jetzt sind wir ja genau da, wo ich nicht hin wollte. Wir waren ja eben da schon. Also, du meinst wahrscheinlich den... Ja, du meinst ein anderes Stockwerk. Aber das ist es nicht. Aber du kannst jetzt, glaube ich, nach links gehen. Oder in den Elevator. Wollte ich gerade sagen, ja. Aber da waren wir eben schon. Ach. Acht. Ich raff hier gar nichts mehr. Warum komm ich denn dann da hin? Genau. Acht. Und wir müssen nach links. Also ab sechs hört's auf, aber bis acht kannst du runter. Genau. Ab fünf hört's auf. Ach, fünf. Okay. Immerhin. Da. Oh. Haben wir letztes Mal auch gar nicht mehr dann... Genau. Wir sind ja gestorben. Ist nicht schlimm, denn gleich ist ja... Ach nee, die Kassette haben wir schon benutzt. Gut, gucken wir erst mal. Ähm, nimm, 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 nimm. Nee, wie kann man das Radio nochmal einstellen? Diagnostik? Ja. 142 war das, ne? 142, ja. Ernsthaft? Oder war das noch was anderes als eine 42,6? Wir hören ja sogar Musik. Das macht nur nix. Nee. Ah. Das Schwanseh? Ja. Oh. Nein. Werd doch irgendwas los. Nimm doch irgendwie, keine Ahnung. Benutz doch irgendwie Reparaturscheiß. Du bist so einer, nein, du bist so einer. Du bist so einer. Ich bin so einer. Du bist wirklich so einer. Der Chat wird dich so hassen. Hier, nimm doch hier einfach Auto-Injection. Das ist nur eins. Aber nicht auswürfen benutzen. Es ist einfach weggeworfen. Ich würde sagen, Simon, wir haben jetzt diesen... Speichern müssen wir noch. Ja, wir lassen es zum Speicherpunkt und dann würde ich auch sagen, ist diese Session wieder... Würde ich auch sagen. Ja. Aber war gut. Oh, hier sind ganz viele Sachen. Meine Gemeinschaft, Adler, also Kolibri, müssen wir mal gucken gleich noch. Vor allen Dingen müssen wir noch einen Speicherraum finden. Und dann beim nächsten Mal nutzen wir diesen frisch geernteten Schlüssel. Den Kolibri-Schlüssel. Ja, und wir wissen halt noch nicht wohin so, aber das werden wir schon erfahren. Du glaubst, ich kann hier jetzt noch weiter? Nee, du kannst hier speichern. Nee, ne? Jetzt kannst du... Du kannst hier... Auf sieben kann man speichern? Ja, das war der Raum mit dem Rollgitter. Da rechts? Ja, geil. Das war sogar, trotz der Probleme, die wir hatten, eigentlich eine lohnende Folge heute. Erstmal alles weg. Weg, weg, weg. Brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir alles nicht, weil wir es eh nicht benutzen. Wir schmeißen es ja immer nur weg. Ich würd trotzdem den Revolver noch mal nehmen. Ach, komm du mit deinem Revolver, ey. Du hast ein bisschen Revolver-Junk. Wir wollen doch noch mal auf die Zielscheiben schießen. Ja, wir... Wollen wirklich wir das? Was ist mit deiner Abenteuerlust, Simon? Ich glaub einfach... Wo ist die Experimentierfreude? Ja, aber du hast... Wo ist das Looten und Levelgen, was hier jahrelang geimpft wurde? Ja, ja, da hast du recht. Da hast du irgendwo schon auch recht. Aber es ist so unwahrscheinlich, dass du diese drei Scheiben einfach nur mit einer speziellen Waffe anschießen musst. Aber ich geb dir recht, die sind da sehr präsent. Machen wir beim nächsten. Und haben wir nicht gesagt, es gibt hier auch ziemlich dumme Rätsel? Ja, du hast ja recht. Kolibri-Shit, dann machen wir auch noch. Wir haben's noch nicht durch, aber wir sind ein bisschen über die Hälfte, würde ich mal behaupten. Ach. Du hast ja nicht in die Lösung geguckt vorhin. Wir haben noch viel vor uns. Okay. Vor allen Dingen, wenn ich überlege, wie lange wir für einen Absatz gebraucht haben. Ja, das war aber auch halt nur mal Kopfrechnen. Und das ist vielleicht... Weil ich hab auch wenig gepennt. Du, wir sind... Ist nicht unsere Schuld. Das Spiel hat Schuld. Das ist nicht. Du bist ja in der Safe-Bubble, in der wir nicht schuld sind. Okay, hab's klar. Die Regie hat Schuld. So viele Menschen, die Schuld haben können, bevor es zu uns kommt. Ah, okay. Ja. In dem Sinne, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn wir dieses doch herrliche kleine Indie-Titelchen weiterspielen, ich freu mich drauf. Ja, ich freu mich. Also jetzt ist gerade so der Moment, wo ich eigentlich... Weiterspielen wollen. Ja, ne? Wo das Herz pumpt. Geht nicht. Heute Abend ist Werwolf. Bis dann. Ja, ich freu mich.